Hallo, hallo. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen, warmen Kaffee oder Tee oder irgendwas Kühles. Heute ist es warm. Ich glaube, auch egal wo. Ja, und ich will gar nicht lang quatschen. Ich drücke jetzt das Knöpfchen, wir hören ein bisschen Musik und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Heute übrigens mit Clio, A Pirate's Tale. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf das Spiel. So, bis gleich. Ich freue mich. 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 Musik 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 Guten Tag Ich bin gar nicht gewöhnt, dass ich Nein, was heißt gewöhnt? Ich hatte komplett vergessen, dass ich so ein So ein ruhiges, chilliges Lied Fürs Intro irgendwann mal runtergeladen hatte Ja, nice Ja, Entschuldigung, Auge juckt So, fängt hervorragend an Hi Ach, Mann Es, äh, ja Profis am Werk und so Ich hoffe übrigens, heute funktioniert alles Ich hab den Bot aktualisiert Die haben ein riesen Update rausgehauen Und ich hab nur kurz Durchgeguckt, ein paar Commands getestet Und bisher sieht alles gut aus Ich hoffe, das bleibt so Weil, wenn da irgendwas nicht mehr Funktioniert, ist halt alles am Arsch Weil alles auf dem Bot basiert, alles Also, holy Oh, schön, die Untertitel sagen Pauli statt holy Das ist nice So, Joggle, Hallöchen, Hallöchen Ein wunderschön Ähm, ja Samstag, tut mir leid Äh, dass es schon wieder Zu einer Verschiebung gekommen ist Ähm, die Woche war furchtbar Also bis Freitag war sie furchtbar Dann ging's mir gut Dann hat's halt Samir erwischt Und, äh Äh, ja Wenn dein Hund sich Vorne und hinten quasi ergießt Dann, äh Beobachte ich das halt lieber Und, ja Ist aber wieder alles fein Ähm, hat sich alles wieder erledigt Ein bisschen Schonkost Und, äh, viel Trinken quasi Läuft wieder Alles gut So Ja Was haben wir eigentlich heute vor Ich hab keine Ahnung Fangen wir den Stream doch mal Mit einem Witz an 3,14% aller Seeleute Das sind Piraten Hm Alexa Ähm Erzähle einen Witz Zu Piraten Also ich hab Alexa gehört Aber so leise Ja Das ist ja Ähm, ähm Das ist ja jetzt ein bisschen Ähm Doof Ähm Lass mich mal kurz in meinen Mixer gucken Äh Was hab ich da eingestellt Warum hört man die nicht Bist du Nee, eigentlich sollte Hö Alexa ist noch im Keller Um zu lachen Ja, irgendwie sowas in der Richtung Hä W-w-w-warte Hier, Line in 100% Ich bin gerade massiv verwirrt Was liegt auf Channel 2 Console Wartet Habe ich das Line in einem Rotding Verhauen Nö Ich hab keine Ahnung Was das ist Gut Dann schalte ich sie wieder aus Dann lassen wir das lieber mal Das hat dann nicht ganz so funktioniert Äh Freu dich, dass es dann mir wieder gut geht Ja Ja Das ist halt immer Ne Es passiert manchmal Glücklicherweise nicht so wahnsinnig oft Aber dann kommt es halt einfach überall raus Gefühlt Und dann Äh Ja Nee Das ist Äh Das ist nicht so cool Aber heute wieder alles wunderbar Vorhin 10 Kilometer Runde gelaufen War etwas größer als ich dachte Ähm Was heißt etwas größer Ich hatte damit gerechnet, dass es 6 Kilometer sind Ähm Handy sagte dann nö Danach Ähm Aber Ja, nee War gut War gut Wir haben danach erstmal quasi Sie hat ihren kompletten Napfleer getrunken Und ich meine komplette Flasche Weil Holy Shit Vor allem ist es so warm Verdammt Und so schwül Ich kam heim und war quasi in Fluss Also Ne Ich hätte die Weser alleine mit Flüssigkeit füllen können Gefühlt Ja Für schlechte Witze bist du da Hervorragend Chocobl Erzähle einen Witz Oh shit Das kam schon bevor ich es gesagt habe What did the mermaid wear to the mouth glass In Algebra Oh Gott Hi Flo Hallöchen Warum befindest du dich im Meltdown Was ist da los Erzähl mal Es ist Samstag Das ist korrekt Man sieht das hier im Im Chat Nicht Ne Onscreen quasi Weil ja Commands und Botantworten Da nicht reinfließen Aber Ja Es gibt ein Day Command Für Leute wie Flo Die nie wissen wie viel Wie spät es ist Oder welcher Tag es ist Das Das ist eigentlich eher das Ding Achso Du dachtest Ich verflüssige mich Ja gefühlt war das kurzzeitig so Holy shit Hey Ne Ich dachte mir heute so Ne Aufgestanden Aus dem Fenster geguckt Und so Irgendwie habe ich keinen Bock Jetzt auf die Couch Ne Dafür ist das Wetter viel zu schön Hab ich geguckt Okay Wetter bleibt schön Hm Wo waren wir schon länger nicht mehr Okay Unisee Bremen Ne Kurz mit dem Bus hingefahren Ja Dann war halt die Runde um den allein schon Viereinhalb Kilometer Und dann War der Plan halt heim zu gehen Das ist Das waren dann nochmal sechseinhalb Ne Nicht sechseinhalb Fünfeinhalb Oder so Irgendwie sowas um den Dreh Das habe ich deutlich unterschätzt Ich dachte der See wäre kleiner Aber Ne So klein war der nicht Aber Oder ist der nicht Aber es ist sehr sehr schön da Sehr sehr schön Du kommst meiner Bitte Selbstverständlich nach Nice I tried to catch some fog earlier I missed Oh god Das ist ja furchtbar Oh Das ist ja ganz schlimm Oh god Wow Okay Zurück zum wichtigen Leute Wir haben einen Feiertag am Montag Also wenn ihr noch einkaufen müsst Tut es jetzt Bevor die Läden zumachen Weil Ne Morgen Sonntag Und Montag ist dann auch frei Dementsprechend Für alle die es genauer wissen wollen Es ist Pfingsten Hallo Hund Hallo Warum schlägst du meine Kabel ab Hm Bist du los Steht neben mir Und äh Schlägt einfach die Kabel ab Die hier rumhängen Und ja ich habe es irgendwann mal aufgegeben Mit Kabelmanagement Und was weiß ich Ne Es ist Es ist furchtbar hässlich Aber hey Wenn du mir einfach umbaust Ne Das ist nicht so cool Du hast alles da Danke für die Erinnerung Ja ich habe es Irgendwie jetzt Jetzt Von mehreren Leuten Mitbekommen Dass die komplett Pfingsten übersehen haben Und sich dann Sag ich mal so So ein bisschen Gefragt haben Warum Montag frei ist Oder dann halt sehr überrascht waren So Oh Was Ich muss Montag nicht arbeiten Nice Aber warum Das ist so ein Ja ne Kann schon mal passieren Sollte es wahrscheinlich schon dem Erdboden gleich gemacht Ja ich glaube Weiß ich nicht Also ich liebe die Sylt Memes Ähm Schlussendlich glaube ich auch Dass es auf Sylt ziemlich zugehen wird Was ich halt einfach nur Panne finde Ist Dass die Leute auf Sylt Angst haben Vor den Leuten Die dann da ankommen Weil High Society Und keine Ahnung was Ne Verstehe ich nicht Aber hey Für alle die es nicht ganz bis hoch nach Sylt schaffen St. Peter-Ording ist auch sehr schön Ne Kann man sich auch geben Geile Strände Holy Shit Gerade bei dem Wetter aktuell Bis noch etwas das Wetter genießen Kauf ein Floh Ne Nicht dass du Montag ohne Essen dastehst Das wäre schlecht Und viel Spaß dabei So Was habe ich noch eigentlich hier so in meinen Notizen stehen Ach ja richtig Neue Emotes Leute Neue Emotes Ähm Vielleicht Habt ihr es im Discord gelesen Dass ich eine ganze Menge neue Emotes beauftragt habe Ähm Shit wo war denn das Äh Das hatte ich im Feedback Channel Genau weil ich bei einem noch unentschieden war Ähm Das heißt Sobald Ich will jetzt nicht irgendwie anfangen Irgendwas Neues zu machen Ähm Das wäre ein bisschen doof Ähm Aber es wird cool Ich glaube es wird cool Aber nee Was ich heute sagen wollte Ich liebe die Emotes Aber irgendwie habe ich mich so ein bisschen satt gesehen an denen Ich selbst brauche mehr Alternativen Quasi Hi Jojo Hallöchen Hi hi Ein wunderschön Und ja Flo Ich habe es gerade vorhin gesagt Ne Mit dem Feiertag Vielleicht das Wetter draußen genießen Und zum Supermarkt laufen Ähm Genau Welche die das Sortiment ergänzen Oder werden alle ersetzt Ähm Ne ne Die Die ergänzen tatsächlich Also es gibt drei Überarbeitungen Ähm Wow Warum ist meine Stimme jetzt so nach oben Äh Genau es gibt drei Überarbeitungen Sprich drei Emotes die animiert werden Es gibt zwei komplett neu animierte Emotes Und es gibt drei Äh Neue statische Emotes Tatsächlich sogar vier Weil ich mir dachte Cool Mit vier statischen Emotes komme ich genau auf 420 Euro Ähm Nice Deswegen habe ich noch ein Emote mehr in Auftrag gegeben Ähm Weil ich auch nochmal nachgeguckt habe Es gibt doch einige Leute Die den 1000 Bits Slot irgendwann schon mal erreicht hatten Und ähm Als Twitch ja die Bits Äh Die Bits Die Emotes Ähm Aufgeteilt hat Und mehr erlaubt hat Für uns Affiliates Habe ich dann die ganzen Bit Emotes In die normalen Emotes gepackt Und jetzt gibt es keine Bit Emotes mehr Aber es gibt so viele Leute Die das tatsächlich schon erreicht haben Und deswegen Ja Deswegen gibt es da noch ein Bit Emote dazu Also ähm Für Für äh Was waren das 1000 Bits glaube ich Die man einmal irgendwann Über den Lauf der Zeit ausgegeben haben muss Aber es wird cool Das wird tatsächlich ganz cool Ähm Ich freue mich sehr da drauf So Wie geht's so Ja die Woche war kacke Aber das Wochenende bisher ist super Ich freue mich sehr Drei Tage frei zu haben Ne ich hatte letztes Wochenende Ja schon ein langes Wochenende Ähm Da war ja auch irgendein Feiertag Am Donnerstag Ich hatte den Freitag dann frei Das war schon mal super angenehm Jetzt nochmal drei Tage Oh Das ist super Das ist richtig gut Ich hoffe dir auch alles soweit in Ordnung Jojo Soweit Ne Bist du immer noch etwas angeschlagen Hast du in der Grippe eingefangen Immerhin kein Corona Äh ja immerhin Immerhin Ist beides kacke Aber ja Grippe Ich glaube ich würde Grippe auch bevorzugen Sagen wir es mal so Äh Ich muss ganz ehrlich Ja Ne doch Doch Das äh Ja Aber dann weiter Gute Besserung Ne Es zieht sich ja auch immer so ein bisschen Wenn es so eine Grippe Ne Man ist zwar relativ schnell wieder Halbwegs auf dem Damm Aber es ist halt halbwegs Ne Ist nicht so gut Hast du die ganze Woche mit Fieber im Bett gelegen So langsam geht es wieder Ja Ja okay Auch wenn du im Bett liegst Kannst du ja nicht mehr zocken Ne Das ist halt das Schlimmste Wenn du krank bist Und nicht mal irgendwie zocken kannst Oder so Also finde ich zumindest Nicht dass ich das dann unbedingt so wahnsinnig viel tun würde Weil ich bin ja krank Aber wenn dir quasi die Möglichkeit dazu fehlt Das ist Das ist worst case Das ist absoluter worst case Das geht halt gar nicht dann Twitch und Serien haben dich irgendwie am Leben gehalten Ja Ja Apropos Serien Ähm Jetzt wo du es sagst Äh Stranger Things 4 Also die Ist raus Also fast Fast raus Zwei Folgen fehlen noch Die Ähm Zweiten Juli Anfang Juli glaube ich auf jeden Fall rauskommen Holy shit So gut So gut Damn Das Äh Richtig 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 gut Erinnert dich an die Simpsons Episode Wo Lisa Videospiele für sich entdeckt Und tagelang simuliert Krank zu sein Oh ich glaube die habe ich sogar schon mal irgendwann gesehen Die ist uralt oder Ja Aber Ja Ja Nur ohne das Das simulieren Ne Das ist immer so So mein Maßstab für Mir geht es richtig massiv scheiße Oder mir geht es halt nur scheiße Ne Wenn ich nicht mal mehr Bock drauf habe An den Rechner zu gehen Den einzuschalten Und da irgendwas zu zocken Ja Apropos zocken So Ähm Demnächst Ich bin nicht sicher genau ab wann Ich glaube ab dem 17. Äh Ist wieder ein Steam Next Fest Ähm Wo es jede Menge Demos gibt Zum runterladen Also ich habe auf Twitter schon so einige Äh Indie Devs gesehen Die sich daran beteiligen Ähm Ich bin noch im Überlegen Ob wir was Machen Ob wir ein paar Demos im Stream zocken sollen Oder nicht Ähm Oder ob ich das mal so für mich mache Ich habe in letzter Zeit tatsächlich 12 Demos gezockt Und äh Alle aufgenommen Ähm Ich weiß nur noch nicht was ich mit den Aufnahmen machen soll Das ist mein Problem Aber ich dachte mir Lieber habe ich es mal aufgenommen Weil dann muss ich es nicht nochmal spielen Sollte ich irgendwas damit machen wollen Näh Ähm Ähm Und nächsten Donnerstag Ähm Neunten Genau der Neunte ist das Ist das Äh Summer Games Fest Also oder besser gesagt Das Summer Games Fest läuft ja schon Aber da ist diese große Keynote Ähm Von Von Jeff Keighley Mit The Rock By the way Und Die werden wir uns gemeinsam anschauen Die soll so Drei Stunden glaube ich gehen Ab 20 Uhr startet die Und wir werden die co-stream Angeblich gibt es auch irgendwelche Trits Drops Ich habe keine Ahnung Ähm Wie man die aktiviert oder sonst was Aber mal gucken Äh Ich weiß auch nicht Wofür die sind Aber das schauen wir uns an Ähm Da bin ich tatsächlich ganz gespannt drauf Ich habe so Vielleicht so So Ne Ich habe keine festen Vermutungen Aber ich habe so ein, zwei Wünsche oder so Von Dingen, die ich gerne sehen würde Ähm Gibt es am Donnerstag eine Restream Ja Bappelt hält besser Ja 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 Ähm Ne Ich dachte mir Ich fange mit dem Steam Next Fest an Und dann komme ich zu dem Zu dem Zu dem harten Stuff quasi Ne Die ist definitiv schon älter Äh Angefangen mit Wer spielt denn sowas zu Oh ich brauche nur noch einen Diamant Um den Bösewicht zu besiegen Ja 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 Was bestimmt für Fortnite Skins oder so Ich hab Ich habe noch nie in meinem Leben Fortnite gespielt Ich habe es noch nicht mal runtergeladen gehabt Ähm Ich hoffe nicht Dass Nein Was ich aber schon mal sagen kann Ich hoffe es sehr Dass es nicht so eine Ich will es jetzt nicht zu negativ formulieren Aber mir fällt gerade nichts anderes ein Ähm Dass es nicht so eine Werbeshitshow wird Wie die letzten Game Awards Die waren glaube ich im November oder Dezember Oder sowas um den Dreh Weil die waren Wirklich nicht spannend Ähm Ne Es soll darum gehen Die Leute zu ehren Und was war es Eine pure Werbeshow Ähm Da War irgendwie der Fokus falsch War nicht cool Aber Ich bin sehr 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 gespannt Ich habe vor allem geguckt Wer alles Ne Welche Firmen Drinnen hängen Äh In dem Summer Games Fest Und habe da so ein paar gesehen Wo ich mir so dachte So Hm Hm Okay Vielleicht Ich weiß dass ihr Dinge in der Pipeline habt Und vielleicht wollt ihr ja zu diesem Event irgendwas dazu veröffentlichen Ne Das war Nice Willst du mal einen Tee machen Da hörst du in den Moment rein Alles klar Dann äh Gut Tee machen Ähm Ja Also man munkelt Dass The Rock Für Fortnite Werbung macht Dass ein virtuelles alter Ego In dem Titel auftaucht Achso The Rock ist noch gar nicht im Spiel Ja keine Ahnung Das äh Kann er dann auch ruhig machen Der soll irgendwas vernünftigeres ankündigen Vielleicht Vielleicht bringen sie ein Jumanji Spiel Irgendjemand Das finde ich irgendwie nice Warum auch immer Jumanji mag ich gern Also sowohl den alten Film Das Original quasi Als auch die neuen Filme Die finde ich auch ganz unterhaltsam Ah ja Schauen wir mal Schauen wir mal Na wir Wir starten ganz normal um 18 Uhr Und quatschen einfach dann die zwei Stunden Ne Das ist äh Ich glaube das kriegen wir hin Und äh Genau Wenn wir eh schon beim Thema Summer Games Fest sind Angefangen hat alles jetzt Am Donnerstag mit der State of Play Also für uns eigentlich Freitag Weil es um 0 Uhr war Also quasi Freitag 0 Uhr Oder Donnerstag 24 Uhr Je nachdem wie man es drehen will Und die war tatsächlich sehr spannend Ähm Worauf ich mittlerweile sehr hyped bin Ist Final Fantasy 16 Logischerweise Das übrigens unglaublich düster aussieht Also ich habe noch kein Final Fantasy gesehen Das so extrem mit gedeckten Farben gearbeitet hat Dann was ich sehr spannend fand Ist das dass sie viele VR Titel Für die Playstation 5 angekündigt haben Also oder besser gesagt Für VR 2 Ähm Aber die Hardware ist noch gar nicht bekannt Ne Deswegen rechne ich auch da Irgendwann demnächst Mit einer Vorstellung Der VR 2 Hardware Weil eines dieser Spiele soll dieses Jahr rauskommen Und dann wird es ein bisschen knapp Ne Von Vorstellung bis zu Verkauf Und Das Schöne ist Äh Katzen Sci-Fi Stealth Game Stray Kommt im Juli Ich glaube am 19 Ich habe das Datum nicht gemerkt Ich weiß nur 19 Und ich glaube es ist in meiner Geburtstagswoche Wo ich Urlaub habe Gucken wir mal Die beiden neuen Teile sind tatsächlich unterhaltsam Ja ich finde die so gut Wobei der erste ist ein bisschen besser als der zweite Aber ja Ähm Da gab es erstaunlich wenige Goy Lady Dimitrescu In VR anschmachten Reaktionen in deiner Timeline Ja ich habe schon das Das eine oder andere gesehen von Äh Lady Dimitrescu Please step on me Und lauter so Blödsinn Ähm Aber ja Ähm Gucken wir mal Ich habe Risi 8 ja auch immer noch nicht gespielt Ne Wollte ich irgendwann mal tun Wir hatten irgendwann mal die Demo davon angespielt Aber das ist schon so lang her Ähm Und irgendwie Weiß ich nicht Ähm Ich bin aber tatsächlich sehr auf die VR 2 Von Sony gespannt Ähm Vor allem was die kosten wird Weil so rein von dem Was an Gerüchten und so Umher geht Ist die Hardware schon nicht ohne Und äh VR Technik ist jetzt nicht unbedingt Dafür bekannt Super günstig zu sein Und hallöchen Manga Woman Hi Hallöchen Also Ich glaube nicht Dass ich mir Die VR 2 Zulegen werde Weil ich Ich habe hier immer noch Eine Rift S rumhängen Ähm Aber schauen wir mal Ne Schauen wir mal Rein von der Location her In meiner Wohnung Wo die Playstation platziert ist Würde es gehen Da ist nämlich genug Platz Ähm Das Risi 4 Remake Sah auch nicht schlecht aus Ja Ja Das sah richtig gut aus Das sah richtig gut aus Was ich mich allerdings Gefragt hatte Ähm Ich weiß Resident Evil 2 3 Wohl Äh Gab ein Remake davon Gab es auch fürs erste Resident Evil ein Remake Ich war mir nicht mehr sicher Ne Ich habe die alle nicht gespielt Das einzige Resident Evil Das ich jemals gespielt habe War es 3er Oh stimmt gar nicht Ich glaube ich habe es 4er mal probiert Oder war es 5er Irgendeines habe ich mal Auf Irgendeines habe ich mal probiert Wann kommt Resident Evil 1 Remake raus Hm Jo Warte mal Da steht PS3 dabei Was 2015 Oh 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 Ja gut Das ist schon eine Weile her Ja gut Das erklärt Warum es mir nicht geläufiger Nicht wirklich mehr geläufig war Nice Hype auf das nächste Final Fantasy Ja Ja absolut Also der erste Trailer Den sie schon mal irgendwann Weiß ich gar nicht wann Vor einem halben Jahr Oder so veröffentlicht hatten Ne Der hatte Der hat für Neugier meinerseits gesorgt Jetzt mit dem Neuen Ist es schon ein bisschen Hype Das sieht Unglaublich episch aus Und ich bin sehr auf das Kampfsystem gespannt Ähm Weil das scheint Unglaublich dynamisch zu sein Aber wenn ich das richtig gesehen habe Ist man nicht mit einer Party unterwegs Das heißt So als Einzelkämpfer Irgendwie Und das Das finde ich spannend Weil das kenne ich so von Äh Final Fantasy noch nicht Ähm Ne Also bin ich Ja 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 Und Stray natürlich Das wird auf jeden Fall gespielt Aber sind wir auch mal realistisch Wenn der Sommer 2023 steht Wird es Herbst Ähm Das heißt ich rechne eher so zum Weihnachtsgeschäft damit Als äh Ja Ne Als tatsächlich Sommer Würde glaube ich auch mehr Sinn machen Aber hey Was wurde denn eigentlich noch alles angekündigt Die gingen richtig eine Ab Also die ganzen Aufrufe Da so heftig in die Szene gesetzt wurden Hast du mitbekommen Dass äh Als die ganzen Gott wie heißen die Viecher denn da Bestias Beschwörungen Guardian Forces Icon glaube ich heißen sie In dem Spiel Ähm Als die am Ende mit den Namen wurden Äh Gezeigt wurden Dass jeweils der Gesang auch den Namen gesungen hat Voll geil Absoluter Gänsehaut Moment In dem Moment wo ich es das erste Mal gesehen habe Nicht so wirklich Weil Da war ich so kurz davor ins Bett zu gehen Aber am nächsten Tag habe ich den Trailer dann nochmal geguckt Ich muss ihn nochmal in 4K auf dem Fernseher gucken Aber ja Ja Ähm Das wird schon nice Ähm Dass es wieder normal im Kampf einsetzbar wird Ähm Achso die Beschwörungen meinste Okay Wahrscheinlich Ja guck mal mal Also es scheint sich ja voll und ganz um diese Viecher zu drehen Also Ich bin sehr gespannt Wirklich Tatsächlich haben die Indie-Titel wie Season oder Tunic mehr Interesse geweckt Ja Tunic hatten wir ja schon Ähm Ich dachte eigentlich das wäre schon auf Playstation raus Aber Ne In dem Moment habe ich mich dann auch erinnert So Oh ne Scheiße Ja da war ja was Zeitexklusivität Ähm Auf dem Rechner Und so Aber ja Holt euch Tunic Wenn es dann rauskommt Ich bin nicht mehr sicher wann Wartet Wartet 27. September So Und Season Ich habe keine Ahnung was das für ein Spiel ist Ne Bei Season habe ich nicht die leiseste Ahnung was mich erwartet Und ähm Ja Schau mal mal Ich behalte das auf jeden Fall mal Ähm Quasi auf dem Schirm Aber ich weiß einfach nicht was uns da erwartet Kallisto Protocol Ähm Sah gut aus War aber nicht ganz meins Ähm War nicht ganz meins Also Deathspace war halt auch nicht meins Ich habe es angespielt Und äh Habe es sehr sehr schnell wieder beendet Weil es hat mich nicht angesprochen Aber aussehen tut es verdammt gut Ja Weil im Teil davor das ja nur so paar mal Äh Mit bestimmten Bedingungen Ja Stimmt Stimmt Ja in Final Fantasy 15 war ja 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 richtig Die Beschwörungen kamen ja nur so Zu sehr bestimmten Zeiten Ähm Ja Ja richtig Hey Metroid Hallöchen Du hast die Set of Play nicht gesehen Was gab es noch so Neues Äh Ja Warte Ähm Hast du wahrscheinlich gerade mitbekommen Äh Recy 4 Remake Ähm Dann Horizon Call of the Mountain Äh Standalone VR Titel Ähm Für die VR 2 Gucken wir mal Street Fighter 6 wurde angekündigt Final Fantasy 16 Genau da haben wir gerade drüber geredet Dann Resident Evil Village Äh Wird auch VR Dann Walking Dead Saints and Sinners Retribution Gott was für ein Titel Wird auch ein VR Titel No Man's Sky kommt auch endlich auf die Äh Playstation Ähm In VR Was auch sehr nice ist VR Modus von Äh Von No Man's Sky ist übrigens extrem gut Der ist richtig gut Äh Verbinden West Hat jetzt ein New Game Plus Ähm Und Den noch schwereren Schwierigkeitsgrad Dann Das fieseste Wo ich ganz kurz Hoffnungen hatte Ganz ganz kurze Hoffnungen Als die Einleitung kam And now on to a fan favorite That's coming to PC Mein Hirn sofort so Bloodborne 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 Marvel Spider-Man Yay Das War halt Nö Da war ich etwas enttäuscht Und Transmog Ja Ja Richtig Das auch Ja Äh Genau Ansonsten Stray Das Katzen Ding Ähm Kommt am 19. Juli raus Calista Protocol Ist äh Das Ding von den Von den Death Space Machen Sie hat auch so So einen ähnlichen Vibe Irgendwie Rollerdrome Ähm Ein Shooter auf Rollschuhen Der sah eigentlich ganz witzig aus Wenn ich ehrlich bin Äh Eternights Oh ja Das Das sah noch ganz witzig aus Wie so ein klassisches JRPG Ähm Ähm Gleichzeitig eine Dating Sim Tunic kommt endlich auf PS4 Und 5 Und Season Weiß ich nicht Was uns Was uns da herwartet Tatsächlich So Horizon DLC Ne das leider nicht Das leider nicht Das wird wahrscheinlich noch dauern Bis es da ein DLC gibt Hat ja beim ersten Teil auch ewig gedauert Ähm Gucken wir mal Aber ich glaube Da wird es definitiv was geben VR habt ihr leider nicht Ja ich hab's aber halt Nicht für die Playstation Ich hatte überlegt mir das zu kaufen Dann hab ich Dann hatte ich's mal auf dem Kopf Und Ne Playstation VR Hat mich damals nicht überzeugt Hallöchen Flam Hi Mit dem Mini Raid Hi Hallöchen Hallöchen Dankeschön Danke danke Dankeschön Was gab's denn bei dir So Lass mich raten Irgendwas Soulsiges Nein Also doch Hollow Knight ist durchaus Ein Soulslike Aber Ja nice Blattwurm wird's nie Für PC geben Bist du von überzeugt Es ist halt inzwischen So ziemlich das einzige Playstation Exklusive Spiel Das sie nicht In irgendeiner Art und Weise Remastert Oder auf dem PC Geportet haben Irgendwas müssen sie jetzt mal Damit tun Ich weiß zwar nicht was Und wann Aber Irgendwann Muss einfach mal Ja Gucken wir mal Aber Das war Ne Normalerweise Sobald irgendwo wieder Bloodborne PC Oder Remaster Oder Remake Gerüchte sind Bin ich so Ne 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 Aber das war der Moment Fan favorite Coming to PC Und ich so Oh Und dann stand der Spider-Man Das war mein Hype-Moment Und meine größte Enttäuschung Diese Woche Alles in drei Sekunden Ach ja Ne aber die Das war tatsächlich Ne gute State of Play Die haben einiges rausgehauen Ziemlich coole Sachen Wie gesagt Am meisten bin ich inzwischen Gespannt auf Final Fantasy 16 Logischerweise Und Und vor allem Dann auf die VR 2 Hardware Da bin ich sehr Gespannt drauf Weil von der Ist noch nichts bekannt Noch nichts offizielles Glaube ich Es gab CS1 Speedrun Wollte nicht ganz Bis dann umgestiegen Auf Casual Hollow Knight Ja Hollow Knight Ist Liebe Hollow Knight Ist absolut Liebe Ich hab ja Warte mal Ich habe Mindestens ein Hollow Knight Shirt Ich glaub das zweite Hab ich mir jetzt erst bestellt Ah Lass mich kurz in meine Mails gucken Ich hab erst wieder Großbestellung bei QWERTY gemacht Ähm Was steht denn da drin Was hab ich denn alles bestellt Hollow Party Ja Ja Ich krieg ein zweites Hollow Knight Shirt Nice Wusste ich's doch So Einfach mal 8 Shirts rausgelassen Und Hallöchen Gnu Hi Hallöchen Das ist auch noch so eine Sache Ähm Hollow Knight Silk Song Neulich erst was gelesen Dass äh Ne Die Pandemie Offensichtlich Massiv Ähm Bei Team Cherry Eingeschlagen hat Was die Entwicklung angeht Was ich auch irgendwo Verstehen kann Gar kein Ding Aber das ist so das Spiel Wo ich am meisten Gehypt drauf bin Momentan Immer noch Immer noch Ich will's einfach spielen Am liebsten jetzt Aber Guck mal mal Das dauert noch Bloodborne ist deine Meinung Rundum perfekt Außer 60 FPS Braucht das keine Remasterierung Ja Jein Jein Also 60 FPS Wären zum einen mal Super nice Aber auf nem 4K Monitor Sieht's halt wirklich scheiße aus Also Weil es nicht mal Anti-Aliasing drin hat Ne Du hast halt überall Diese dämlichen Ecken In der Grafik Ne Also so 60 FPS Bin ich voll und ganz bei dir Aber bitte auch Was für höhere Auflösungen Also schon schon Ne Es muss kein komplettes Remaster sein Aber es ist schon So ein bisschen Aber ja Bloodborne ist super Bloodborne ist absolut super Ne Ich hab ja auch lang gesagt Dark Souls 3 ist für mich Auf Platz 1 Der ganzen FromSoft Games Die ich gespielt habe Ne Bloodborne hat das irgendwann abgelöst Gut dann kam Elden Ring Und hat Bloodborne abgelöst Aber Nein Bloodborne ist Von Aus der Prä Elden Ring Ära Quasi Inzwischen Tatsächlich mein Favorit Ja Weil es so gut ist Silksong Lange sehend Ja Ja Schade dass die anscheinend Überhaupt keine Infos oder Statements Rausgeben Ja Ein bisschen mehr Transparenz Wäre tatsächlich ganz nett Aber Ich weiß gar nicht was das neulich war Ich glaube das war ein Relativ Verstecktes Oder so So ein Interview Irgendwo hinten rum Quasi Ich glaube das kam Tatsächlich über Jeff Keighley Also den Typen der die Summer Das Summer Games Fest Und so macht Ähm Hm Und irgendwie da scheint Ein bisschen was rausgesickert zu sein Dass sie halt enorme Probleme hatten Dann durch Pandemie und so Aber guck mal Übrigens was ich hier gerade mit meiner Hand mache Ist ich parke die auf meiner Tasse Nicht dass ihr euch fragt Warum ich hier so komisch Diesen hier tue Das sieht ein bisschen merkwürdig aus Die Kamera ist so niedrig Eingestellt Es gab doch dafür Bloodborne PS1 Optik Ja und das muss ich auch noch spielen Tatsächlich Das muss ich noch spielen Das ist Ziemlich geil Ziemlich geil glaube ich Was es auch gab Ist Janentown Das haben wir mal irgendwann im Stream gehabt Vor ewiger Zeit Ähm Was so Den Top-Down Pixel-Look Ähm Das Ganze Äh Macht Also auch nur Janem Bis Bis zu German glaube ich Ja doch Weiter war das nicht Aber das ist auch sehr cool Das ist auch wirklich Wirklich cool Hm Gab's leider Keine weitere Erweiterung mehr davon Ist ein bisschen schade Aber gut Ich kann's verstehen Weil irgendwann wird's dann schon Schwierig Mit dem ganzen Thema Copyright Und keine Ahnung was Was seit Millionen Dekaden Schaust du auf der Team Cherry Website vorbei Siehst neben Silksong Released TBA Ja Ich hab's auch Lass mich mal kurz Auf meine Wunschliste Gucken Auf meine Wunschliste Bei Steam gucken Ähm Ja Nicht aus Versehen Jetzt den Kaffee umschütten Äh Silksong Seit dem 15.04.2021 Auf meiner Wunschliste Also jetzt auch schon über ein Jahr Warum eigentlich erst so kurz Das ergibt keinen Sinn Gefühlt warte ich da schon Fünf Jahre drauf Aber ja Das Ich glaube es wird cool Ich glaube es wird gut Lieber höre ich nix Und dann kommen sie mit nem Knaller Als dass sie immer irgendwie Irgendwas raushauen Und dann Erwartungen schüren Die möglicherweise halt dann doch Doof sind Und keine Ahnung was Es kann ja in beide Richtungen gehen Wer weiß Vielleicht sehen wir nächsten Donnerstag was Vielleicht gibt's irgendwie neue Infos Man weiß es nicht Man weiß es nicht Battlefield 2042 Was Ist das nicht schon raus Ich hab keine Ahnung mehr Von Battlefield Ach so Das ist das Das so kacke wurde Ne Angeblich Ich hab's nie gespielt Das letzte Battlefield Das ich gespielt habe War Sphäre Und dann die Die Preview Oder was das war Von Von Wie ist das heißt Battlefield heißt Nein Keine Ahnung Dass das danach kam Die Leute mögen das nicht Ja Wobei ich glaube Die arbeiten auch ganz gut dran Dass 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 sich das langsam ändert Aber Ja Es hat ein sehr sehr schwieriges Dings Hardline Ja Genau Hardline Danke Das war's Genau Da hatte ich irgendwann mal Die Preview von gezockt Die war eigentlich ganz witzig Aber Dann war ich zu wenig In dem Spiel drin Dass ich's wirklich Kaufen musste Knallharte Community Ja Ja Vielleicht auch berechtigt Weiß ich nicht Ne Wie gesagt Ich hab Seit dem Vierer Kein Battlefield mehr gespielt Ähm Ah ja Shooter sind nicht so Deins Meins auch nicht Aber es gibt schon auch Ein paar Die ganz lustig sein können Also Ne Battlefield Hab ich auch nie alleine gezockt Oder so Sondern immer mit Mit Festen Leuten Und Dann Macht sowas auch echt Spaß Auch wenn man nicht gut ist Ich war immer das Kanonenfutter Aber hey Du weißt seit Elden Ring Auch nicht mehr Was du zocken sollst Ja Same Ich hab noch zwei Spielstände Die fertig gespielt werden wollen Aber Holy shit Ich hab jetzt mal wieder Minecraft gestartet Und jetzt laufe ich In Minecraft rum Und hab Weizenfeld An dem Fluss gebaut Weil Ja Also wenn ich Minecraft starte Bin ich wirklich Ideenlos Was ich zocken soll Holy shit Zumal die meisten Spiele In meiner Steam Bibliothek Irgendwie Das Potential haben Hier im Stream zu laufen Und dann will ich sie Natürlich auch nicht vorspielen Weil das war ja auch doof Ja Und hi Chunky Hallöchen Hallöchen Borderlands Ja War nicht meins Das war tatsächlich nicht meins Der Humor war nice Aber das Spiel hat mich Ich weiß nicht Ich mag die Grafik nicht Überhaupt nicht Und die hat mich Irgendwann so getriggert Dass ich es tatsächlich Liegen lassen hab Und Bioshock Weiß ich Dass ich nachholen sollte Das hab ich noch nie gespielt Das war immer so Diese Diese Xbox Schiene Und ich bin ja kein Xbox Mensch Ich glaube ich hab ein Haar Hier vor Hallo Jetzt ist es weg Okay Minecraft Community Server Nee das nicht Nein Far Cry Far Cry Blood Dragon Nee Far Cry war für mich Vorbei Als ich irgendwann mal Far Cry 2 glaube ich Gespielt hab Und auch innerhalb Innerhalb von einer Stunde Gesagt hab Nee ist nicht meins Danach hatte ich Kein Interesse mehr An dieser Serie Habe ich sie auf Epic Kostenlos bekommen Was welches Was habe ich auf Epic Kostenlos bekommen Oder meinst du Metroid Gab es das da neulich Oder was Bioshock Collection Nee habe ich dann Übersehen Ich schaue nicht dauernd Bei Epic rein Was es gibt Ab und zu mal Gucke ich da Könnt ihr jetzt mal gucken Was gibt es denn Gerade kostenlos Lass mich mal reinschauen Wahrscheinlich muss ich mich Eh einloggen Weil ich so lange nicht mehr Drinnen war Update erforderlich Ja okay Borderlands War es der Coop Part Ja ich glaube das hätt's Auch cooler gemacht Ich hab's halt damals Im Singleplayer gespielt Und das war eher so Ja War witzig Aber Hat mich halt nicht Halten können Nicht so ganz meins Ne Was du gibst mir Den Tip Behind the Frame The finest Scenery Das kenn ich Das kenn ich Das hab ich tatsächlich Auf dem Schirm Wenn's das ist Dass ich glaube Dass es ist Lass mich mal kurz gucken Ähm Oh Das ist nicht das Was ich dachte Dass es ist Oh Bäh Okay Ich muss mich doch Tatsächlich bei Epic Einloggen Äh Chunky magst du das Nochmal in Discord schreiben Weil hier im Chat Geht's sonst einfach unter Aber ja Das sieht auf dem ersten Blick tatsächlich interessant aus Ja Das ist nice Bisheriger Content Oder neulich auch so Tatsächlich auch Äh In dem Dings Ähm Ich hab die State of Play Über Äh Bei Gronkh noch geguckt Bevor ich ins Bett bin Und da war auch sofort Jemand im Chat Ja Final Fantasy Vollpreistitel Und dann nur 40 Stunden Story Und ich so Bitte was 40 Stunden Story Holy shit Und dann noch alles drumrum What Nur 40 Stunden Story Was zum Henker Stimmt nicht mit dir Was ist deine Fehlfunktion Entschuldigung Aber Hä Hoppalla Hund ist hier War hier Hä Ah Jetzt ist Hund hinter mir So Du hast es das Äh Gestern gekauft Im Channel durchgezockt Hoffentlich kommt da echt noch mehr aus Taiwan Ja Ich bin gespannt Ich bin gespannt Hm Hm Atmo ist auch deins Bist auch ein Story Gamer Zockst auch gerne mal Ein paar in die Titel Die mit Atmo und Story glänzen Statt High-End Grafik Inmost Spiel Inmost Manga Woman Das ist ein Spiel Das äh Reicht Ganz ganz oben In meiner persönlichen Bestenliste ein Das ist so gut Und halt Taschentücher bereit Weil es ist so traurig Hast du schon Okay Gut Inmost ist ein Meisterwerk Ja Ist es absolut Spiel des Elend langes Aber inhaltlich totaler Müll Ist auch nichts wert Das ist Das ist richtig Ja Das ist richtig Aber so dieses Dieses pure Argument So von wegen Ja Nö Für so und so viel Geld Muss ich so und so viel Da raushöhlen können Nö Einfach nur nein Ähm Du magst das 1 Euro pro Stunde Prinzip Äh Manchen Spielen kannst du das Auch verzeihen Wenn sie gut sind Ja 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 Verstehe ich durchaus Verstehe ich durchaus Ähm Ne Wo das Wo das herkommt Aber Oh Es ist halt trotzdem Irgendwie so So schwierig Ich habe auch schon 20 Euro für Spiele Gezahlt Die waren nur 4 Stunden lang Oder so Und die waren halt Einfach gut Omno Zum Beispiel Omno ist So ein schönes Spiel Und du bist halt In 4 Stunden durch Zahlst aber 20 Euro Dafür Aber die sind es Absolut wert Weil diese 4 Stunden Sind einfach eine Wahnsinnige Erfahrung Manche sind auch Mäklig Ja 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 Es ist Ich glaube Dass das Internet Hat uns einfach Dahingehend auch Verdorben Erstmal meckern Erst meckern Und dann Mit ein bisschen Glück Vielleicht doch dem Ganzen eine Chance geben Schon Silt gespielt Noch nicht Noch nicht Steht aber auf meiner Liste Ich habe mich sehr Über das Release gefreut Als es dann plötzlich Da war Und ich auf Twitter gesehen Hab so Oh Ups Also die Ratings Sind momentan Von Silt Nicht etwas durchwachsen Auf Steam Die Bewertungen Aber Ich würde es trotzdem spielen Weil ich glaube Allein die Atmosphäre Macht viel aus Die macht sehr viel aus Es gibt wenig Spiele Wo du sagst Du hättest sogar mehr bezahlt Für das was dir geboten wird Sehr viele Wo du dich ärgerst So viel überhaupt Geld ausgegeben zu haben Ja okay Okay ja verstehe Wo ich gerne mehr gezahlt hätte Wäre zum Beispiel No Man's Sky Ich habe es aufgegeben Das zu spielen Weil die so viele Content Updates raushauen Dass ich einfach nicht Dazukomme Die alle irgendwie zu spielen Und baut übrigens gerade Bett auf der Couch Deswegen hört ihr gerade Komische Geräusche Im Hintergrund Ähm Da würde ich gerne Mehr Geld ausgeben Dafür Aber Geht ja nicht Die hauen ja alles kostenlos raus Und was ist Silt Ähm Warte 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 Silt Trailer Äh Das ist der Launch Trailer Ne Das ist der Launch Trailer Schalten wir den mal ganz kurz Auf Fullscreen Pause So Quali ist 1080 Ähm Oh Why though Oh Deswegen Scheiße Macht Sinn So Ähm Genau Warte Silt Ist Das 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 So Ton an Ist großartig Vor allem extrem atmosphärisch Und extrem laut Ich liebe diesen Grafikstil Ich finde den so gut Ich bin Sip Al Hai Also Hai Hai Das ist Silt. Okay, das Ende habe ich noch nie gesehen. Den Rest kannte ich. Nice. Ja, hervorragend. Genau, so. Ganz viele Dinger gleichzeitig. Welche Chat-Szene hatten wir drin? Keine Ahnung. Die hier? War das die? Nee, es war die andere, ne? Die hier war es. Genau. Also was die Leute momentan bemeckern ist, dass bei Silt die Rätsel alle sehr, sehr gleich sein müssen. Also es gibt keine... Also es soll keine Rätsel geben, die jetzt wirklich so einen Wow, ich habe es endlich gelöst Moment haben. Sondern die sollen alle sehr, sehr ähnlich sein. Aber allein die Atmosphäre hat mich komplett gepackt von dem Spiel. Das ist sehr, sehr geil. Hi Amy, Hallöchen, Hallöchen. Hast du den Steam Link mal in Discord unter Games gepostet? Oh, den hättest du dir gar nicht aussuchen müssen. Aber danke dir, danke dir. Du bist interessiert? Ja. Also ich habe auch noch vor, das hier auf dem Channel zu spielen. So ist es nicht. Vielleicht warten wir ein Update ab und dann gucken wir uns das mal an. Es gibt so viele versteckte Juwelen im Indie-Bereich, die einen bereichern mit der Erfahrung, wenn man sich auf sowas einlassen kann. Ja, ja. Genau darum geht es hier auf dem Channel. Juhu. Genau deswegen will ich euch hier Indie-Games präsentieren. Indie-Games präsentieren und wir werden kein Final Fantasy 16 on-stream zocken oder sowas in der Richtung. Weil das erstens tut das sowieso jeder. Zweitens ist das wieder was, was ich tatsächlich gerne privat erkunden will. Aber ja. Das Coffee Talk für dich entdeckt, das habe ich mal irgendwo gesehen, ja. Das ist auch sehr cool vom Konzept her. Wirklich cool. Inmos ist wirklich ein Top-Beispiel. Oder wirklich mindblown warst, wie viel philosophisch, emotionaler Dialog verbarot war. Ja. Holy shit. Und dieser Hase hat bleibende psychische Wunden hinterlassen. Mehr sage ich nicht dazu. Oh mein Gott. Dieser Hase. Ja. Hat es dir Darkwood gegönnt? Das kenne ich auch noch nicht. Das kenne ich auch noch nicht. Was hat es mit dem Stream-Titel auf sich? Ja, eigentlich zocken wir schon seit einer halben Stunde oder so. Clio, A Pirate's Tale. Deswegen. Heute ist Piratik. Arr. Ich habe es leider nicht immer geschafft, mir einen Piraten-Hot zu kaufen. Und mein Bart wollte nie so Jack Sparrow-mäßig werden. Also von dem her. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Pirat gerade. Aber. Stellt euch den Haken an meinem. Ne. Das ist der Metallhaken. Ja. Das ist nie geschehen. Also. So viel dazu. Death's Door vor einiger Zeit gespielt. Sehr zu empfehlen. Haben wir neulich erst durchgespielt. Letzte Woche. Großartiges Game. Großartig. Super gut. Ist auch hier für die Außer-der-Reihe-Games. Ja. Alles andere. Ich hätte auch Elden Ring on Stream spielen können. Da hätte ich garantiert keine Ahnung, wie viele 100 Stunden rausholen können. Ich habe jetzt 300 oder so im Game. Aber. Das hat halt auch jeder getan. Da biete ich lieber die Abwechslung. Mit kleinen Sachen, die nicht jeder kennt. So. Du hast einen Piratenhut. Und du bist schon dabei, ihn aufzusetzen. Sehr gut. Ich bin nicht der schlechteste Pirat, den du jemals gesehen hast. Das ist gut. Aber du hast mich gesehen. Ähm. Ja. Nein. Aber ihr habt mich gesehen. Wenn man es richtig ins Zitat packen wollen würde. Der absolute Geheimtipp. Elden Ring. Ja. Hat ja auch nur 13 Millionen Verkäufe und so. Oder waren es 12 Millionen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einige. Ähm. Holy Shit. Und das ist so gut. Und Chunky. Danke für den Host. Dankeschön. Hab es gerade nochmal gesehen. Ah. Aber ja. Ich kenne den Elden Ring Blues halt auch. Ne. Metroid. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich habe Minecraft gespielt. Weil ich wusste nicht, was ich sonst spielen soll. Ja. Ich wollte meine Spielstelle nicht weitermachen. Und irgendwie. Ich bin so alternativlos. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich mir Omno nochmal für einen Rechner kaufe. Wird sich auch lohnen. Aber. Ja. Ja. Was Darkwood spielt in Russland. in verwunschenen Wäldern. Oha. Du musst craften. Ich verschanzen. Bei Nacht kommen Kreaturen zum Vorschein. Hoffen, dass du überlebst. Plus Permadeath. Tod ist da echt Game Over. Oha. Also quasi ein Survival-Game. auf Hardcore-Schwierigkeit. Alles klar. Ja, verstehe. Verstehe. Klingt spannend. Ich bin nicht so unbedingt der große Survival-Typ. Vom Genre her. Aber. Klingt trotzdem spannend. Mit etwas Glück bekommen wir heute auch noch hohen Besuch, wenn es nicht schafft. Hast du schon wieder Werbung gemacht, Schockoble? Oh mein Gott. Das ist aber auch nur einmal kurz für 240 Stunden reingeluschert. Ja. Ja. Ähm. Ich bin jetzt bei 300. Ich habe 150 auf der Playstation. Und nochmal 150 am Rechner. Ich habe es ja gleich doppelt gekauft, das Spiel. Plus die Collector's Edition. Plus. Das war das teuerste Spiel meines Lebens bisher. Holy shit. Ein Horror-Game ohne Jumpscares. Ach so, Darkwood. Ah, okay. Okay. Ich habe neulich die Demo von Mortuary Assistant gespielt. Und holy shit. Ja. Oh, holy shit. Ähm. Das ist, das wird krass. Das ist ein Horrorspiel, das selbst mich anspricht. Also so richtig anspricht. Weil das ist fucking Horror. Dagegen ist Visage ein Scheißdreck. Ganz ehrlich. Ähm. Wird es auch hier auf dem Channel geben, wenn es dann irgendwann mal released ist. Aber. Oh ja. Das ist nice. Ne. Wenn selbst ich hier sitze. Und ich kannte die Demo schon. Ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Ich wusste, wo die Jumpscares sind. Und ich bin trotzdem erschrocken. Das wird toll, glaube ich. Das wird toll. Da wirst du jetzt hellhörig. Bei Visage bist du fast eingeschlafen. Ja, ich habe halt. Ja, Visage war halt irgendwie, weiß ich nicht. Hat mich nicht überzeugt als Horrorspiel. Aber Mortarary Assistant ist halt allein vom Setting her so unkonventionell. Weil du arbeitest halt in einem Bestattungsinstitut. Und du hast eine Leiche vor dir liegen. Und plötzlich hebt diese Leiche von dem Tisch ab. Und lauter so Blödsinn. Das ist mega gut. Erinnere ich mich an die junge Dame, die du auf Twitter erwähnt hattest? Äh, ja, tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ich sollte mal auf Twitter gucken. Ne, okay. Ja, ja. Ich fü- I see what you did there. Ach, schön. Wann fängt Sea of Thieves an? Gar nicht. Nein. Das ist ein Spiel, das... Nein, weiß ich nicht. Das spricht mich auch nicht so wirklich an. Das ist die Synchronsprecherin von Clio. Ja, das habe ich rausgefunden. Und nicht nur von Clio. Ich habe dann mal recherchiert und festgestellt, dass sie unter anderem... Wie hieß sie? Elizabeth Holmes in... The Dropout, glaube ich, hieß die Serie, gesprochen hat. Und daher kenne ich die Stimme gerade am aktuellsten. Ähm, und ja. Ja. Wäre cool, glaube ich. Visage war schon gänsehaut verursachend. Das Horrormäßigste daran war der Grundrass von dieser verfluchten Bude, durch die man von A nach B wackeln musste. Ja, Visage fand ich halt überhaupt nicht gruselig. Also, ne, das ist halt... Weil das ist genau der Horror, den ich nicht ausstehen kann. Ähm, der halt so 100% in meinen Augen auch vorhersehbar war. Ähm. Ne, und das hat mir... Ne, wir hatten Visage mal on Stream und... Die Einzigen, die sich geguselt hatten, waren die Zuschauer. Nicht ich. Ich fand die Rätsel spannend, aber das war es auch schon. Ja. Ja. Ne. Keine Ahnung. War nicht meins. War nicht meins. Ähm. Absolut nicht meins. Visage war dir zu arg geskriptet. Zu passiv. Zu berechenbar, ja. Ja. Ist bei Visage nur diese eine röchelnde Olle, das, was sie geguselt hat. Stimmt, die gab's ja auch noch. Ich glaub, die hat uns einmal erwischt. Hä, 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 hä. Ja, nee. Ne, ich... Von der... Von der Stimmung her eigentlich schon ganz cool, aber... Ne, ne. Horror ist halt echt so ein Ding. Das ist halt schwierig. Was, wenn du dich bei Visage erschrecken willst, schaust du in den Spiegel, da schreckst du dich vor deinen eigenen. Hm. Hm, ja, okay. Das kenn ich auch. Jeden Morgen. Wenn du ins Bad horkelst. Vor dem Spiegel stehst du. Oh Gott, nee. Ja, kenn ich. Weil es entfernt an P.T. erinnert hat. Oh, P.T. hab ich leider nie gespielt. Ich hab's so oft gesehen, aber... Ja, äh, äh... Dieser dämliche Teaser für Silent Hills, ähm... Was da nie gekommen ist, aber... Holy shit. Bestes Horrorspiel ever. Gefühlt. Und das war nicht mal lang. Das war halt einfach nur... Ein Flur, wo du fünfmal drum rumläufst, quasi. Mehr war's ja nicht mal. Ich will den letzten Schluck immer auf einmal nehmen. Und der ist immer zu groß. Immer. Gott. Ich bin halt einfach doof, ne? Das war eines der wenigen Horrorgames oder Demos, das sich irgendwie richtig gekickt hat. Ja, ich glaube... Ja, P.T. wär auch so ein Ding. Das hätt ich furchtbar gern selbst gespielt, ja. So. Bei Visage hast du dasselbe gemacht wie in Observer System Redux. Bei dem ersten Gegner erst mal, äh... Reinlaufen, tot. Wie echt bist du, Ripp? Ja, okay. Ja. Ja, nee, schauen wir mal. Also, Mortarary Assistant kann man sich auf jeden Fall mal merken. Das ist... Ja, das wird gut. Das wird tatsächlich gut. Das Röcheln kann man aus dem Controller-Lautsprecher. Oh, ich mag das überhaupt nicht, wenn die Controller... Wenn die Controller mit mir sprechen, ne? Ich bin da überhaupt kein Fan von. Das ist gar nicht meins. Ich will nicht, gerade hatte ich noch ein Horrorspiel gespielt? Nee. Nee, kein Horrorspiel. Keine Horror-Demo mehr. Aber ich glaube, ich habe auch tatsächlich das erste Dings gefunden. Das erste Point & Click, das mich überzeugt hat, als ich neulich mal Demos gezockt habe. Äh, Minds Beneath Us. Ähm. Sieht super spannend aus. Also, war auch super spannend. Oh mein Gott, hey. So, lasst mich mal kurz gucken. Minds Beneath Us. Am besten Resi 7 in VR plus Resi-Duftkerze. Fragst du dich echt, ob es ist, äh, was? Ob sich eine die Kerze gegönnt hat, die nach verwesentem Fleisch duftet? Bitte was? Was? So. Jetzt war das mal. Ich kopiere euch mal eben kurz den Link hier ins, äh, da. In den Chat. Das hier wird ein sehr, sehr cooles, äh, Point & Click. Das ist richtig gut. Also, die Demo hat mich sehr begeistert. Ist auch richtig gut ins Englische übersetzt. Ist, glaube ich, eine chinesische Firma, die das macht. Also, zumindest sieht so aus. Als ob. Kann man sich auch mal geben. Ich war an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr, sehr überrascht. Hier gibt es das Import für 15 Dollar. Äh, okay. Ja, gut. Wie riecht verwesendes Fleisch? Wahrscheinlich so ein bisschen wie gegrilltes. Nur ohne den, den, den Rauchgeruch. Dafür süßer. Glaube ich. Weiß ich nicht. Aber so würde ich es gerade bezeichnen. Ähm, so, ja, doch. Das wäre, glaube ich, meine Definition von, von verwesendem Fleisch. Immer noch besseres Merchandise als Badewasser. Ja, okay. Ja, ja. Oh Gott. Ja, das war ja auch so eine Sache, ne? Dieses Badewasser. Das Badewasser war halt nichts anderes als die Luxusvariante von gebrauchten Slips, die man kaufen kann, ne? Nichts anderes war das. Ähm, also, ja. Sondern nach Leder und Blut angeblich. Wie riecht denn Blut? Ich weiß, wie Blut schmeckt. Aber, ein bisschen metallisch. Aber ansonsten, okay. Wir schweifen ab. Ja, ein bisschen, ja. Genau wegen sowas gibt es ein Bonk-Emote, ne? Ab irgendwann demnächst. Weil, ich sehe schon Hornijail und so, ne? Blut riecht nach Sieg. Okay. Okay. Definiere den Geruch von Sieg. Blut riecht nach Eisen. Ja, ja, genau. Es schmeckt halt auch metallisch. Die Kerze hat einfach muffig gestunken. Ja, Tocobl. Genau. Genau. Ist das... Warte. Jetzt habe ich falsch geklickt. Nur, dass das kein Hammer ist, sondern eine Axt. Das ist weniger Bonk als Schlitz. Oder? Ne, ist doch ein Hammer. Sieht für mich aus wie eine Axt. Das ist eine Axt. Kann mir niemand erzählen, dass das ein Hammer ist. So. Fear the old blood. Ja, ist so. Ist so. Blut riecht wie ein Centstück. Ja, ja, doch. Ja, das... Ja, stimmt. Stimmt. Das kommt ziemlich genau hin, ja. Das kommt tatsächlich ziemlich genau hin. Wo ich so drüber nachdenke. Ja. Sehr schön. Gut. Da wir jetzt wissen, wie Blut riecht und schmeckt, würde ich sagen, ich mache ganz, ganz kurz das Päuschen, Leute. Ihr könnt versuchen, ob ihr Tetris spielt. Ansonsten, ich habe leider noch keine... Ich bin noch nicht dazugekommen, irgendwas Alternativiges dafür zu machen. Wenn ihr so lange kein Tetris schafft, dann quasi, dass Clips abgespielt werden oder so. Genau. Nicht wundern. Es läuft Werbung währenddessen für 90 Sekunden. Aber wenn ich das richtig sehe, betrifft die hier eh niemanden. Aber für alle, die dann gleich bei Clio reinkommen, Clio Pirates Tale, ganz gesprochen, ganz, ganz, ganzer Name genannt, so rum. Die haben halt dann erstmal keine Werbung für 30 Minuten. Deswegen, Leute, geht doch mal auf Klo. Geht Pippi und holt euch was zu trinken, holt euch was zu knabbern. Und dann sehen wir uns gleich, glaube ich. Ja, doch, hier. So, jetzt habe ich meinen Knopf gefunden. Bis gleich, ne? Ach so, shit. Ich habe vergessen. Das ist ja immer noch nicht automatisiert, dass ich mich hier ausblende. So, jetzt, gleich, ne? Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich merke schon, dass ihr das nochmal üben müsst. Ihr baut jetzt den Turm von Babel. Ja, das... Ja, so sieht's aus, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was der Highscore war. War der Highscore bei 1 oder 2? Habt ihr tatsächlich schon mal 2 geschafft? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab ja leider noch keine Highscore, die irgendwie geschweichert werden. Delay aus der Highscore, das Delay ist tatsächlich fies. Deswegen läuft's eigentlich auch super langsam. Aber ich hab das Gefühl, dass ich das Delay tatsächlich auch nochmal grundlegend anpassen muss. So, okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal ganz kurz hier in die Intermission. Keine Chance. Keine Chance. Ja, ich weiß... Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit da gerade eingestellt ist zwischen jedem Move. Das dürften 1,3 Sekunden sein. Ich glaube, es sind 1,3. Irgendwie sowas um den Dreh. Okay, so, ich muss noch ganz kurz die Kategorie ändern, natürlich. Ähm, Clio. A Pirate's Tale. Sehr schön. Fertig. Das sollte gleich angepasst sein für euch. 1-2 Stunden. Ja, aber dann... Könnte ich auch einen 24-Stunden... Könnte ich auch einen 24-Stunden-Stream daraus machen, so gesehen. Ha. Bring mich nicht auf Ideen. Ich bin Programmierer. Ich könnte das machen. Ähm, ja. Gut. So, Kategorie ist angepasst, glaube ich. Dann gucken wir mal ganz kurz. Spiel. Wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, teilweise Controller-Unterstützung. Ich glaube, wir spielen es einfach mit Maus und Tastatur durch. Ähm. Ich glaube, Dings lohnt sich da nicht. So. Okay, und dann machen wir mal Musik aus. Geh mal aus. Bitte. Und. Oh. Hier ist noch keine Musik. Oh. Hey, Hexer. Dankeschön. Thank you for playing Clio, A Pirate's Tale. This project is solo developed and was successfully funded by 1135 Packers on Kickstarter in 2020. The game is a love letter to the video games of my childhood and I really hope you enjoy it. Auch, das ist doch schön. Das ist doch schon mal richtig wholesome, wie wir hier allein ins Spiel rein starten. Das finde ich jetzt schon großartig. So. Press any button to continue. Ich habe einen Any-Button im Büro, nur nicht hier. Ich. Okay. Ich habe die Maus geklickt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das Spiel. So. Wir gucken erst mal hier auf die Lautstärke. Das kann lauter. Das sollte auch passen. Nein, warte. Sprache. Musik ein bisschen unterhalb des Sound-Effekts. Deutsch passt. Wo ist der Unterschied zwischen 2020 und Dingens? Es hat ja doch eine Controller-Steuerung, ha? Oh, aber ohne Joype. Ohne Stick. Ja gut, dann spielen wir ohne Stick. Nein, wir bleiben bei Maustastatur. Das passt schon. Speichern und zurück. Musik beziehungsweise Stimmen sollten recht laut sein. Ja, genau. Deswegen mache ich Sprache immer aufs Maximum. Gucken wir mal. Das sollte passen. Das sollte passen. Oh, ich mag den Look jetzt schon sehr. Ich mag auch das Pixel-Logo. Ich finde das großartig. Ob der Mond hier zufälligerweise an das C angelehnt ist? Ne? Oh, ich habe das Gefühl, ich glänze heute extrem in der Kamera. Ich habe mich vorhin nach dem Duschen eingecremt. Hätte ich nicht tun sollen. Höhöhöhöhöhö, so. Okay. Ja. Dann ein neues Spiel starten. Wisst ihr Bescheid? Du willst eine Geschichte hören, was? Mhm. Lass mich dir vorher eine Frage stellen. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ein beispielhafter Held? Ein markerschütternder Bösewicht? Eine bezaubernd markante Erzählerstimme? Hm, schadet nicht. Ein Happy End vielleicht. Nee, muss nicht. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, es gibt keine bessere Art, eine Geschichte zu beginnen als mit... Es war einmal. Mir. Mir. Piraten-Legende Captain Cabaker. Ha. Das war fast ein wenig zu einfach. Ich habe es mal wieder geschafft. Ich bin der Größte. Das Ehrlicht des Ignaz muss irgendwo hier vergraben sein. Afonso! Bring mir noch mal die Karte. Afonso für einen Affen. Okay, Dokumente. Unten links wird dir das aktive Dokument angezeigt. Drücke... Nee, nicht X. Oder klicke direkt auf das Feld unten links, um das Dokument anzuzeigen. Klick. Oh, eine Schatzkarte. Von Fluffy Island. Warum nicht Fluffy Island? Okay, aber das sieht tatsächlich nach der Stelle aus, wo wir gerade sind. Okay. Ja. Und nun? Ah, Rechtsklick. Alles klar. Bewegen oder Inventargegenstand. Unten rechts wird dir der aktive Inventargegenstand angezeigt. Im Moment kannst du diesen Gegenstand nicht benutzen. Sieh dich um, um einen Ort zu finden, an dem du den Gegenstand benutzen kannst. Klassisch Point and Click. Ähm. Ach so, ihr seht das nicht. Das ist eine Schaufel. So. Okay. Kann ich? Okay, ich muss laufen. Alles klar. Ich kann jetzt hier draufklicken. Oh. Oh. Warte. Interaktion. Wenn du mit einem Objekt, einem Ort oder einer Person interagieren kannst, erscheint dies am oberen Bildrand. Okay, das ist gut. Drücke A, um mit diesem Ort zu interagieren. Äh. Eine Stelle mit aufgelockerter Erde. Mhm. Hier würde es sich bestimmt lohnen, einmal zu graben. Mhm. Okay. Ich kann, glaube ich, auch einfach da draufklicken, ne? Wenn sich dein aktiver Inventargegenstand mit dem Objekt, dem Ort oder der Person in deiner Nähe kombinieren lässt, fährt sich der Rahmen orange. Oh, das ist nice. Drücke B oder klicke direkt auf das Feld unten rechts, um den Gegenstand am aktuellen Ort zu benutzen. Alles klar. So. Wir klicken. Hoch. Hoch. Nicht beim ersten Versuch? Ne. Das ist mir ja noch nie passiert. Ich grabe einfach nochmal. Wieder nichts. Okay. Langsam wird's peinlich. Ich finde den Typen bis jetzt sehr sympathisch. Okay. Das fühle ich weniger sympathisch. Geht doch. Okay. Captain Kabeika hat ein Säbel bei sich. Benutze ihn, um dich gegen die Skelette zu wehren. Drücke Y oder klicke unten auf die Tasche, um das Inventar zu öffnen. Wähle dann im Inventar den Säbel aus. Säbel. Ha! Nimm das, ihr Null-Diätler! Was? Okay. Äh. Ach so. Was? Moment. Oh, ich muss auf das Ding draufklicken. Oh Gott. Das ist ja ungewohnt. Okay. Das ist tatsächlich, glaube ich, mit Controller einfacher. Oder wäre einfacher. Oh. Habt ihr das Glitzern sehen? Da glitzert was. Oh mein Gott. Was ist da? Glänzendes Licht ansehen. Da glänzt irgendwas unter der aufgewühlten Erde. Ach so. Äh. Ja. Schaufel. Schaufel. Das sieht gut aus. Diese Null-Diätler. Ja. Irgendwie mag ich den Begriff sehr. So. Was ist denn das überhaupt für eine Schaufel? Die haben wir noch gar nicht angeguckt. Mit dieser legendären Schaufel habe ich mehr Schätze ausgegraben als alle meine Konkurrenten zusammen. Mit diesem legendären Säbel habe ich unzählige Ungeheuer erlegt und unzählige Essensreste aus den Zahnzwischenräumen entfernt. Kalimba. Ein altes, verstaubtes, aber gut gestimmtes Instrument, das mitten auf Flavki Island vergraben lag. Und was ist das hier? Ach, das ist die Schatzkarte. Auf dieser legendären Schatzkarte ist markiert, wo der Schatz von Flavki Island liegen muss. Die Karte hat auffällige Brandlöcher. Alles legendär. Ja, bis auf die Kalimba. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ach so, ja, jetzt habe ich die Kalimba. Ja, das ist... Warte mal. Ich grabe noch mal ein bisschen weiter. Hier ist noch ein bisschen mehr, oder? Nee. Ist hier noch mehr dieser lockeren Erde? So. Sieht nicht danach aus, ne? Ich glaube, wir brauchen die Kalimba für irgendwas. Ich weiß nicht für was, aber wir gucken mal. So. Ich kann sie nutzen. Ähm... Ja. Warte. Kaffee. Nö. Hm. Ist mir nie aufgefallen, dass das C-A-F-E ist. Dass das quasi auf der Tonleiter Kaffee steht. Finde ich gut. Okay, aber wir können nicht wirklich viel damit tun gerade. Okay. Warte mal. Kann ich hier irgendwo... Hier muss das sein. Irgendwo ist hier was. Definitiv. Wo ist denn der Typ? Da. So eine Kalimba hast du noch auf deiner Amazon-Wunschliste? So ein Ding hier. Ich kenne das irgendwie so ein bisschen als Kinderspielzeug. Oder was heißt als Kinderspielzeug? Ich kenne die eigentlich mehr oder weniger automatisiert mit diesen kleinen Rollen und also mit diesen kleinen Walzen, wo diese Pickel drauf sind. Sowas in der Richtung. Ähm... Ne, warte mal. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass wir... Ich habe das Gefühl, wir müssen hier... Warte mal. Sind das hier Ranken? Oh. Ach so, ja. Das Ding kann ich immer nutzen, ne? Ich weiß auch nicht, was wir damit machen müssen. Daumenklavier. Oh. Okay. Oh, warte mal. Oh. Oh, ich kann die Büsche kaputt machen. Das finde ich gut. Das finde ich nice. So. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber ich mach's mal. Alles für mehr Übersicht. So. Gott. Wahrscheinlich ist das Rätsel hier gerade super einfach und ich bin einfach nur zu doof dafür. Äh... Warte mal. Diese Palmen hier haben eine etwas auffällige Form, oder? Warte. Oh, warte. Die... Ach so, da. Steht hier irgendwas? Auffällige Brandlöcher. Äh... A, B, C, E. E. A, B, C, E, E. Oh, warte mal. Das entspricht dem, was... Oh. A, B, C, E, E. So wird das nichts. Da kam was. Vielleicht sollte ich nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Ach so. Ja, hab ich doch gerade. Ja, aber... 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 A, B, C, E, E. Passt doch. Die auffälligen Brandlöcher haben es doch gezeigt. Warte. Das probieren wir nochmal. Mal. Äh... A, B, C, E, E. Okay. Nee, mehr macht er nicht mehr. Warte mal. Wir haben hier noch ein E. Äh... A, B, C, E, E. Ja. Okay. Äh... Sie ist einfach hohes Potenzial darin, nervig damit rumklimpern zu können. Ja. Und das ohne, dass es die Nachbarn stört. Das ist noch so eine Sache, weil so laut sind die Dinger meistens nicht, ne? Äh... Okay. Also, das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir haben jetzt hier noch diesen Marker, ne? Also, die Dings haben wir hier gerade abgespielt. Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Warte. C, E. C, E, A. C, A, B. So kann ich es mir gerade merken. Äh, C, E, A, B. Aha. Guck mal. Wäre doch nicht ganz doof. Hold my Ukulele. So in der Richtung, ja. Achso, ich kann da rangehen. Flasche mit Ehrlicht nehmen. Endlich. Ja. Das Ehrlicht des Ignaz. Wie seine Augen leuchten. Schön. Okay. Wie es mit mir, Afonso und dem Ehrlicht weiterging. Klar könnte ich dir das erzählen. Doch im Mittelpunkt dieser Geschichte steht jemand anderes. Clio. A Pirate's Tale. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen bei diesem Spiel, ne? Kapitel 1. Captain Avery und der nasse Tod. Klingt ein bisschen nach Wasser. Clio. Oh. Hey, Clio. Doch, Clio. Okay. Okay. Clio. Hast du gehört, was Bad Herr Pete heute Morgen im Netz hatte? Wo? Womit hast du mich da gerade beworfen? Sag's ihr, Pete. Ich glaube, es war ein Schrimpkopf. Was? Was? Nein. Du sollst dir sagen, was du heute Morgen im Netz hattest. Du bewirfst mich mit einem Schrimpkopf? Ich sitze direkt neben dir. Hättest du mir nicht einfach auf die Schulter tippen können? Echt jetzt? Cocktailschirmchen. Was? Cocktailschirmchen. Was? Im Netz waren hunderte Cocktailschirmchen. Hey, Susi. Bekomme ich noch eine Flasche? Ich heiße Clio. Warum vergisst du andauernd meinen Namen? C-L-E. Ja, ja. Wie du meinst. Hol dem guten Pete einfach eine Flasche rum. Hm. 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 Warum immer darum? Pathé, Pete. Ja, ja. Gut. Wir wissen, wer in dieser Bahn einen haarigen Arsch hat. Das ist schon mal zu viel Information. Ah. Progress. Ja, ja. Das Rätsel war gar nicht. Das Rätsel war schon mal cool. Sehr cool. So ein cooler Artstyle. Gefällt mir auch sehr, ja. Ich mag Pixelgames allgemein. Ähm. Du liebst ihre Stimme so sehr. Ja, die ist, die ist tatsächlich nicht schlecht. Die passt auch voll zu ihr. Also so als, als Ding, was ich bisher so sehe. So. Postkarten ansehen. Rumfässer ansehen. Wir sollen, glaube ich, eine Buddel voll rum suchen, ne? Pathé, Pete und Papa ansehen. Nee, Papa. Nee. Auf gar keinen Fall. Wir gucken mal das Buch an. Weil das ist, äh, der Käpt'n von dem, von gerade eben. Entwetten und entwischen. Die Abenteuer des legendären Käpt'n Kabeka, Band 23. Es ist gerade so unglaublich spannend. Ach, da kommt diese Geschichte her gerade eben, ne? Oder vermutlich. So, Rumflasche nehmen? Nein. Will ich nicht. Rumfässer ansehen. Ich glaube, es macht gar nichts, dass ich nie Monkey Island gespielt habe. Ich glaube, die weiteren Referenzen fallen auf, ne? Bitte was? Bester Brummschädel rum. Wir machen rum. Hergestellt von Tinder Inc. Wir machen rum. Okay. Ja. Ähm, ja. Okay, Pathé, Pete und Papa. Braucht neun Rum. Schon wieder. Ach so. Ja, okay. Das war nicht mehr. Dann nehmen wir mal die Rumflasche. Nice. So. Dann haben wir Rum. Und dann geben wir die Rum. Hey. Wusstet ihr, dass Käpt'n Kabeka... Zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist. Gegen sechs wandelnde Skelette kämpfen musste. Ich glaube, es waren fünf. Eine Geheimtür mit einer Kalimba geöffnet hat. Okay, warte. Das ist keine Fangfrage. Das stimmt alles. Ähm, warte. Was klingt am unglaubwürdigsten in so einem Kontext? Der Affe ist Piratenstandard. Skelette sind seit Flucht der Karibik auch Piratenstandard. Kalimbas hingegen? Hm. Eine Geheimtür mit einer Kalimba geöffnet hat? Hey, Pete. Wie heißt nochmal die Bucht, in der du immer diese ganzen verrückten Sachen findest? War Nemo Bay. Hm. Der beste Ort zum Fischen. Ich wollte gerade was erzählen. Muss ich's dir immer wieder sagen. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Wir sind Barkeeper. Unsere Gäste erzählen hier ihre Geschichten. Wir geben ihnen eine Flasche Rum und hören zu. Nicht andersrum. No. Zuhören? Das soll wohl ein Witz sein. Man kann doch riechen, was er heute gemacht hat. Fische gefangen und Rum getrunken. Ja, richtig. Pete hat Fische gefangen. Für Herberts Fischsuppe. Während du nur in deinem bescheuerten Piratenbuch voller Hirngespinste geblättert hast. Das sind keine Hirngespinste. Entwenden und Entwischen ist die Buchreihe über den berühmten Käpt'n Kabeca. Kabeca ist ein echter Abenteurer. Eine Legende. Und nicht so ein Verlierer wie... Pete. Du. Carla. Habt ihr noch was von dieser würzigen Soße? Cleo. Nee, ähm... Soja. Bring ich dir, Pete. Cleo, bevor du dich hier zu Tode langweilst, bring Granny Gabel noch eine neue Flasche Rum. Sie ist draußen am Steg und strickt. Ei, ei, Käpt'n. Wie sie einfach nicht beachtet wird. Ja, schwierig. Das ist richtig. So, okay. Wir sollen irgendjemanden rumbringen. Dann, äh... Schauen wir uns mal um. Halt der LB gedrückt, um zu rennen. Schwierig. Ähm... Bitte? Warte. Shift vermutlich. Shift. Ja. Ja. Sehr gut. Äh... Wahrscheinlich, weil ich vorhin mal auf das Ding ins geklickt hab. Auf Controller-Steuerung. Wie die Mimik stets angepasst wird in die Dialogbox in den Figuren. Ja, es ist super. Es ist bisher richtig gut. So. Wir schauen uns erstmal um, ne? Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Garderobe. Garderobe. Achtung. Keine Haftung. Standard. Ach so. Deswegen muss ich die blöden Jacken immer vom Boden auf sammeln. Oh Gott. Keine. Ja. Okay. Wow. Nice. Lieber nicht. Der Geruch von Herberts Fischsuppe ist wirklich nur schwer zu ertragen. Mh... Okay. Sie ist offensichtlich kein Fan von Fischsuppe. Ah. L und B. Ja. Kleine Schwester ansehen. Ach so. Wir haben eine Schwester. Das ist meine kleine Schwester. Erzählst du mir eine Piratengeschichte, Cleo? Später. In Ordnung? Manu. Oh Gott, hey. Ja. Kleines, nerviges Kind. Mehr oder weniger. So. Verlassenen Tisch ansehen. So sieht es also aus, nachdem ein Mann mit zwei Hakenhänden versucht hat, Suppe zu essen. Mhm. Nicht so geil. Wer bist du? Pete's Crew. Moment. Der hat eine Crew. Faszinierend. So. Das ist Pete's Crew. Sie spielen Krakenfodder. Ich kenne die Regeln aber leider nicht. Das ist nichts für Kinder. Ja, genau. Und nichts für Mädchen. Genau. Und nichts für... Ähm... Ja, verzieh dich, Mann! Von dem habe ich schon gehört. Das scheint so ein kleines Minigame zu sein, das man tatsächlich im Spiel spielen kann. Bin ich sehr gespannt drauf. Was, Herr Pete, von hinten? Muss ich wirklich mehr dazu sagen? Okay. Er hat also auch ein Maucher-Dekolleté. Alles klar. So, dann schauen wir uns doch mal den betrunkenen Gast hier an. Frank! Hey! Frank! Na, das wird aber noch ausgetrunken, Kumpel. Zählt das hier eigentlich als Kinderarbeit? Wenn ich gerade so drüber nachdenke? Ne? Cleo arbeitet hier offensichtlich in einer Bar. Also noch dazu in einer Bar. Als Kind. Also bitte. Dartscheiben in schlecht beleuchteten Bars. Ich wette, das ist eine Erfindung der Augenklappenindustrie. Brotipp für Dartscheiben in Bars. Trinkt vorher. Bechert. Bis ihr kaum noch stehen könnt. Ihr trefft danach besser. Vertraut mir. So, Harry, it's Gary. Ja, absolut. So, zum Steg gehen. Okay. Was bist du denn? Ach, das ist eine Katze. Da unten ist ein Fisch wahrscheinlich. Ne? Irgendwo. Okay, ich vermute... Ja, sie strickt. Da müssen wir also hin. Also reden wir mit dir, Angler. Keine Fische fangen auf. Gib alles, grauer Wurm. Ich glaube an dich. Ja, jetzt beißt garantiert nichts mehr an. Oh, ein Schiff. Okay, cool. Wo sind wir hier überhaupt? Das ist eine Bar mitten im Wasser. Mitten im Nirgendwo. Auf drei Felsen gebaut oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht sollte ich doch mit Controller spielen. Andere Länder, andere keine Arbeitsschutzgesetze. Ja, ja, ist so, ne? Ich weiß nicht, ob es da Regulierung für Kinderarbeit gibt. Ja, ich bin mir hier auch nicht so ganz sicher. Also, mal gucken. Grau, grauer Wurm. Warte, das war eher hier oben, ne? Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Im Nichts fangen bin ich auch ganz gut. So. So. Das ist Granny Gabel. Zumindest nennt sie jeder so. Wie sie wirklich heißt, weiß niemand. Uh. Gespenstisch. Das ist Granny. Ach so, das hatten wir schon. Und dann gebe ich dir mal. Hallo, Granny Gabel. Ich hab hier neuen Rumpf für dich. Ja, ich weiß. Ich wär auch gern da draußen. Fremde Inseln entdecken. Abenteuer erleben. Irgendwo anders sein. Nur nicht hier. Okay, das ist ne Abfuhr. Okay. Immer ein großer Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Granny Gabel. Hä? Was haben wir heute wieder gelacht? Was? Ich sprech sie nochmal an. Immer ein großer Spaß. Hä? Oh, schade. Vielleicht wär's hier noch woanders hingerollt. Okay. Jetzt wartet mal. Vielleicht nehm ich doch mal den Controller in die Hand. Vielleicht ist das damit doch etwas angenehmer. Gucken wir mal. Oh, geht doch mit. Ja, okay. Geht mit Stick. Dann bin ich happy. So, Boot ansehen. Dann machen wir das. Das Schiff riecht wie Piet. Ach, das ist Peets Boot. Oder riecht Piet wie das Schiff? Hm. Naja. Jedenfalls riecht beides nach Fisch. Ich bin aber ganz ehrlich. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach nem Fischerboot aus. So, okay. Was haben wir eigentlich im Inventar? Nichts. Ja, das ist nicht so wahnsinnig viel. Okay, ja, dann gehen wir mal wieder zurück, weil uns bleibt gerade nichts anderes übrig. Wir können nicht mehr tun. Wow. Die angeregte Unterhaltung mit Granny Gebel war wieder einmal erfrischend. Kann ich jetzt bitte weiterlesen? Hey, wo ist mein Buch? Oh. Vielleicht bekommst du's wieder, wenn du Hackebeil Herbert in der Küche geholfen hast. In der Küche? Komm schon. Oder dein blödes Buch landet schneller im Ofen, als du Schrimpkopf sagen kannst. Oh. Ich mag's irgendwie sehr gerne, dass die alle Namen haben, die mit den gleichen Buchstaben, also Vor- und Nachname beginnen. Okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt Hackebeard, Herbert, nein, Hackebeil, wie hieß er? Hackebeil Herbert, glaub ich. Irgendwie sowas in der Richtung. Oh Gott, ja, das, oh, das stinkt hier glaub ich echt massiv. Puh, der Ofen brennt heute besonders heiß. Als ob es in einer karibischen Küche nicht schon heiß genug wäre. Oh, wir haben endlich eine Location, wir sind offensichtlich in der Karibik. Nice. So, Fisch nehmen. Nur wenn ich wirklich muss. Okay. Alles klar. Fischköpfe. Egal, wo ich stehe, diese Fischaugen sehen mich direkt an. Brrr, gruselig. Mhm. Das ist tatsächlich gruselig. So, was haben wir hier sonst noch? Messersammlung. Wie ging das Sprichwort noch? Ein Messer im Rücken kann auch... Äh, äh, nee. Ich glaub, das ging irgendwie anders. Was, der Hackfleisch hackende Herr, Bert? Meinst du, der hat auch so einen haarigen Arsch? Gucken wir mal, kann ich mit dir sprechen? Ähm, Sprich... Ah, da. Hackebeil her, Bert, so heißt er. Hey, Herbert. Hallo, Cleo. Was für ein toller Tag heute, nicht wahr? Verdammt, schöner Tag. Mhm. Ich soll dir helfen. Stimmt. Super, dann macht's ja noch mehr Spaß. Bring mir bitte die Fische dort aus dem Netz. Klar. Okay. Haarig auf jeden Fall. Ja, aber eher vorne rum als hinten rum. Okay, wir müssen tatsächlich einen Fisch nehmen. Irr. Warum so gut gelaunt? Fällt dir denn nichts an mir auf? Schau genau hin! Bist blutig? Fragezeichen. Hm. Neues Hackebeil? Falsch! Der erfahrene Koch weiß, ein Hackebeil ist nur so gut wie... Wie? Der Koch, der damit hackt? Wieder falsch! Das Brett, auf dem es hackt! Ah, neues Schneidebrett. Ich verstehe. Ach so. Moment. Fisch. Ganz recht! Dieses Schneidebrett ist aktuell die Stradivari unter den Schneidebrettern. Manche sagen sogar, es sei fast so gut wie eins von Schneidebrett-Pitt. Oh Gott. Das hat einen Moment gedauert. Schneidebrett-Pitt. Denkt mal drüber nach. Schneidebrett-Pitt? Was? Noch nie was von Schneidebrett-Pitt gehört? Er ist eine Legende in der Schneidebrett-Szene. Er hat nur eine Handvoll Schneidebretter hergestellt. Man sagt, diese Bretter seien unbezahlbar und unzerkratzbar. Genau dein Humor. Ja. Aber das hat echt, das hat einen Moment gedauert, bis ich den gerafft habe. Wow. Aber schön. Was ist aus diesem Schneidebrett-Pitt geworden? Er hat einen heiligen Blut eingeschworen, nie wieder ein Schneidebrett herzustellen und sich zurückgezogen. Seither hat man nichts mehr von ihm gehört. Das erinnert mich gerade sehr an Kill Bill. Was zum... Was? Da ist eine tote Hand und ein Buch in meinem Fisch. Wow. Das ist ein echtes Piraten-Lockbuch, Herbert. Beim Klamautermann. Das kommt mir nicht in die Suppe. Ich gehe deinem Vater Bescheid sagen. Die Suppe sieht übrigens nicht appetitlich aus. Also nicht mal ansatzweise. Ich meine, schaut euch das an, diese Brühe. Mh. Sumpfgrüne Fischsuppe. Garniert mit glibbrigem Fischkopf. Angereichert mit... Was auch immer da gerade in den Topf reinkrabbelt. Äh. Okay. Bäh. Nee. Muss nicht. Ich muss unbedingt wissen, was in diesem Buch steht. Aber diese knochigen Finger halten es zu. Hm. Mal sehen. Okay. Was tust du? Ähm. Was tue ich? Äh. Ach so. Oh. Erhungenschaft freigeschaltet. Fingerfertig. Ja, das war nicht so schwer. Des furchtlosen Abenteurers Käpt'n Avery Allwig. Drei Tage und Nächte habe ich gegen das Ungeheuer kämpfen müssen, ehe ich es bezwingen konnte. Ich werde den Hafen noch heute Abend verlassen. Ha! Wenn mein Schiff unter der Last des ganzen Goldes nicht direkt auf den Meeresgrund sinkt. Der Wind steht günstig, um zu meinem vorerst letzten Ziel zu segeln. Denn einen Schatz werde ich noch suchen und finden. Den größten aller Schätze. Den Schatz der ewigen Erinnerung. Mhm. Okay. Wow. Ein echter Pirat. Ja. 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 Was war das? Das haben nur wir gesehen offensichtlich. Gut. Das sieht ausgebrochen. Irgendwo auf der Grand Line. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht gibt es hier sowas wie die Grand Line. So, schauen wir uns mal hier wieder ganz kurz an, bevor wir uns diese Nachricht mit Blut geschrieben an der Wand anschauen. Mist. Herbert wird mir den Kopf abhacken. Ja, aber ich habe doch gar nichts mit dem Brett gemacht. Oder? Habe ich das jetzt übersehen? Haben wir was mit dem Brett angestellt? Hier ist ganz viel gerade passiert. Oh nein. Die gute Suppe. Ich bin nicht sicher, ob es um die Suppe wirklich so schade ist. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde es auch gut, dass wir hier einfach drüber latschen können, ne? Und kaputt war. Aber wenn es schon mal kaputt ist, dann können wir auch noch so, ne? So, Blutfleck. Blutfleck. Bitte was? Der Geist war das mit dem... Ah, ja, ja, okay. Das kann sein. Mein Schneidebrett! Was ist denn hier los? Ich... Also... Da war... Warum das Schneidebrett? Cleo? Das war ich nicht. Da war ein Geist. Ein Geist? Jetzt reicht's aber. Du sollst mit den Lügengeschichten aufhören. Aber ich lüge nicht. Cleo, wird Zeit, dass du endlich erwachsen wirst. Und mit diesem Quatsch ist jetzt Schluss. Wo hat er das Buch her? Mein Buch? Nein! Ach so... Nein! Oh. Morgen früh fährst du mit Piet raus zum Fischen. Was? Ich kann nicht mal schwimmen. Du willst doch ein Abenteuer erleben. Und ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Keine Widerräder. Okay. Wir gehen also mit Piet fischen. Was? Warum? Äh. Die unheimliche Geistererscheinung ließ Cleo in dieser Nacht kein Auge zu machen. Was sollte das alles bedeuten? Der Geist. Der blutige Schriftzug. Jichu Milele. Cleo schlug das mysteriöse Logbuch auf, das sie gefunden hatte, und begann darin zu schreiben. Okay. Sie macht es also einfach zu ihrem Logbuch. Finde ich gut. Finde ich gut. Doofer Papa, eher schon, ne? Es ist so früh. Ei. Und das ist auch gut so. Wieso? Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische in die Panemo Bay. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Aber ein altes Fischersprichwort besagt, ist man früh in der Bucht, ist Fische fangen eine Wonne. Du meinst eine Wucht. So ein Blödsinn. Es heißt ganz sicher Wucht. Schau dich ruhig ein wenig auf dem Boot um. Ich sag dir Bescheid, wenn wir uns Panemo Bay nähern. Okay. Panemo Bay. Unser nächstes Ziel. Nice. Mandarin. Ich weiß nicht, ob das Mandarin sein sollte, ne? Ich bin noch unentschlossen. Jichu Mi... Nein. Jichu... Jichu Mi Lele. Irgendwie so. Es wird sich aber sehr wahrscheinlich noch zeigen. Auf ihrer Reise schreibt Cleo ihre Gedanken in das Logbuch, das sie gefunden hat. Das Symbol oben links erscheint, wenn Cleo einen neuen Eintrag gemacht hat. Um die Einträge zu lesen, wähle im Inventar das Logbuch als aktives Dokument aus und öffne es. Okay. Warte. Inventar. Hier. Logbuch. Was haben wir geschrieben? Haben wir... Ach so, da. Cleos Logbuch. Ich kann nicht schlafen. Was ist da heute mit mir passiert? Habe ich wirklich einen Geist gesehen oder war ich von Herberts Fischsuppen gestankt paralysiert? Aber das kann nicht sein. Die verschüttete Suppe, das zerbrochene Schneidebrett und vor allem der blutige Schriftzug an der Wand. Jichu Mi Lele. Was das wohl zu bedeuten hat? Nächster Eintrag. Ja. Papa hat das alles wirklich ernst gemeint. Ich musste wirklich mit auf Bad Herr Pieds Boot. Es stinkt. Ich bin müde und mir ist langweilig. Ein Abenteuer zu erleben, stelle ich mir wirklich anders vor. Okay. Ja gut. Kann ich mit dir nochmal... Kann ich einfach den Anker werfen und wir drehen um? So Flug-der-Karibik-Style-Manöver und... Nein? Wow. Pied sieht heute Morgen richtig frisch aus. Riecht aber nicht so. Ich wollte gerade sagen, er lallt nicht mal. Also offensichtlich ist er Alkohol sehr gewöhnt. Ist der hier... Ne, okay. Ich wollte gerade sagen, der ist nicht allein hier, ne? Der hatte ja eine Kuh. Ein Hammer, eine Flasche Rum, eine Zange, noch eine Flasche Rum und eine Tube Holzleim. Ach nee, ist eine Flasche Rum. Ich wollte... Der Holzleim wäre aber wahrscheinlich praktischer bei einem Holzboot. Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich. So. Kann ich mit dir quatschen? Ah ja. Na, wer hat gewonnen? Hm? Beim Kraken fordern gestern. Ich stehe hier in der prallen Sonne und repariere ein Fischernetz. Also rate doch mal. Oh, tut mir leid, dass du verloren hast. Was? Wieso? Nein. Ich hab gewonnen. Und wieso musst du dann das Netz reparieren? Ich darf das Netz reparieren. Ein Seil zu knoten ist die ehrenvollste Aufgabe an Bord eines Bootes. Einen Knotenknoten? Ei, ein Knotenknoten. Knotenknoten. Kann das nicht jeder, der, nun ja, aus seinen Klettverschlusssandalen rausgewachsen ist? Es mag einfach aussehen, aber es ist eine Wissenschaft, eine Kunst, eine Religion. Ich kenne die 605 Seefahrerknoten, der 55 Knoten Großmeister. Auch genannt, die Notfather. Okay, was? Regal auf dem Boot? Hältst du für nicht so sinnvoll? Naja, kommt drauf an. Ein Schrank wäre wahrscheinlich besser, also mit geschlossenen Türen, aber prinzipiell, wenn man mal schnell eine Flasche rum braucht. Ne? Und es gibt tatsächlich eine Unmenge an Seemannsknoten, ne? Ich kann genau einen. Das ist der flache Knoten. Und selbst den kriege ich meistens nur auf den zweiten Try hin. Also, ja. Ich glaube, ich bin mal ein bisschen sarkastisch. Ich neige mein Haupt, oh Meister. Auf einem Fischerboot sollte jedes Crewmitglied diese Knoten beherrschen. Bringt es uns Unglück. Da geht es um Leben und Tod. Ich kann dir zeigen, wie du jeden beliebigen Knoten innerhalb von Sekunden lösen kannst. Na? Willst du wissen, wie das geht? Du wirst uns alle noch umbringen, Mädchen. Okay. Du kennst nur Slipknot? Ja, okay. Das kenne ich auch. Äh, doch. Eigentlich will ich ihn ja nicht abhalten, ne? Aber ich bin vielleicht ein bisschen neugierig. Und wir fragen mal, ob er Jichumilele schon mal gehört hat. Schon mal das Wort Jichumilele irgendwo gehört? Nein, noch nie gehört. Ist definitiv keiner der Notfather. Ich will dich von deiner heiligen Aufgabe nicht länger abhalten. Gut, Knot. Oder was auch immer. Schön. Okay. Ja, gut. Äh, wir können offensichtlich aufs Meer sehen. Ich hab das Gefühl, dass wenn wir aufs Meer sehen, dass es dann weiter geht. Ähm, andererseits. Wo ist der Eisberg, wenn man ihn braucht? Seid verflucht. Seid verflucht, karibische Temperaturen. Okay. Gut. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Was sagt sie hier? Tolle Aussicht. Das ist der perfekte Platz an Bord. Um sich zu übergeben, wenn dieser Fischgestank nicht endlich aufhört. Ich mag ihren trockenen Humor. Holy shit. Ich mag den sehr. Voll gut. Meinst du, dort kannst du Meer sehen? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das ist die Referenz. Da ist aber irgendwas dahinter. Irgendwas ist da dahinter. Kann ich das? Nein? Ich kann... Oh, nein. Moment mal. Da steckt ein Zettel hinter dem Poster. Ich wusste doch. Not Father ist quasi Gott Father. Ich hatte mir das schon gedacht. Aber jetzt mit dem Poster. Dieses Poster. Oh, warte mal. Es gibt noch einen Laderaum. Okay, da schauen wir auch gleich noch rein. Vorher quatschen wir aber, glaube ich, mit ihm. Und schauen uns, bevor wir mit ihm quatschen, noch das da an. Was ist das hier? Köderliste. Auf dem Zettel steht, die zehn besten Köder. Bei Nummer acht musste ich weinen. Ähm, okay. Gut. Ja, dann Erik. Hey, was machst du da? Ich pflege mein Krakenfodder-Set. Kannst du mir das beibringen? Klar. Zunächst musst du die Rum- und Blutreste abwischen. Dann kann die eigentliche Pflege beginnen. Nein, nicht die Pflege. Die Spielregeln meine ich. Von Krakenfodder. Ach so. Hm. Warum eigentlich nicht? Zur Abwechslung würde ein neuer Gegner mal gut tun. Cool. Hast du dein Set dabei? Äh, ich hab keins. Tja, das ist schlecht. Vielleicht kann dir Knotenjoe sein Set leihen. Frag ihn doch mal. Okay. Vielleicht zurück. Okay. Nicht worauf, aber irgendwo ran kann man die ausrichten offensichtlich und die wird irgendwas offenbaren. Keine Ahnung was. Aber ich vermute, die ist noch wichtig. So. Jetzt leihen wir uns mal eben kurz das Set aus, ne? Hey, Captain Klettverschluss. Ich bin's nochmal. Psst. Ich muss das hier noch kurz fertig knoten, bevor ich den Faden verliere. Hasenohr. Schieß ein Tor. Wuppdiwupp. So. Fertig. Was willst du? Okay. Kann ich mir dein Krakenfodder-Set ausleihen? Nein. Krakenfodder ist ein Spiel für Seemänner. Du bist kein Mann. Und du gehörst auch nicht auf See. Ein altes Fischersprichwort besagt, kannst du nicht richtig knoten, sollst du nicht sein auf hoher See. Du meinst auf Booten. Und ich kann übrigens sehr wohl knoten. Ha. Du wusstest ja nicht mal, wer die 55 Notfarver sind. Klar weiß ich das. Ach ja? Beweis es mir. Kein Problem. Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie... Ein unsterblicher Muffin mit einem Piratenhut. Da. Muffin mit Piratenhut. Bitte was? Ach du Scheiße. Eine alte Codescheibe wie damals bei den alten Adventures. Ja, ich hab nie Monkey Island gespielt. Also ich hab's mal angefangen auf der PS3, als das erste Remake, glaube ich, davon rauskam. Und dann, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich hab's nie zu Ende gespielt. Ähm. Diese Referenzen werde ich also sehr wahrscheinlich nicht erkennen. Sollten da welche sein. Äh, jetzt pass auf. Was hat er gesagt? Donut mit... Fuck, was? Lass mich einen Moment darüber nachdenken. Obacht. Donut mit Piratenhut. Ein Knoten wie... Ne, Muffin. Ein unsterblicher Muffin mit einem Piratenhut. Richtig? Ei. Haben wir irgendwas, das sich auf Muffin reimt? Nein. Hm. Haben wir irgendwas, das sich auf Hut reimt? Nein. Schwierig. Den Handelsversionen lag sowas bei, was das Kopierschutz dienen sollte. Ah, okay. Es sieht random aus. Ist das eine andere... Ne, ist das eine andere Reihenfolge als gerade eben? Ich weiß es nicht. Ich... Ja, okay. Wer klingt denn hier nach Muffin? Ähm, jetzt mal ganz... Ne, Martin, Muffin, klingt fast ähnlich. Martin? Ha, wusste ich's doch. Du hast absolut keine Ahnung von Knoten. Sieh zu, dass du Land gewinnst, Mädchen. Okay, warte. Wir finden das raus. Ich wette, hier gibt's irgendwo... Wow. Ne. Vielleicht hilft uns der Typ unten. Vielleicht hilft uns der. Markus ist der einzige Name, der eben auch dabei war. Okay. Warte mal. Warte, 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 warte. Du meinst also, die sind so richtig random, bis auf den einen richtigen? Ach, sagt es, lass es mich noch. Ja, du hast zwar keine Chance, aber na gut. Scheiße, neuer Knoten. Mal überlegen. Wie wär's damit? Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie... ...ein gigantischer Papagei. Mit einem Piratenhut. Okay. Warte mal, Liam hatten wir gerade schon. Metz hatten wir auch schon. Sonst habe ich keine Ahnung, was das sonst an Namen ist. So. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ich hoffe, ihr habt einen Screenshot gemacht. Ich versuche ihn geistig zu machen. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Lass mich kurz drüber nachdenken. Moment drüber... Na, lasst ja ruhig... So. Ein Knoten... Ei. Welcher Name war hier gerade auch drauf? Die sind tatsächlich komplett unterschiedlich. Fuck. Ähm... Ja, shit. Welcher Name ist denn das jetzt? War Quentin... Nee, Quentin war davor, glaube ich, dabei. War es Pit? Ulf? War Kenny da... War Kenny gerade eben dabei? Äh, ich hab keine Ahnung. Ich sag mal Joe. Joe? Falsch. Oh. Falsch. Falsch. Jetzt sich freut der Sack. Okay. Ach so, Joe ist er. Ach, sagtest du Knoten? Ach so. Lass es mich nochmal versuchen, Kumpel. Ja, du hast zwar keine Chance, aber na gut. Ein neuer Knoten. Mal überlegen. Knoten. Wie wär's damit? Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie... Ein betrunkener Wurm. Mit einem Schnurrbart. Wie viele Knoten gibt's hier? Wisst du was? Ich mach da jetzt ein Foto von. Ich cheate jetzt. Ich kenn da nix. Aber ich muss so weit zurück. So. Klick. Und dann können wir da nämlich gleich mal nachgucken, welcher Name jetzt davon übrig ist. So, lass mich kurz darüber nachdenken. Einen Moment darüber nachdenken. Na, lasst ja ruhig Zeit. Okay. So. Und jetzt schauen wir, welcher Name zweimal kommt. Ein betrunkener Wurm mit einem Schnurrbart. Richtig? Ei. Okay. So. Pass auf. Wir haben Steve. Benny! Ich bin voll und ganz für Benny. Aber ich glaube, das ist es nicht. Der war nämlich gerade nicht dabei, ne? Ne. Der war gerade nicht dabei. Oh, cool. Google hat hier einfach ein Gift draus gemacht. Ja, das find ich nice. Äh, jetzt pass auf. Äh, Steve. Caesar. Warte mal. Steve haben wir. Steve ist rechts. Haben wir Caesar? Nein. Haben wir Sven? Äh. Nein. Haben wir Tommy? Nein. Haben wir Jan? Nope. Liam? Nein. Frank? Es ist Steve. Caesar ist da? Oh, shit. Oh, tatsächlich. Okay. Scheiße. Es ist doch nicht so, dass das Dingens... Ähm. Oh. Ja, das ist jetzt doof. Warte mal. Haben wir Jim auch nochmal? Ne, Jim haben wir nicht nochmal. Tobi. Tobi, 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 Tobi. Ne, der ist nicht nochmal da. Vern ist, glaube ich, auch nicht nochmal da. Jens. Okay, es ist Steve oder Caesar bisher. Äh, Alex. Nope. Khan. Ja, haben wir auch nochmal. Okay. Also, wir haben Steve, Khan oder Caesar. Oh, shit. Oh, Benni haben wir hier auch schon doppelt. Oh, damn it. Es ist die komplette rechte untere Ecke. Die rechten unteren vier. Steve? Ja, ich bin auch für Steve. Minecraft Steve. Warum auch immer. Steve? Falsch. Nein. Jetzt hau endlich ab. Moin. Ich hätte meinen Namen nehmen sollen. Ach, sagst du Knoten? Lass es mal. Warte. Wie wär's? Wer hat diesen Knoten? Ein unsterblicher Oktopus. Mit einem Holzbein. Ja. Ja. Das ist... Ich nehme jetzt einfach mal die goldene Mitte, ne? Lenz? Gute Antwort. Aber vollkommen falsch. Moin. Jetzt zähle eine. Shit. Okay. Ach, lass es. Moment. Wer hat diesen Knoten? Ein betrunkener Wurm. Mit einer Hakenhand. Hakenhand. Das ist eine Vermutung. Ja. Caesar ist immer dabei, oder? Gefühlt. Peter ist aber auch öfter dabei. Ich sag mal Caesar. Caesar. Deine Unwissenheit wird uns noch alle umbringen. Oh, man, ja. Gib mir aus den Augen. Oh, Joe. Gib mir halt einen Hinweis. Ach, lass es mir. So, warte. Wer hat diesen... Ein unsterblicher Käfer. In einem Monokel. Es reimt sich halt irgendwie auch noch nix. Lass mich einen Moment darüber nachdenken. Ja, warte. Lass dir ruhig Zeit. Möglicherweise habe ich eine Idee. So. Wir gehen erst mal kurz unter Deck. Sollst du sagen? Deine Vermutung. Na ja, warte mal. Äh... Gut. Nein, da ist nichts. Vielleicht hilft er uns. Kennst du dich mit Knoten aus? Hör mir bloß auf. Den ganzen Tag nervt Joe mich mit seinen bescheuerten Knoten. Fang du nicht auch noch damit an. Äh, ich wollte doch nur... Wenn du noch einmal das Wort Knoten sagst, werf ich dich über Bord? Das schwere ich beim Tattoo meiner Mutter. Okay, okay. Moment mal. Hat deine Mutter ein Tattoo? Hast du ein Tattoo deiner Mutter? Oder hat deine Mutter dich tätowiert? Ein altes Fischer-Sprichwort besagt. Willst du arbeiten auf dem Kutter? Tätowier dir deine Mama. Ihr drei seid in die gleiche Klasse gegangen, was? Dieser Knoten, Joe, macht mich wahnsinnig. Ständig höre ich ihn im Lagerraum vor sich hinbrabbeln. John, Karl, Frank, zum Kotzen. Ich glaube, er hat sich da drin irgendwas gebastelt, um diese Namen auswendig zu lernen. Also lass mich bloß damit in Ruhe. Und komm erst wieder, wenn du das Kraken vor der Set hast. Shit, ich habe die Namen schon wieder vergessen. War das John, Karl, Frank? Ab. Er ist halt abgeschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. So. Und hier oben ist... Nee, hier unten ist sonst nichts mehr, ne? Da ist nichts. Haben wir sonst irgendwas im Invent... Äh. Äh, wieso haben wir eine tote Hand dabei? Ja, Igitt. Äh. Okay, ich rüste sie mal aus. Ich weiß nicht, ob sie was bringt, aber ich rüste sie mal aus. Vielleicht können wir irgendwas mit der tun. Nein. Können wir nicht. Also nicht hier. Den Kuss 10 Männern und Sprichwörter haben sie wohl damals geschwänzt. Ja. Ja. Das ist ja furchtbar. Ähm. Damn. Jetzt warte mal. Bevor wir wieder mit ihm sprechen und er uns wieder eine auf die Nuss gibt, quasi, rede ich mal ganz kurz mit ihm. Hey, du, kann ich mal ins Lager? Kann ich mal den Schlüssel für den Laderaum haben? Klar. Die Fischerei hat dein Interesse geweckt. Was? Aus dir wird man ein richtiger Fischer. Ich kann es förmlich riechen. Yay. Yay. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt aufpassen. So. Uh. Ein Fass. Seltsame Tonne ansehen. Oh. Das ist ein wahnsinniger Laderaum. Unglaublich. Hm. Da ist etwas in die Tonne eingeritzt. Bladab. Oh. Warte mal. Ich kann das drehen. Glaube ich. Ja. Aber warum sollte ich das drehen wollen? Warte mal. Haben wir hier überschneiden? Oh mein. Oh. Eis. Okay. Verstanden. Verstanden. Alles klar. Toll. Jetzt ist mir schwindelig. Okay. Ja. Pass auf. Pass auf. Das Ding hier hinter dem Poster ist die Lösung für das wunderschöne Dingens hier oben. Jetzt müssen wir nur noch erfahren, nach was wir suchen, was das für ein Name war. Ein Knoten wie ein unsterblicher Käfer mit einem Monockel. Richtig? Ei. Okay. Unsterblicher Käfer Monockel. So. Moment. Er hat's. Ja. Aber ich wollte es erst Brot voressen. Das ist normal. Unsterblicher Käfer Monockel. Unsterblicher Käfer Monockel. So. Unsterblich. Unsterblich. Da. Dann. Ach so. Warte. Äh. Käfer Monockel. Das hier ist das Monockel. Wo ist der? Ach komm. Wo ist der Käfer? Äh. Da ist der Käfer. Da. Äh. Monockel. So. Unsterblich. Ne. Doch. Käfer Monockel. Unsterblich. Was steht bei unsterblich für ein Name? Ich seh's nicht. Ach mein Ohr. Ähm. Moment. Das ist aber jetzt nicht das Problem. Weil wir können jetzt einfach nochmal drehen. Jetzt ist es tatsächlich Caesar. Jetzt ist es tatsächlich. Okay. Caesar. Caesar. Alles klar. Oder Caesar. Caesar. So. Ist das cool oder ist das cool? Es ist ein schönes Rätsel. Es ist ein sehr schönes Rätsel. Aber ich musste ja erstmal wieder. Ne? Ich musste ja erstmal wieder, äh, ne? Erstmal rumprobieren. So. Caesar. Caesar? Hey. Moment mal. Das stimmt. Ich hatte schon befürchtet, du würdest Unglück auf dieses Boot bringen. Ne. Aber wie es aussieht, habe ich dich unterschätzt. Wer die Notfather kennt, ist auch würdig, Krakenfordert zu spielen. Hier. Ich leih dir meinen Set. Ich danke dir, Bruder, im knotigen Geiste. Der Knot sei mit dir. Okay. Cool. Wir haben ein... Ja. Wir können jetzt spielen. Caesar und Cleopatra. Ja. Schon ein bisschen, ne? So. Mit Erik sprechen. Jetzt aber. Ich hab das Set. Ja. Sehr gut. Dann kann's ja losgehen. Am besten lernt man die Regeln einfach direkt im Spiel. Okay. Oder möchtest du alle Spielregeln einmal durchlesen? Lass mich mal kurz da reingucken. Lass mich erstmal in die Regeln schauen. Krakenfordert Regeln. Krakenfordert wird zu zweit gegeneinander gespielt. Jeder spielt dabei mit neun Karten und fünf Würfeln. Ziel des Spiels ist es, alle Karten des gegnerischen Decks durch Kanonenschüsse zu zerstören. Die Karten mit den Werten zwei bis sechs sind deine Kanonen. Die fünf Würfel sind deine Kanonenkugeln. Okay. Schlacht fällt über sich. Die neun Karten werden gemischt und verdeckt als Stapel abgelegt. Das macht Sinn. Links neben dem Deck ist das Meer, in dem sich deine verschossenen Kanonenkugeln befinden. Zu Beginn des Spiels ist dieser Bereich leer. Okay. Rechts neben dem Deck ist der Laderaum, in dem deine verfügbaren Kanonenkugeln lagern. Zu Beginn des Spiels lagern alle fünf Kanonenkugeln hier. Macht Sinn. Unter dem Deck ist das Reich der Toten, in dem deine verlorenen Karten aufgereiht werden. Zu Beginn des Spiels ist dieser Bereich leer. Okay. 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 Lager. Verschlossen. Tot. Gut. Kartenfähigkeiten. In jeder Runde ziehen beide Seiten die oberste Karte und legen sie offen auf das Deck. Dann spielen beide Seiten die Fähigkeiten ihrer Karten aus. Kanonen zwei bis sechs. Mit der Kanonenkarte kannst du jede gegnerische Karte angreifen. Es sei denn, du hast keine Kanonenkugeln mehr im Laderaum. Sollte dein Gegner ebenfalls angreifen können, kommt es zur Seeschlacht. Der Ablauf einer Seeschlacht wird im Anschluss erklärt. Der Schiffsjunge ist für das Equipment an Bord verantwortlich. Er kann entweder alle Kanonenkugeln zurück in den Laderaum laden oder eine kaputte Kanonenkarte aus dem Reich der Toten reparieren und zurück unter das Deck befördern. Der Schiffsjunge kann nicht angreifen. Seine Fähigkeit wird vor einem eventuellen Angriff des Gegners ausgeführt. Okay. Oh, das ist interessant. Der kann uns also Kugeln zurückgeben. Alles klar. Die Hexe. Die Hexe kann ein Crewmitglied J oder K. Also, äh, wie hieß der Schiffsjunge und Kapitän. Alles klar. Oder den Kraken. Ah, aus dem Reich der Toten wiedererwecken und zurück unter das Deck befördern. Diese Karte kann nicht angreifen. Ihre Fähigkeit wird vor einem eventuellen Angriff des Gegners ausgeführt. Okay. Das heißt, sie brauche ich, um irgendjemanden wiederzubeleben. Der Schiffsjunge holt Material wieder. Oder kann, genau, holt Material. Material wieder. Sie-Charaktere quasi. Okay. Der Kapitän greift automatisch mit allen verbleibenden Kanonenkugeln an. Sollte der Gegner ebenfalls angreifen können, kommt es zur Seeschlacht. Der Ablauf einer Seeschlacht wird im Anschluss erklärt. Nach der Runde lädt der Kapitän den Laderaum komplett auf, auch wenn die Seeschlacht verloren wurde und der Kapitän ins Reich der Toten wandert. Ach so. Okay. Unser Kapitän ist also ein Hau drauf. Der Seed-Feind, er greift an. Fertig. Nice. Gut. Schön. Nicht unbedingt von Vorteil, aber hey. Release the Kraken. Genau. Der Kraken ist die tödlichste Karte im Deck. Er zerstört die gegnerische Karte sofort, noch bevor eine Fähigkeit ausgespielt werden darf. Die Krakenkarte zerstört sich bei diesem Angriff jedoch auch selbst und befördert sich ins Reich der Toten. Außer die Hexe kommt danach und kann ihn wieder erwecken. Mhm. Gut. Okay. Seeschlacht. Zu einer Seeschlacht kommt es, wenn beide Seiten angreifen können, also eine Kanonenkarte oder der Kapitän gezogen wurde und noch verfügbare Kanonenkugeln im Laderaum lagern. Soweit? So sinnvoll. Der Spieler mit der höheren Karte entscheidet zuerst, mit wie vielen Kanonenkugeln er angreifen möchte. Anschließend entscheidet der andere Spieler. Dann würfeln beide Seiten mit der gewählten Anzahl an Würfeln. Achtung, es kann nur mit Kanonenkugeln aus dem Laderaum angegriffen werden. Wenn du eine Kanonenkugeln verschlossen hast, bist du so lange wehrlos, bis du den Kapitän oder den Schiffsjungen ziehst und den Laderaum wieder auffüllen kannst. Sollte dir eine Seeschlacht ausweglos erscheinen, kannst du auch deine Kanonenkugeln sparen, indem du auf den Angriff verzichtest und die eigene Karte opferst. Wenn beide Seiten gewürfelt haben, wird ausgewertet. Der Spieler mit dem besseren Würfelergebnis gewinnt die Seeschlacht. Dabei zählt nur der höchste Würfelwert oder Pasch. Bei Gleichstand der höchsten Würfelwerte werden keine weiteren Würfelwerte zur Entscheidung hinzugezogen und der Würfelvorgang wird mit der gleichen Anzahl an Würfeln wiederholt. Rot gewinnt, da 5 größer ist als 3. Rot gewinnt mit 2 mal 2 gegen 2 mal 1. Okay. Moment. Rot gewinnt. Pass auf. Dabei zählt nur der höchste Würfelwert oder Pasch. Unentschieden bei der Seite 2 mal 3. Unentschieden bei der Seite 2 mal 5. Aber da ist auch eine 6 dabei. Bei dem unteren Beispiel in der Mitte. Schwarz gewinnt da 3 mal 1 größer als 2 mal 6. Bitte was? Was ist denn das für eine Mathematik? Was? Schwarz gewinnt da 6 größer als 5. Ja, das verstehe ich. Hä? Ach so, warte mal. Gleiche Dinge. Das ist Pasch, ne? Aha. Okay. Ja, okay. Okay. Das heißt, wenn ich mehrfach die gleichen Wertewürfel zähle, es wie viele von denen ich habe. Aha. Okay. 3 mal die gleiche ist natürlich mehr als 2 mal die gleiche Würfelzahl. Okay. 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 Verstanden. Sollte eine Seite angreifen können und die andere nicht, zum Beispiel weil keine Kanonenkugeln mehr im Laderaum lagern oder weil der Schiffsjunge oder die Hexe gezogen wurde, so kann der Angreifer gefahrlos entscheiden, ob er die Karte des Gegners zerstört. Dazu legt er lediglich eine einzige Kanonenkugel aus seinem Laderaum ins Meer, ohne zu würfeln, da er die Schlacht ohnehin gewinnt. Er kann die Karte des Gegners aber auch verschonen und seine Kanonenkugel sparen. Es sollten beide Seiten einer Kanonenkarte mit dem gleichen Wert ziehen und angriffsfähig sein, so gehen beide Seiten mit genau einem Würfel in diese Schlacht. Das Spiel ist beendet, sobald eine Seite keine Karten mehr im Deck hat. In seltenen Fällen kann es auch zu einem Unentschieden kommen. Okay. Es wird sich zeigen. So. Schauen wir mal. Ich mag ja so Kartenspiele in Spielen sehr gern. Meistens machen die ja auch gut süchtig. So. Alle Mann an Deck und gut festhalten. Jetzt wird es ernst. Äh. Wir haben eine Kanone. Er hat eine Kanone. Wir haben beide die 6er Kanone. Seeschlacht ausgeglichen. Beide Kanonenkarten haben den gleichen Wert. Es wird automatisch mit jeweils einer Kanonenkugel angegriffen. Okay. Äh. Achso. Gut. Das haben wir gewonnen. Bämsen. Nice. Okay. Das war gar nicht mal so schlecht. Dann ziehen wir mal. Nochmal. Äh. Okay. Cool. Glaube ich. Das haben wir nochmal gewonnen. Nice. Wie viele Karten haben wir eigentlich? Das sind nicht so wahnsinnig viele, ne? Das sind nur diese 7 oder 8. Okay. Dein Gegner hat die Hexe gezogen. Weder ein Crewmitglied noch der Kraken sind in seinem Reich der Toten. Er kann niemanden wiedererwecken. Ja, wir auch. Achso. Dann ziehen wir einfach weiter. Okay. Ich habe den Schiffsjungen gezogen. Klicke auf die verfeuerten Kanonenkugeln im Meer, um sie wieder aufzuladen. Oder klicke auf eine zerstörte Kanonenkarte, um sie zu reparieren. Haben wir noch nicht. Also machen wir mehr. Genau. Oh, oh. Du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen. Er kann entscheiden, ob er deine Karte mit einer einzigen Kanonenkugel zerstört oder sie verschont. Ja. Achso. Das war jetzt nicht so wild, glaube ich. Für uns. Oh, wir haben den Kapitän. Oh, oh. Ich feuere automatisch alle verbleibenden Kanonenkugeln ab. Ähm. Okay. Cool. Glaube ich. Was macht er? Achso. Das sieht gut aus für uns. Glaube an das Herz der Karten. Ich glaube, ich muss noch nicht glauben, weil das sieht tatsächlich bisher ganz gut für uns aus. Oh, ich habe den Kraken befreit. Beide Karten werden sofort zerstört, ohne dass eine Fähigkeit ausgespielt werden kann. Oh, ausgerechnet bei seinem Kapitän. Ja, schade. Das ist ja jetzt doof. Okay. Er hat den Schiffsjungen. Der kann nichts machen. Der kann Material wiederholen. Wir dagegen können den Schiffsjungen angreifen. Theoretisch. Äh. Feuer. Du kannst die Karte deines Gegners mit einer einzigen Kanonenkugel zerstören, da er nicht angreifen kann oder möchte. Klicke auf die Würfel, um zu feuern oder auf die Karte, um weiterzuspielen. Äh. Ja, dann, äh. Machen wir das doch mal, oder? Zack. Weg damit. Auf deinen Friedhof. Es geht darum, dass er nichts mehr im Stapel hat. Und das sieht momentan für uns ganz gut aus. Oh. Okay. Das ist doch nicht so wild. Seine Karte ist nämlich auch weg. So, wir haben die bessere Kanone. Ähm. Ja, Seeschlacht. Alles klar. Dann, gucken wir mal. Ich hab wieder die Seeschlacht gewonnen. Nice. Zack. Weg damit. Er hat nur noch zwei Karten. Das ist nicht viel. Wir haben noch eine Kanone. Und, äh. Ja. Okay. Er hat den Kapitän wieder weg. Dieser Sack. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist seine letzte Karte, die er spielen kann. Okay. Okay. So. Dann schauen wir mal. Ja. Das hab ich gewonnen. Er hat nur noch den Kapitän. Und. Ich hab die Hexe gezogen. Äh. Äh. Oh. Ja, dann klicke ich auf den Kraken. Der zerstört seinen Kapitän. Nee, der legt zu meinen. Oh. Shit. Ich dachte, ich tausche aus. Er zieht halt nochmal den Kapitän hinterher. Oh, das ist spannend. Kampf der Kapitäne. Beide Seiten attackieren mit allen verfügbaren Kanonenkugeln. Nach der Runde werden die Kanonenkugeln auf beiden Seiten wieder aufgefüllt. Okay. Ich hab definitiv nicht so viel wie er. Das hab ich verloren. Das ist jetzt geil. Oh mein Gott. Dadurch, dass er erst den Kapitän da hat, ist das richtig scheiße. Ähm. Dein Gegen hat den Kapitän gezogen und feuert alle verbleibenden Kanonenkugeln auf dich ab. Wie willst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelzahl, um selbst zu feuern. Oder klicke auf deine Karte, um sie zu opfern. Ja, dann machen wir jetzt mal 5 gegen 5. Ist mir egal. Ja, ich hab einen mega Pasch. Damit haben wir gewonnen. Ha! Schön. Erhungsschaft freigeschaltet. Naturtalent. Ja, das machen wir nochmal. Das ist ein cooles Spiel. Das ist nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Ist aber, glaub ich, zum Zuschauen nicht so geil, ne? Ähm. Also, er kann jetzt... Was hat denn er gerade verloren? Ne Dings, ne? Äh. Kann eine Kanone wiederholen. Ja, das war klar, ne? So, ich kann die Karte aber auch zerstören. Ja, das machen wir mal. So, weg damit. So, die bleiben auf deinem Friedhof. So schaut's aus. Okay. Kanone. Kanone. So. Oh, das haben wir verloren. Oh, das ist nicht gut. Das hast du sogar auf Anhieb verstanden. Das Spiel hier. Das ist super simpel eigentlich von den Regeln her. Du musst nur wissen, was was macht, ne? Das ist echt schön. Äh. Ich kann niemanden wiedererwecken. Ja, das ist sehr schade. Ähm. Das ist jetzt nicht so gut, glaube ich. Es lang, dass nicht den restlichen Abend gespielt wird. Ne, 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 ne. Wir machen jetzt noch die Runde. Und dann sollte es das gewesen sein. Äh. Wie will ich reagieren? Äh. Ich nehme mal beide Würfel. Um eine höhere Chance zu haben, das abzuwenden. Ja, doch. Wir haben Pasch. Ha! Oh, nice. Sehr gut. So, wir haben's. Ich hoffe, wir haben jetzt irgendwie den Schiffsjungen. Ne, wir haben den Karten. Ja, cool. Bye. Jetzt aber. Ja. Okay, ich hätte ganz gerne meine Würfel wieder. Dankeschön. Damit kann ich leben, glaube ich. Er hat jetzt mehr Karten im Deck als ich. Oh. Ja, das ist eigentlich jetzt schade. Jetzt, wo unser Kapitän da war. Oh Gott. Die Runde verlieren wir. Die verlieren wir sowas von. Er holt seinen Kapitän wieder. Bist du bescheuert? So, weg damit. Okay. Das habe ich gewonnen. Sehr schön. Wir bekommen wieder ganz langsam die Oberhand. Ganz, ganz langsam. Oder? Warte. Er hat fünf Karten verloren. Ich habe fünf Karten verloren. Okay. Next. Oh. Das ist nicht gut für uns. Oh, unsere Hexe ist auch schon auf dem Friedhof. Wir haben halt alles schon auf dem Friedhof. Wir haben nur noch Kanonen. Wir haben das sowas von verloren. Das ist sowas von vorbei. Okay. Wir haben halt... Ja, genau. Nee. Keine Chance. Damit ist die Kanone auch weg. Das ist nicht gut. Er hat drei Karten. Wir haben zwei. Und das sind nur noch Kanonen. Okay. Es gibt auch eine Waffenruhe. Oh, das ist schön. Alles klar. Warum hat er seine Dings wiederbekommen und ich nicht? Wir haben nur noch eine Karte und das ist eine Kanone. Ja, scheiße. Und ich kann auch nicht angreifen. Ja. Damn it. Okay. Nee. Es war so klar, dass jetzt irgendwas passiert. Welches Werkzeug? Ach so, das oben. Der nicht vorhandene Holzleim. Was ist hier passiert? Wir müssen erstmal nachfragen. Er ist übrigens ein ganz, ganz schlechter Verlierer. Habt ihr gemerkt, wie er sich gefreut hat, weil er gegen uns gewonnen hat? Wir sind Anfänger, verdammt. So. Sind wir gegen einen Eisberg gefahren? Sind wir? Sind wir? Was auch immer das war. Es war etwas Großes. Wie schaut so dein Deck aus? Da läuft Wasser rein. Ich bringe Erik besser das Werkzeug. Worauf wartest du noch? Ja, du. Ich glaube, wir haben Zeit. Klassisch. Wir haben Zeit. Wo ist Joe? Ach du Schande. Wo ist der Knoten, Mann? Ähm. Ich glaube, Joe hat es runtergeweht. Runtergeboxt quasi. Hier ist ein riesigeres. Sieht aus, als hätte das Schiff ganz schön was abbekommen. Mhm. Okay. Alles klar. Ach so. Oh, shit. Äh. Hier. Er nimmt einfach den Korken vom Rum. Das funktioniert schon. Das ist... Oha. Oh nein. Das ist doch besser, Elaine. Äh. Erik. Ich kann nicht schwimmen. Ja, musste doch auch nicht. Was war das? Ähm. 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 Ja. Okay. Wie komme ich jetzt... Hallo? Okay, ich glaube, es ist eh egal. Wir können wieder nach oben gehen. Ähm. Okay. Captain? Captain? Oh. Oh, shit. Oh. 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 Das lila Fentakel. Warum? Cleo wurde in die Tiefe gezogen. Oh. Doch bevor sie das Bewusstsein verlor, vernahm sie durch das dumpfe Grollen noch ganz deutlich ein Wort. Oh. Das ist doch der Tentakel aus Day of Tentacle. Ja. Hi, Eol. Hallöchen. Autsch. Wo bin ich? Okay, wir haben einen neuen, äh, Tagebucheintrag quasi. Oh, ist schön. Oh, ist schön. Okay. Cool. Ähm. Wir lesen erstmal Tentakel. Äh. Tagebuch. Ja, genau. Wir lesen Tentakel, ne? Wir lesen nicht in Händen, wir lesen in Tentakel. Sehr gut. Wir wurden angegriffen. Ein gewaltiges Monster hat Peets Schiff in die Tiefe gezogen. Ich war bewusstlos und bin jetzt an einem unbekannten Stand aufgewacht. Wie konnte ich das überleben? Wo bin ich hier? Ich will wieder nach Hause. Oh. Jetzt will sie doch zurück zu Papa. Das sind Trümmerteile von Peets Boot. Ich liebe es, dass sie bei diesem Dialog so einen Monka-S-Ausdruck hat. Das sind Trümmerteile von Peets Boot. Oh, schön. Sehr schön. Okay. Jol, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut bei dir. Wir gucken hier auch nochmal. Das sind Trümmerteile. Ne, okay. Das sind alles dieselben Trümmerteile. So, wir haben halt sonst nichts, ne? Wir haben... Okay. Das ist nicht jugendfrei. Das macht einen einen Poolstream. Leute. Wie kommen wir an der vorbei? Die macht einen Poolstream. Nein. Nicht hingucken, ne? Nope. Kann man nicht machen. Ich kann doch nicht reinzoomen, ne? Nö. Geht so. Geht so, klingt es nicht so toll. Und euch? Ne, hier alles wunderbar. Okay. Ich glaube, wir reden mal mit ihr. Vielleicht lernen wir noch was darüber, wie wir Zuschauer bekommen. Mit Sirene sprechen. Das glaub ich jetzt nicht. Verstehe, wir müssen singen. Oh, man soll. Ein Fan. Du bist eine echte... Sirene. Klar? Nicht Nymphe, nicht Nixe, nicht Meerjungfrau oder was ihr Menschen sonst noch so für kitschige Worte benutzt. Streich sie aus deinem Wortschatz. Verstanden? Es gibt wirklich nichts, was wir mehr hassen. Wow. Außer wenn Leute sich mit billigen Flossen verkleidet in ihrer Badewanne fotografieren. Also ehrlich, ein absolutes No-Go. Davon hab ich als Kind immer geträumt. Lass es lieber. Die Fotos bleiben ewig im Internet. Nein, nicht das mit der Badewanne. Ich hab immer davon geträumt, als echter Pirat auf Schatzsuche zu sein und dabei einer echten Sirene zu begegnen. Du? Ein Pirat? Ja. So mit Papagei auf der Schulter und mit allem drum und dran. Hm. Was willst du? Ich... Ich will eigentlich nur wieder nach Hause. Gut. Ciao. Willst du mir vielleicht helfen? Bye. Auf gar keinen Fall. Ich hab zu tun. Achso. Ja, warte mal. Michichomilele. Schickimikisirene. Ja, absolut. Hast du das Wort Jichomilele schon mal irgendwo gehört? Was? Woher kennst du diesen Namen? Es ist ein Name? Wo hast du ihn gehört? Um ehrlich zu sein, ein Geist hat ihn mit Fischblut an die Wand geschrieben. In der Bar meines Vaters. Ein Geist? Zu Hause hat mir auch niemand geglaubt. Und deswegen musste ich zur Strafe auf dieses stinkige Fischerboot. Und dann? Und dann wurde das Boot angegriffen. Von etwas Gewaltigem. Dem Kraken? Unmöglich. Ja. Ein Kraken. Danach kann ich mich an nichts erinnern. Du willst mir erzählen, du hast den Kraken überlebt? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin dort drüben am Strand aufgewacht. Ha. Ein kleines, unscheinbares Mädchen. Okay. Hey. Interessant. Wir sind endlich bei irgendjemandem angekommen. Die Bescheid weiß. Nice. Ich frag mal, was die da macht. Ich frag mich auch, was der Frosch da macht. Hi, Lille. Fallnöchen. Was machst du da? Ich flechte einen Kranz aus Folofaltchenblüten. Für wen? Na, für mich. Doofe Frage. Okay. Sieht... Sieht... Ja, man... Also... Es sind halt ein paar Pixel, aber... Sieht nett aus. Sieht toll aus, der Kranz. Hm, ich weiß nicht. Er ist noch ziemlich karg, findest du nicht? Eigentlich nicht. Wer hat dich denn gefragt? Je mehr Folofaltchenblüten, desto besser. Und das hier sind eindeutig zu wenig. Okay. Vielleicht müssen wir diese Folofaltchenblüten sammeln. Lille, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut. So, was, was weißt du über diesen Kraken? Was weißt du über diesen Kraken? Du weißt es nicht. Was? Es wird gesagt, dass wenn der Kraken jemanden verschont, das etwas zu bedeuten hat. Was soll das heißen? Für mich heißt das, entweder deine Geschichte ist gelogen oder du bist zu etwas Großem bestimmt. Meine persönliche Vermutung behalte ich mal für mich. Also, wer ist Jeho Milele? Madame Jeho Milele. Sie ist die Allwissende, die Allsehende, die Unfehlbare. Eine Wahrsagerin? Sowas in der Art. Vermutlich wusste sie bereits, dass du kommen würdest. Also, ist sie hier? Du meinst auf dieser Insel? Oh ja, immer. Kannst du mir sagen, wo ich diese Madame Jeho Milele finden kann? Ich weiß nicht recht. Bitte. Stopp, nicht betteln. Das ist ja ekelhaft. Vorschlag. Du bringst mir 20 Folofeilchenblüten. Dann zeige ich dir den Weg. 20 Blüten sammeln? So ein Abenteuer wird das also. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Okay, cool. Wir haben eine Serie gefunden, die uns sofort eine Aufgabe gibt. Und ich wusste genau, dass es diese Aufgabe wird. Und wir haben offensichtlich Fetch-Quests. Ja, nice. Schön. Madame Jeho Milele ist also böse alte. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mal gucken. Ich hab von der Jugendweihe und der Familienfeier danach. Ja, okay. Das glaub ich. Mir und Sammy, wieder alles schick? Ja, alles wieder wunderbar. Alles, äh, alles soweit super. Mir ging's ja Freitag wieder in Ordnung. Ab da war die Woche irgendwie toll. Dann hat Sammy erwischt. Aber nee, alles wieder gut. Verdauung funktioniert wieder normal. Wie, blablab. Wieder normal. So. Mysteriösen Stein anziehen. Auf diesem Stein sind seltsame Zeichen eingemeißelt. Ich dachte erst, das ist eine Spinne. Aber nein, das ist der Kraken. Schön, dass Fetch-Quests durch den Kakao gezogen werden. Ja, es gibt selten... Ja, es gibt selten was Nervigeres in Spielen, ne? Es ist leider echt so. So, okay. Eins. Shit, ich hab jetzt schon vergessen, wie die Dinger ausschauen. Moment. Kurz mal hier unten gucken. Nee, die scheinen tatsächlich nur weiter da oben zu sein. So, wir brauchen 20 Stück, ne? Wir haben eine. Cool. Ja, das wird schon. Die waren jetzt... Ja, die haben so ein hübsches Türkis-Blau. Da ist noch eine. Zwei. Äh, warte. Zwei. Da drüben. Ähm. Drei. Vier. Ich hab das Tor übrigens gesehen. Ich will da aber noch nicht hin, glaube ich. Fünf. Okay. Wow. Das ist die erste Mücke, die mich nicht sticht. Ähm. Sechs. Und sieben. Da ist ein Krebs. Hi. Kann ich was mit dir machen? Nö, ich kann... Oh, ich kann die Wäscheleine angucken. Einfach alles Pixel für Pixel ablaufen. Ja. Irgendwie sowas. So, Wäscheleine. Da ist noch Platz auf der Wäscheleine. Da ist noch Platz. Ja. Okay. Oh, warte. Strumpfhose nehmen. Oh. Oh, die freche Krabbe hat nach mir geschnappt. Sie hat wohl was dagegen, dass ich die Strumpfhose klaue. Dann klauen wir halt die Unterbuchse. Okay. Können wir nicht klauen. Schade. Das Spiel sieht bis jetzt schön entspannt aus. Ja, mal gucken. Mal gucken. Die Feuerstelle ist noch heiß. Hier hat vor kurzem noch jemand Feuer gemacht. Es wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Ne, wir werden jetzt tatsächlich Piraten. Oh, Nachtschrank. Hm. Die Schublade ist abgeschlossen. Oh. Das Schloss sieht aber nicht sehr sicher aus. Hm. Wir brauchen einen Stein oder so. Ach so, wartet mal. Wir haben noch einen Tagebucheintrag. Die Sirene. Wow, ich kann es nicht glauben. Ich habe eine Sirene getroffen. Eine echte Sirene. Von hier habe ich erfahren, dass Yichu Milele der Name einer Wahrsagerin ist, die hier auf der Insel lebt. Das kann doch alles kein Zufall sein. Aber vielleicht kann mir ja diese Yichu Milele helfen, nach Hause zu kommen. Okay. So, ich habe vergessen, wie viele es sind. Ähm. Acht. Ja. Wir sind bei Nummer acht. Alles klar. Okay. Ich kann hier rüber laufen. Oh. Astgabelung ansehen. Durch diese Astgabelung kann man direkt auf den Biber dort drüben sehen. Mhm. Mhm. Es erinnert extrem an Tentacle. Ja, das ist gewollt. Das ist tatsächlich gewollt. Also es soll, wenn ich das richtig verstanden habe, auch an Monkey Island und sowas erinnern. Und, äh, ja, wir wurden von einem violetten Tentakel tatsächlich auf diese Insel verfrachtet. Vom, vom Kragen, der offensichtlich lila ist. Das ist eine riesige Hommage an diese ganzen Spiele. So, komme ich hier? Autsch. Was, Autsch? Ich habe da was in den Fuß gestochen. Ja, nee. Pass doch auf, du Tollpatsch. Was? Wer spricht da? Hier unten. Du bist auf eine unserer Lanzen getreten. Du Tremel. Wer zum Teufel bist du denn? Garnelius Maximus, Kommandär der 12.008. Legion. Wir haben so gut wie jedes Gewässer weltweit infiltriert. Wir sind das Repairium. Seid ihr in der Armee oder sowas? Eine Armee? Nein. Besser, ein Paketdienstleister. Paketdienstleister? Unter Wasser. Das Repairium besteht aus Milliarden von Shrimps, die erfolgreich den Diengrad des Paket-U-Booten erreicht haben. Das Repairium liefert alles in kürzester Zeit an jeden Ort, der am Wasser liegt. Ausgenommen Orte im nautischen Nebel. Und worauf bin ich da gerade getreten? Auf eine Lanze. Unser gesamtes Waffenarsenal ist hier unten aufgereiht. Waffenarsenal? Sagtest du nicht gerade, ihr wehrt ein Paketdienst? Und? Muss ein Paketdienstleister etwa wehrlos sein? Ich sag dir, Pakete ausliefern und Pazifismus passen nicht gut zusammen. Ich und meine Männer wurden hier vom Feind eingekesselt. Vom Feind? Der Biber. Ja, er hat hinter uns eine Barrikade errichtet. Und jetzt stecken wir ihr fest. Bislang waren unsere Attacken erfolglos. Doch früher oder später werden wir diesen Aufständischen schon in die Knie zwingen. Du meinst den Biber da drüben? Ich kann dieses zweizinnige, heemische Grinsen, dieses unbeugsame Nacketiers nicht mehr ertragen. Na dann, viel Erfolg noch. Lass dir mich kurz durch, ich muss kurz auf die andere Seite. Auf keinen Fall. Unser Waffenarsenal? Schon vergessen? Wenn du hier einfach durchlatscht, sind wir dem Feind völlig fährlos ausgeliefert. Eine Lanze hast du ja bereits kaputt gemacht. Ha, guck dir das an. Die sind völlig Schrott. Vielen Dank. Hier, die beschädigte Lanze. Kannst du behalten. Aber hier kannst du erst durch, wenn wir die Barrikade durchbrechen konnten. Oh, ich kümmere mich um den Biber. In Ordnung. Sei vorsichtig, Soldat. Ich habe direkt in die toten Augen dieses Wahnsinnigen gesehen. Und ich sage dir, der Kerl kennt keine Gnade. Okay. Also, Garnelius Maximus hat uns den Auftrag gegeben, den Biber hier zu... Ja, wegzudingsen. Ähm. Damit wir auf die andere Seite können. Und da unsere letzten vier Blüten einsammeln. Wie es ausschaut. Day of Monkey Mansion. Also, ja. Ja. Genau. So in der Richtung, ja. Okay, wir gucken erst mal. Moment, die letzten drei Blüten möglicherweise. Da ist nämlich noch eine. So. Da ist auch noch eine. Vielleicht müssen wir gar nicht darüber, um das zu tun. Also, ich will darüber, aber vielleicht müssen wir es nicht. So. Scheiße. Doch müssen wir. Wir haben jetzt zwei fehlen uns noch. Schrimps und Biber auf Kriegsfuß. Ja. Ich würde ja einfach die Schrimps essen. Der Biber ist mir egal. Oh. Ich dachte gerade, es sieht aus wie eine Zunge. Was bist du denn? Oh. Hi. Bist du wegen der Party hier? Party? Nein. Na, die Party für würdige Sumpfmonster. Sehe ich für dich wie ein würdiges Sumpfmonster aus? Oh. Selbstverständlich nicht. Der Schnurrbart fehlt ganz offensichtlich. Der Schnurrbart? Echt jetzt? Okay. Ich bin kein Sumpfmonster. Oh. Entschuldige bitte. Mein Fehler. Ich bin so aufgeregt. Das könnte dieses Mal meine erste Sumpfmonsterparty werden. Ich glaube wirklich, dieses Jahr ist es soweit. Was ist wie weit? Ich spüre das Kribbeln schon an der Oberlippe. Weißt du, ich bin echt spät dran. Meine ganzen Freunde haben schon seit Jahren einen. Einen... Einen Schnurrbart. Wozu brauchst du denn so dringend einen Schnurrbart? Machst du Witze? Jedes junge Sumpfmonster verpuppt sich vor der alljährlichen Party. In der Erwartungsthron-Hoffnung, als würdiges Sumpfmonster mit Schnurrbart den Kokon verlassen zu können, um auf diese renommierte Party zu gehen. Könntest du dir nicht einfach einen Schnurrbart aufkleben oder anmalen wie normale Leute? Sei nicht albern. Ich bin albern? Du lässt dir doch den Schnäuzer stehen. Du hast offensichtlich keine Ahnung, wovon du sprichst. Gibt es noch was? Oder darf ich mich wieder auf meine Metamorphose konzentrieren? Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das nächste Mal der DHL-Boot, der etwas länger braucht, ist ein Biber dran schuldig. Ja, wahrscheinlich, ja. Okay, Sumpfmonster. Okay, schicker Kokon. Schicker Kokon? Mhm. Gut beobachtet. Das ist feinste, mehrlagige Seide. Leicht, windundurchlässig und äußerst stabil. Mhm. Okay, nice. Und was trinkst du da? Was trinkst du da? Ach, nichts besonderes. Irgendein Sumpfwassergemisch. Ein ausgewogener Wasserhaushalt ist entscheidend für einen dichten Badwuchs. Mhm. Okay. Und reicht auch ein Pflaumenhaarbad. Reicht auch so ein alberner Pflaumenhaarbad? Du weißt schon, wie die Knaben, die im Bus ganz hinten sitzen und heimlich Alkohopops trinken. Ja, genau. Nein, reicht nicht. Es muss ein richtiger Respektbalken sein, oder? So ist es. So ein ordentliches Suppensieb. Japp. Eine Hippielippe. Es reicht. Aber ja, genau. Verstehe. Ein Pornobalken also. Alles klar. Sag's doch einfach. Gut. Ich weiß nicht, ob du uns in irgendeiner Art und Weise weiterbringst. Machen wir das hier nochmal? Gut beobachtet. Nee, okay. Du sagst ja nichts Neues. Ach, eine... Nee, okay. Bis später. Hm. Hm. Okay, cool. Wir haben ein Sumpfmonster in der Pubertät entdeckt. Und das ist unsere 19. Blume. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich um den Biber kümmern. Suppensieb. Ja. Rotzbremse kenne ich halt auch noch als Begriff. Ähm. Das ist halt auch, äh, ja. Hi, böse Alte. Hallöchen. Wir sind gerade auf dem Weg zu dir. Quasi. Hast du mich erschreckt? Na super. Da geht mein letztes Lutzbonbon da hin. Wer bist du? Ich bin Cleo. Wer bist du? Ich bin Malte. Malte Zeus. Segelner Cocktailmixer. Du machst Cocktails? Ich mixe Cocktails. Ich probiere Cocktails. Ich verbessere Cocktails. Ich kenne Cocktailrezepte aus aller Welt. Und du verkaufst Cocktails gewissenhaft an Personen, die am Steuer eines Bootes stehen. So ist es. Okay. Finde ich gut. Checkliste. Biber verjagen. Sumpfmonster zu einem Schnurrbart verhelfen. Und, äh, Blüten sammeln. So. Okay. Hast du schon mal etwas? Ja. Hast du schon mal etwas von Madame Yichumi Lele gehört? Wenn das kein Cocktailrezept ist, kenne ich mich damit auch nicht aus. Er hat übrigens die gleiche Wampe wie, äh, wie Batea Pete. Fällt mir gerade auf. Exakt genau die gleiche Wampe. Was ist das für ein grüner Automat da drüben? Oh, das? Ein wahres Smuckstück, oder? Das ist der Cocktail 8000. Marktführender Cocktailmix-Automat. Ein Cocktail besteht aus drei Grundkomponenten. Basis, Modifier und Slaver. Einfach die drei Komponenten in die vorgesehenen Kammern geben und der Cocktail 8000 macht den Rest. Cool. Darf ich den mal benutzen? Klar, wieso nicht? Er ist aber im Moment kaputt. Der Starthebel ist abgebrochen. Natürlich. Das Boot sieht aus, als hätte es ganz schön was durchgemacht. Deswegen bin ich ja am reparieren. Was ist passiert? Dasselbe, was schon seit Jahren passiert. Es geht kaputt. Ich sage dir, die Strömung an dieser Insel ist ein Fluch. Treibt mein Boot immer wieder zurück gegen diese Felsenwand. Frag mich nicht, wie oft ich das alte Dingsvon wieder zusammensetzen musste. Wie oft? Naja, du stehst an Bord der ehrwürdigen Versuch 38. Oh. Oh. Und du nennst dein Boot die Versuch 38. Glaub mir, irgendwann gibt man es auf, sich klangvolle Namen auszudenken. Schön. Ich finde es übrigens großartig, der Cocktail-Automat. Ich bin nicht mehr sicher. Ähm, Hal aus, äh, ja, shit, wie hieß der Film? Äh, vergessen, wie der Film hieß. Ähm, Klassiker. Sci-Fi-Klassiker. 2001. 2001. Ja, ja, genau. War das, ich weiß nicht mehr, was die Zahl hinter Hell war. Ich kann mich nur noch an Hell erinnern. War das nicht Hell? Es waren nicht 8000, oder? Ich weiß es nicht. Oh, die See im Weltraum. Ja, genau. Ja, ja, großartiger Film. Ähm, die Schlimme klingt wie aus Witcher, die Göttlinge. Ich weiß es nicht. Du glaubst Hell 4000? Ich glaube Hell 1000, wenn ich ehrlich bin. Oder 9000. Aber, warte. Ich habe hier so einen kleinen Taschencomputer neben mir. Den kann man einfach mal fragen. Hell? Äh, ja, okay, Moment. 9000! Es war Hell 9000. Hahaha, bin ich gut. Bin ich gut. Und du siehst mich schon den ganzen Tag Cocktails mixen. Ne, ich bin ja gar nicht mal der große Cocktailtyp, ne? Mir ist ein normales Bier eigentlich deutlich lieber als jeder Cocktail. Da vertrage ich auch mehr von. So. Oh, voll, voll schön. Oh, ich liebe diese ganzen Referenzen hier. Es ist so gut. So, wie stehen die Chancen für die Versuch 38? Oh, guckt mal aufs Boot hinten auf den, äh, aufs, aufs Heck an der Seite. Da ist tatsächlich die 38 ins Holz eingeritzt in römischen Ziffern. Nice. Du sollst ja nur mixen, das Trinken übernehmt ihr. Ach so. Ja, nee, das ist ja langweilig. Das ist ja langweilig, wenn dann schon mixen lassen. Med, ja, ja, okay, ja, Med ist auch in Ordnung. Med ist auch in Ordnung. Wir gucken mal, wie steht's denn um die Versuch 38. Was würdest du sagen, wie stehen die Chancen für die Versuch 38? Um ehrlich zu sein, ohne ein ordentliches Segel? Flecht. Was ist mit dem Segel? Es ist total hinüber, hat überall Löcher und ist rissig. Unmöglich, das Ding nochmal zu flicken. Wie bist du hier gelandet? So als junger Mann hatte ich den Traum, mich als segelnder Cocktailmixer selbstständig zu machen. Mein Motto war, es gibt kein Problem, dass dein Cocktail nicht lösen könnte. Ob lebend oder benebelnd, weil Tim mixt's. Jahrelang hab ich überall die besten Cocktailrezepte gesammelt, wo ich nur konnte. Ich hab mein gesamtes Espartes in die besten Zutaten und in dieses Boot gesteckt. Verdammt nochmal, mein Businessplan hatte sogar einen Salzrand. Es konnte gar nicht zief gehen. Aber? Nun ja, wenn man ein neues Rezept hat, dann muss man den Cocktail natürlich auch probieren, richtig? Dieses Rezept hatte ich von einer Selbsthilfegruppe, den Anonymen Anästhesisten. Und den Drink nannten sie Nahtod on the Beats. Klingt gar nicht so schlimm, oder? Das dachte ich auch. Also hab ich ihn probiert. Danach ist alles verswommen. Ich hab flüsternes Dimmen gehört und ich erinnere mich an unzählige kleine blaue Lichter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einem blassen, drögen Mann mit Halbglatz und Hornbrille auf seinen Freitiss gebrochen habe. Und als ich wieder zu mir kam, war ich mit meinem Bruder an dieser Insel gestrandet. Seitdem bin ich hier und versuche wegzusegeln. Wenn ich ein neues Segel auftreiben könnte, würdest du mich dann nach Hause bringen? Ha! Ein neues Segel! Du bist ja optimistisch. Wo willst du das denn bitte herbekommen? Nun ja, ähm... Wenn du es hast, ein funktionstüchtiges Segel aufzutreiben und wir von dieser Insel wegkommen, dann kannst du mich für die folgenden 24 Stunden als deinen persönlichen Verführ betrachten. Hm. In Ordnung. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Bis später. Okidoki. Okay. Seeblüten sammeln. Ja. Und Segel flicken. Ja. Offensichtlich Segel austauschen. Und nicht flicken. Aber okay. Jetzt gucken wir mal. Was hat er denn hier für Zutaten? Segel, äh... Segel könnten wir mit dem Kokon... Ja, das ist richtig. Dafür müssen wir nur... unserem lieben Freund im Sumpf zu einem Pornobalken verhelfen. Jetzt gucken wir mal. Wir schauen uns erst mal die Zutaten an. Der Kerl ist 37 Mal mit seinem Boot untergegangen. Aber diese Flaschen haben keinen Kratzer. Sehr stabil. Offensichtlich. Mist. Er funktioniert nicht. Ich glaube, es fehlt der Hebel. Ja, warte mal. Haben wir nicht was? Eine Haarnadel. Ich glaube nicht, dass wir mit der Haarnadel hier... Nee. Dachte ich mir. Hier können wir die Haarnadel nicht nutzen. Warte mal. Du hattest doch noch irgendwas zu sagen, oder? Hey! Ich bin's nochmal. Was gibt's? Ah. Warte. Weshalb funktioniert der Cocktailautomat nicht? Das haben wir eigentlich gerade rausgefunden. Da fehlt ein Hebel. Aber mal gucken, was er so zu sagt, ne? Wie war das noch? Weshalb funktioniert der Cocktailautomat nicht? Wie schon gesagt, der Starthebel ist abgebrochen. Ansonsten ist der Cocktail 8000 einwandfrei in Fuß. Okay. Äh, ja. Schon gut. Okidoki. Okidoki. Das... Ich mag das Okidoki. Okay. Äh, wir suchen jede Menge Zeug. Jede Menge Zeug. Oh, warte mal. Oh, pass auf. Wir hatten ja das hier. Da können wir... Ja, da können wir die Haarnadel hernehmen. Vielleicht kann ich das Schloss mit dieser Haarnadel knacken. Mal sehen. Da ist ein Hebel drin. Hoffe ich. Also, die Schublade ist offen. Mal sehen, was da drin ist. Hm. Ein altes Paar rote Socken und ein Buch. Maltes Cocktail Bibel. Interessant. Ok. Die Haarnadel ist leider kaputt gegangen. Hm. Warum gehen Haarnadeln beim Schlösser knacken in Videospielen eigentlich immer sofort kaputt? Ok. Schön. Ok. Schön. Ich mag sowas, wenn die vierte Wand durchbrochen wird. Voll gut. Oder was? Die dritte Wand? Nee. Doch. Vierte Wand. Recht hat sie. Ja, ne? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir hatten... Oh, warte mal. Falsch. Wir hatten nämlich vorhin auch noch hier neue Einträge. Oh, ja. Jede Menge sogar. Das Schrimperium. Viel verrückter kann dieser Tag nicht mehr werden, oder? Ich habe eine Legion von Schrimps kennengelernt, die sich das Schrimperium nennen. Sie sind eine Art Unterwasserpaket-Dienst und sie scheinen ihren Job ziemlich ernst zu nehmen. Dann das Sumpfmonster. In den Telmi-Sümpfen auf dieser Insel lebt ein Sumpfmonster. Es ist in einem riesigen, hochwertigen Kokon verpuppt und wartet darauf, dass ihm ein Schnurrbart wächst. Und Malteseus, der Cocktailmixer. Das könnte meine Rettung sein. Ich habe einen Mann getroffen, der sein Boot repariert, um von dieser Insel wegzusegeln. Die schlechte Nachricht ist, es ist ein 38. Versuch. Ohne ein neues Segel stehen die Chancen schlecht. Wenn ich es schaffe, ein neues Segel aufzutreiben, kann mich der Kerl nach Hause bringen. Okay, und was ist das? Dann haben wir hier noch die Maltese-Cocktail-Bibel. Und das Leben macht wieder einen Gin. Nice. Vierte Wand. Ja, vierte Wand, ne? Ich hatte gerade überlegt, mir ist aber nur noch eine Begegnung der vierten Art eingefallen. Das wäre eine Begegnung mit einem Alien. Und ein Film, der gar nicht mal gut war. Aber okay. Risky on the Docks und du reitest die Hemmschwelle. Bist du von Drink mit Brause breit, bist du risikobereit. Unbekannter mexikanischer Lyriker. Okay. Diesem weltbekannten Zitat bleibt nicht viel hinzuzufügen. Der Risky on the Docks ist ein klassischer Brause-Cocktail und fördert stark die eigene Risikofreude. Während sich dieser Drink in ihrer Messerwerfer-Szene großer Beliebtheit erfreut, fordert der Vorsitzende des Karibischen Versichererverbandes Odas Brauchse Odas Brauchse Ne, ja doch. Odas Brauchse schon seit vielen Jahren ein Verbot des Getränks. Basis, Tequila. Nice. Modifier, Brausepulver. Interessant. Flavor Zitrone. Das klingt tatsächlich interessant. Wenn ich ehrlich bin. Ist das nicht die Begegnung der dritten Art? Ne, ich glaube es war vierte Art. Ne, vierte Art waren Geister. Entschuldigung. Ja, vierte Art. Und ja, es war ein schlechter Film. Miller Jovovich. Da kann sie noch so gut aussehen. Die Filme werden da doch nicht unbedingt besser. So. Coffee to Know. Oft auch Synapsen Sunrise genannt. Mhm. Das berühmte Brett vorm Kopf, den Schlüssel verlegt, den Namen deines Dates vergessen oder du kommst einfach nicht drauf. Lebensnotwendiges Entgiftungsorgan mit fünf Buchstaben. Dieser Cocktail hilft deinem Gehirn auf die Sprünge. Achtung, hochgelegen genießen. Nebenwirkungen, Schlaflosigkeit, Gefühl der Klarheit, Stimme im Kopf. Hm. Hm. Basis, Med. Modifier, Regenwasser, Flavor, Kaffee. Au. Ja, Lilith, guck mal, ich hab was für dich gefunden. Michael Hair Jordan. Oh Gott. Gestoppelt, nicht rasiert. Während Mundgeruch, ein Tattoo auf dem Bizeps und ein lückenloser schwarzer Balken unter den Fingernägeln schon lange Voraussetzungen für eine Festanstellung auf See sind, wollen moderne Arbeitgeber immer häufiger auch einen stoppeligen Nachweis für ihre Tauglichkeit sehen. Ein vernünftiger Bart katapultiert sie auf dem Arbeitsmarkt weit nach vorne. Der Michael Hair Jordan ist ein beliebter Trink, um das Sprießen der erfolgsgarantierten, äh, garantierenden Zottel zu beschleunigen. Den müssen wir dem Dings mixen. Basis, Whisky, mindestens 16 Jahre alt. Modifier, eine reife Testostomate. Oh Gott, ja, okay. Und Flavor, ein Schuss Kokosmilch. Basismed reicht dir, ach komm. So. Okay, alles klar. Kokos hab ich auf dem Schiff gesehen. Testostomate, keine Ahnung, wo wir die finden. Äh, jetzt gucken wir mal. Die Reife einer Testostomate erkennt man, wie auch bei anderen, 5 Uhr Schattengewächsen an der stoppeligen Unterseite, die sich in markanten Konturen von der Oberseite absetzt. Diese seltene Tomate reift nur in einer finsteren und gut bewässerten Umgebung. Ja, gut, dass wir hier einen Sumpf haben, ne? Und das ist der Nahtod on the Beach. Ein Rezept von den anonymigen, äh, anonymen Anästhesisten. Es ist doch nicht viel über die Wirkung dieses neuen Cocktails bekannt, doch allein die Zusammenstellung der Zutaten weckt mein Interesse. Besonders bemerkenswert bei diesem Drink ist, dass alle Zutaten zwingend eine schwarze Färbung aufweisen müssen. Basis, Magenbitter, Modifier, kalte Asche, Flavor, ein persönliches Opfer. Irgendwas stimmt mit diesem Drink nicht. Ich fühle mich ganz ruhm, lachig. Okay, cool, das heißt, wir haben offensichtlich gerade, ähm, ein Haarwachstumsmittel entdeckt, das helfen kann. Die Feuerstelle hier hat vor kurz... Ja, das hatten wir schon. So, okay, gut, das heißt, wir müssen einen Cocktail machen. Äh, dafür brauchen wir eine Testo... Testomate. Ähm, Temo... Nee, ja, Dingsda. Jetzt hast du Durst. Ja, dann. Ich habe das Gefühl, dass diese Astgabelung in Verbindung mit irgendetwas Elastischem, nämlich konkret, ich habe eine Idee für, ähm, Dingens. So, wir haben hier ein paar Socken. Äh, ich habe hier eine Strumpfhose, die ist elastisch. Oh, warte mal. Okay, ich habe die Socken aufgehängt. Ah, ja! Damit scheint die Krabe erstmal abgelenkt zu sein. Oh, sehr gut, wir haben einen Krabben-Lover erfunden. So, Moment, dann, können wir die da ausrüsten. So, dann brauchen wir danach noch einen Stein vermutlich. Äh, wir hängen die mal hier rein. Wow, das gibt eine astreine Steinschleuder ab. Okay, ach so, Steinschleuder, ja, das ist ja einfach. So klappt das noch nicht. Oh. Ich brauche etwas, das ich damit abfeuern kann. Also doch, okay. Äh, ich hatte eine Hand anzubieten. Ne. Ich brauche... Okay. Das heißt, wir suchen jetzt einen Stein. So, dann wäre der Biber weg. Dann können wir darüber das letzte Blümchen einsammeln. Ähm, irgendwo lag hier vorhin ein Stein rum, oder? Ich habe sie doch schon gesehen. So. Irgendwo lag hier vorhin was rum, glaube ich. Jetzt gucken wir mal. So, du bist hier. Für dich brauen wir noch was demnächst. Bald. Ähm, jetzt brauchen wir aber tatsächlich erstmal was, was wir da reinwerfen können. Äh, warte mal. Was ist das hier? Ach so, Schild lesen. Okay. Was? Du dachtest, ich muss die roten Socken der Krabbe anziehen. Ja, so in der Richtung war es tatsächlich auch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das einfach an die Wäscheleine hängen und die Krabbe dann voll drauf abgeht. Ähm, ich hatte tatsächlich eher die Vermutung, dass wir halt die Socken irgendwo hinwerfen und sie dann darauf abgeht. Ne, weil rot und so und, äh, ja. Okay. Äh, warte mal, hast du... Nee, du wirst... Nee, nee, du hilfst mir erst dann weiter, wenn ich die Dings... Ich kriege trotzdem nochmal mit dir. Pass auf. Pass auf. Hey. 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 Hast du die Folofallchenblüten? Nee, fast. Noch nicht alle. Na dann, husch husch. Okay. Sie ist nicht hilfreich. Alles klar. Äh, warte mal, kann ich mit dieser Hand hier irgendwas tun? Nein? Oh. Nein, schade. Was haben wir denn sonst noch? Genau, wir haben das Gehaken vor der Set und wir haben das... Äh... Ich erinnere mich dran, dass es hier... Oh, hier ist ein Knopf zum Laufen. Nice, wir können auch laufen. Leute, wir sind richtig flott. Bist man eine Weile im Lörk? Alles klar. Alles klar. Viel Spaß. Spaß. So. Äh... Ich könnte hier... Die Feuerstelle ist noch heiß. Hier hat vor kurzem noch jemand Feuer gemacht. Ich könnte eine Kohle mitnehmen. Das wäre jetzt gerade meine Idee, wo ich nicht einfach eine Kohle da reinwerfe. Da ist nichts mehr drin. Mhm. Da ist tatsächlich nichts mehr drin. Was nimmt doch den Opa, der ist steinalt. Ja, den brauchen wir aber. Den kann ich jetzt schlecht auf den Biber werfen. Den brauchen wir halt für... Ja, damit er uns nach Hause bringt, bestenfalls. So, kann ich nochmal... So. Der Widerstand ist noch nicht gebrochen. Du kannst hier noch nicht durch. Ja, ja, schon gut. Okay, er gibt mir jetzt nicht einfach so einen Stein oder so, ne? Okay, pass auf. Warte mal, wenn ich dir erzähle... Ne? Bis später. Hm. Hm. Wir brauchen irgendwas zum Werfen. Ich habe noch nichts zum Werfen. Ja, nee. Wir brauchen irgendwas zum Werfen. Also. Die Sirene gibt uns nichts. Hier kommen wir nicht durch. Macht Sinn. Ähm. Wir brauchen irgendeine Art von... Ich würde sagen Stein. Nein. Was? Die Stimme von den Schrimpen erinnert sich an Deponia. Einer von denen beim Widerstand. Möglich. Ja. 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 Kann sein. So, wir können nicht schwimmen. Das heißt, wir können hier nicht einfach irgendwie durchrudern. Äh, was habe ich gerade gesagt? Genau, wir suchen irgendwas zum Werfen. Ähm. Die Thronom liegt halt tatsächlich auf irgendwas zum Werfen. Nee, warte mal. Von hier aus? Genau, nee, da waren wir gerade. Da ist nichts. Hier sind halt eigentlich jede Menge Steine, aber wir haben da nichts. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Bei ihm hier. Vielleicht können wir Dingens mixen. Nee, warte mal. Können wir nicht. Wir haben zwar hier, ne, wir haben zwar Zutaten. Wir müssen dich reparieren. Wir brauchen da auch noch was. Es fehlt der Hebel. Ähm. Das heißt, wir suchen einen Hebel. Wir suchen was zum Werfen. Und dann suchen wir noch das Blümchen. Das Blümchen ist aber das kleinste Problem, das wir haben, glaube ich. Kann ich die Hand grillen? Nö. Das wäre jetzt relativ einfach gewesen. Ähm. Warte mal. Kann ich nicht theoretisch hier unten von meinen Trümmern so, von den Schifftrümmern was mitnehmen? Das sind Trümmerteile von Peets Boot. Ja. Das ist korrekt. Die wären doch ein perfekter Hebel. Oder nicht? Das sind Trümmer. Nein. Offensichtlich nein. Äh. Okay. Dann suchen wir tatsächlich jeden Quadratzentimeter hier ab. Mehr oder weniger. Ähm. Mit dir kann ich auch nichts anfangen gerade. Ne, mit der Hand hier. Hoppala. falsche Taste. Ne. Hand bringt hier nichts. Das war halt meine Vermutung, ne? Dass ich mit der tollen Hand hier irgendwas anstellen kann. Äh. Pass auf. Ich drücke einfach mal ganz wild hier auf meinen Controller rum. Äh. Aber normalerweise ist das Spiel doch relativ eindeutig daran, dass es einem Dinge zeigt. So. Hm. Ich wette, irgendwas hat es mit der Feuerstelle auf sich. Aber mit der können wir gerade nichts anfangen. Das ist das Problem. Warte mal. Hatte sie noch was, äh, was Neues in ihr Dings geschrieben? Ne, ne? Ne. Okay. Also wir brauchen den Kokon für das Segel. Wir brauchen irgendwas, das wir werfen können für hier. Wir brauchen diese Blüte da drüben. Dafür muss aber, ja, genau, dafür müssen wir den, den Biber wegbekommen. Ich sehe halt gerade keinen neuen Weg. Oder bin ich blind? Das da ist halt irgendwie auffällig. Wenn ich ehrlich bin. Dieses Kreuz. Aber da war vorher ein Blümchen. Das kann auch einfach, ne, hier ist halt auch eins. Da, glaube ich, war auch ein Kreuz. Ich bin nicht mehr sicher. Gibt es hier irgendwo einen Geheimweg? Sag mal. Das müsste doch irgendwo... Das kann doch eigentlich nur noch hier sein. haben. Ja, 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 ne? Oder so klassisch Pointen, Klick, man fährt einfach so lange mit der Maus überall hin, bis sich der Zeiger mal verändert. Das, äh, das kenne ich auch noch. Jetzt warte mal. Ich spreche noch mal mit dir. Ja, das kennen wir. Nee. Stopp. Entschuldigung. Nein. So. Für dich habe ich oder, ne, das bringt uns noch nichts. Diese dämlichen Mücken hier. Mit denen hat es doch bestimmt auch noch irgendwas auf sich. so, okay. Ich sehe hier jetzt aber auch nicht irgendwie einen extra Weg oder sowas in der Richtung, ne? Falls wir da irgendwie durchkommen würden, das wäre natürlich großartig. Nur leider können wir halt nicht schwimmen. Ähm, das ist ein großes Problem. So, da ist Dingens. Hier war unser erstes... Oh, warte mal. Ne, okay. Wir können zwar hier so ein bisschen auf dem Felsen rum, aber das... Achso, ja, gut. Das bringt uns nichts. So, sie spricht nicht mit uns. Ne, also, sie spricht schon mit uns, aber nicht so, wie wir es bräuchten. Äh, oh. Ah, ne, das waren die Trümmer. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir aus den Trümmern einen hervorragenden, äh, hervorragenden Hebel basteln könnten. Der Stein ist halt auch merkwürdig, ne? Aber dafür habe ich nichts. Oh, warte mal. Ne. Leider nein. Warte mal, spielst du Krakenfutter mit uns? Ne, offensichtlich auch nicht. Vielleicht sind wir auf dem Schiff? Ja. Das ist auch so, so gerade meine letzte Idee, die ich gerade noch habe, falls mir jetzt nicht noch irgendwas auffällt. Ähm. Die Sache ist, er hat kein Unterdeck. Oder hat er ein Unterdeck und ich habe es einfach nur komplett ignoriert. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ne, er hat kein Unterdeck. So. Hier ist noch das Steuerrad. Sonst ist da nix. Du, warte mal. Ne. Er spricht auch nix Neues mit uns. Dann haben wir hier den, warte, lass mal hier. Also, das war, das war mit Malte sprechen. Das ist der Dings, das sind die Zutaten. Hm. Muss ich doch den Opa werfen. Ich würde gerade alles werfen, ne. Das ist mir vollkommen egal. Aber er hilft uns gerade, was das angeht, noch nicht wirklich weiter. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay. Den einfachen Teil haben wir also definitiv hinter uns. So, du wirst nichts mit uns machen. Ähm. Ist da hinter dem Opa nicht seine Kajüte noch? Ne, da war ja, da war nichts. Da war nichts, was reagiert hat. Schön wär's. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir irgendwas mit der Feuerstelle machen können. Sonst würden wir die nicht ansprechen können. Ja, da kam ja keine Einblendung von oben, dass wir irgendwas tun können. Warte mal. Hier, hab ich hier noch irgendwas übersehen? Ich könnte die Karten werfen. Ich kann die Hand werfen. Ich brauche etwas. Ich kann auch die Blümchen werfen. Also, nein, kann ich nicht, aber. Auf dem Schiff, wo wir drauf waren, da wäre eine Kajüte gewesen, ne? Die wäre ganz praktisch. So. Ihr hört meinen Controller, ne? Oder weiß ich nicht, ob ihr ihn hört. Ich höre ihn. Irgendwas muss hier noch sein. Irgendwas haben wir übersehen. Irgendeine Kleinigkeit. Komme ich darüber? Ne. Haben wir noch irgendwo einen Weg nicht? Ne, kann eigentlich auch nicht sein. Dir müssen wir den Cocktail bringen. An den Bäumen vielleicht was? Kokosnuss? Naja, es muss auf jeden Fall so eine Interaktionsbox kommen. So viel ist klar, deswegen bin ich vorhin hier so im Zickzack rumgelaufen, damit ich das alles finde. das war Schild lesen. Die Mücken hier bringen auch nichts. Irgendwas haben wir übersehen. Aber wo? Die Bäume haben halt auch nichts an sich. Ne, das war wieder die Feuerstelle. Hä? Irgendwo passiert irgendwas, das sich nicht zeigen will. Die Grabe können wir halt auch nicht mitnehmen. Die können wir auch nicht auf Dings. Warte mal, kann ich nochmal mit dir sprechen? Widerstand? Ja, ja. Ne, er meckert nur. Okay. So, wir suchen jetzt einfach jeden Pixel ab. Das ist jetzt einfach so der, ja, der Klassiker, ne? Wir suchen jetzt jeden Pixel ab. Ich drücke zwar nicht wie wild rum auf dem Controller, aber wer weiß. Hier geht's halt auch nicht hoch. Ich hatte vermutet, dass hier vielleicht irgendwie so eine Art Höhle ist oder sowas in der Richtung, wo wir durch können. Wo was sein könnte, aber ne, nicht so wirklich. Hä? Wir haben auch kein Blümchen übersehen, ne? Dass wir die Quest von der Sirene machen könnten. Definitiv nicht. Ne? Ne, Feuerstelle ist halt nicht. Die Hand ins Feuer, ja, dachte ich auch schon, aber, ne, der Rahmen hinter mir wird nicht orange. Wenn das gehen würde, würde der Rahmen orange werden. Hm. Jetzt pass mal auf. Vielleicht kann ich dir irgendwas mit der Hand erzählen. Nein. Kann ich die Hand hier reinstecken? Auch nicht. Hier? Nope. So, jetzt gucken wir nochmal. Aber da ist, ne, da ist nichts, was wir tun können. Ähm, hm, warte mal. Oh, warte. Steinhartes Bonbon. Das ist unser Stein. Alles klar. Ja, dann, äh, na gut, da können wir langsuchen. so, ähm, hier, wunderbar. Ja, genau. So, seht ihr, jetzt wird nämlich der Rahmen hier hinter mir orange. Und wir können was damit anfangen. So. Jawohl. Das war gemein. Okay. So, jetzt aber. So schaut's aus. Das hat sich besser angefühlt, als es sollte, denke ich. Wir kümmern uns um den Rest. Meine Männer reißen die Barrikade bereits ab. Hier, du kannst durch. Danke. Warte, du hast bewiesen, dass du ein wahrer Verbündelter des Imperiums bist. Hier, nimm das als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. eine aufgeweichte Briefmarke. Wenn du mal etwas verschicken musst, wirf die Fracht mit der Marke und Adresse ins Wasser. Gültig für zwei Pakete. Gut verschnürt, unverzügliche Liefergarantie. Einer meiner Männer wird sich dann darum kümmern. Männer, ausrücken. Okay. Alles klar. Aua. Wow. Sind die schnell. Okay, nice. Ja, hervorragend. So, damit haben wir das letzte Blümchen. Nicht wirklich, oder? Ich kann jetzt hier... Warum sind wir vorher über die ganze Insel gelaufen, um diese Blümchen zu sammeln? Wow. Okay. Gut. Nice. Peter is coming. Ja, gut. Es war nicht ich. Wow. Ordentlich gestapelt. Hey, was ist denn das da? Sieht aus wie ein Holzbein. Mhm. Das Holzbein könnte für den Automaten wichtig sein. Das hat sich jetzt ungewollterweise gereimt. Gucken wir mal. So, wir gehen erst zur Sirene, weil die weiter weg ist. Da ist der Weg länger. So. Weil für sie haben wir jetzt 56 Blüten und nicht nur 20. 80. So. Hey. Hey. Hast du die Folofallchenblüten? Alle. Ich hab mehr als genug. Klasse, gib her. Nicht schlecht, Kleiner. Also gut. Du möchtest zu Madame Jihumilele. Hier geht's lang. Tamara? Bitte. Was? Ähm. Keine weiteren Fragen. Oh, das Holzbein ist für die Sirene, um die Antworten aus sich raus zu... Ja, möglicherweise. Aber nein, nicht so ganz. Okay, es ist sehr dunkel hier unten. Ich laufe einfach mal... Oh. Right. Die Prophezeiung stimmt. Du bist es. Die... Die endlich Licht ins Dunkel bringt. Oh, du verwechselst mich. Mhm. Ich bin nicht der Elektriker. Du musst nicht schreien. Ich kann dich sehr gut hören. Das Schicksal hat dich an diesen Ort geführt. Was ist das hier für ein Ort? Hier wohne ich und hier praktiziere ich. Und du? Aufsichtlich kein Feng Shui. Wie schon gesagt, ich kann dich sehr gut hören. Ich... Ich bin Cleo. Kannst du mir helfen, nach Hause zu kommen? Ich weiß genau, wer du bist, Kleine. Ach ja? Natürlich. Du willst wieder nach Hause. Hm? Die Begegnung mit dem Kraken hat dir wohl ganz schön zugesetzt, was? Kann man so sagen. Warte. Woher weißt du? Ich weiß vieles über dich. Das meiste kann ich ganz einfach aus den Augen lesen. Irre. Und deine Augen haben nicht nur den Kraken gesehen. Ist es nicht so? Einen Geist hast du mit diesen Augen auch gesehen, nicht wahr? Du bist wirklich gut. Dieser Geist, er hat dich zu mir geführt, ja? Ich habe eine abgetrennte Hand und ein Logbuch in einem Fisch gefunden. Mhm. Und plötzlich ist dieser Geist aufgetaucht und hat deinen Namen an die Wand geschrieben. Mhm. Dann war er wieder weg. Interessant. Gib mir die Hand. Äh, okay? Nicht deine. Die tote Hand, die du gefunden hast. Oh, na klar. Wieso? Die kocht jetzt die Hand, oder? Weißt du. In dieser Gallenheit zu schauen ist einfach. Aber, um in die Zukunft zu sehen. Ja. Muss man sich schon ein wenig ins Zeug legen. Ha! Ich wusste es! Aha. Was? Möchtest du wissen, was ich in deiner Zukunft gesehen habe? Na klar. Hast du ernsthaft die Hand in die Suppe geworfen? Hm? Was habt ihr nur alle mit euren Suppen? Willst du nun deine Bestimmung wissen, oder nicht? Klar. Du bist es. Die Auserwählte? Die Auserwählte? Ja. Du wirst das Rätsel endlich lüften und ihn finden. Den Schatz der ewigen Erinnerung. Das haben wir schon mal gehört. Das haben wir tatsächlich schon mal gehört. Okay. Das können nicht wir sein. Auf gar keinen Fall. Ich? Das kann nicht sein. Ich bin kein... Was? Kein Abenteurer? Kein Schatzsucher? Kein Pirat? Du wirst nicht nur irgendjemand sein. Sobald du den Schatz gefunden hast, wirst du der berühmteste Abenteurer aller Zeiten sein. Ich hab es gesehen. Glaub mir. Hallo, wir sind... Zwölf? Keine Ahnung. Wie alt sind wir eigentlich in dem Spiel? Ähm, gut. Äh, was hast du mit dem Geist auf sich? Das ist die spannendere Frage. Jetzt in diesem Moment. Was es für ein Schatz ist, werden wir noch rausfinden. Was hat es mit diesem Geist auf sich? Ach, manchmal gibt einem das Schicksal einen Schöps in die richtige Richtung. Ich verstehe, aber... Woher kannte er deinen Namen? Du bist hier richtig. Bereit, das große Abenteuer zu beginnen, für das nur du bestimmt bist. Nur du. Was ist das für ein Schatz? Er ist sehr schwer zu finden. Viele Abenteurer und Piraten vor, die haben sich auf die Suche gemacht. Aber er wurde sehr gut versteckt. Zu gut. Glücklicherweise ist bekannt von wem. Wirklich? Von wem? Teddy McAnally. McAnally? Der Erfinder von diesem lächerlichen Kartenspiel Kragenförder. Genau der. Die Legende um den Schatz der ewigen Erinnerung fing mit ihm an. Der ist schon lange tot, oder? Oh ja. Schon eine halbe Ewigkeit. Eigentlich wollte ich einfach nur nach Hause. Du hast den Kragen überlebt. Verstehst du, was das bedeutet? Dass ich zu etwas Größerem bestimmt bin? Zu etwas Größerem als zu einem langweiligen Leben? In einer Bar. Ich... Es ist deine Entscheidung. Aber bitte, lass mich dir etwas mit auf den Weg geben. Ein Geschenk. Ein Hebel? Was ist das? Sieh nach. Die Abenteuer der jungen Indiana Jones. Ja, so... Ja. So in der Richtung. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Marke des Schrimperiums. Eine labrige durchnäste Briefmarke von dieser seltsamen Garnelentruppe. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Und wir haben ein Holzbein. Ach, das wird unser Hebel, ne? Scheinbar war dieses Holzbein ein tragendes Element in dem Biberdamm. Okay. Gut. Ach so, den haben wir jetzt auch ausgerüstet. Ja, egal. Ähm. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um, ne? Vielleicht... Oh, Spiegel ansehen. Hier hängen überall diese seltsamen Spiegel. Oh. Mehr ist das nicht. Schlüssel mit... Äh... Schüssel mit Glasaugen ansehen. Eine Schüssel, die zur Hälfte mit Glasaugen gefüllt ist. Gar nicht unheimlich. Äh. Nicht so sexy, ne? Wow. Ziemlich gut sortiert. Ordnung ist das Wichtigste. E.O.L.C. ist wirklich böse, Alte. Sie hat ein sortiertes Bücherregal. Du weißt alles, was du wissen musst, Kleine. Was du daraus machst, liegt ganz bei dir. Ab hier kann ich dir nicht mehr weiterhelfen. Ach so, ja, okay. Sie kann mir sagen, dass ich die Auserwählte bin und das... Tomate. Das ist eine von diesen komischen Tomaten, die wir für den Cocktail brauchen, ne? Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Exakt genau das. Exakt genau das. So, Decke zur Seite ziehen. Gucken wir mal, was das ist. Was? Was? Ein Papagei? Aha. Ein berühmter Pirat. Mit Papagei auf der Schulter. Und allem drum und dran, richtig? Dieser Teil deines Wunsches wäre damit schon mal erfüllt. Kann man alles in den Augen ablesen, Liebes? Jetzt liegt es an dir, ob du dir den restlichen Wunsch auch erfüllst. Wie schon gesagt, es ist deine Entscheidung. Ähm, der Papagei sieht aber nicht so... Also, der sieht gerade nicht so lebendig aus, wenn ich ehrlich bin. Ist der tot? Was? Sei nicht albern. Der schläft. Oh, gut. Ach so. Seit wann schlafen Papageien im... Legen... Nein, die... Die legen sich doch nicht hin. Okay. Inventar. Äh, das ist der Papagei, den Madame Jichumilele mir geschenkt hat. Er schläft in seinem Käfig. Ja, genau. Schlafen. So, eine Tomate mit einer stoppeligen Unterseite, die sich in markanten Konturen von der Oberseite absetzt. Oh? Wow. Okay. Das kam schnell und hart. Oh, nice. Ähm, gut. Schließe ich das jetzt nochmal? Nö. Sehr schön. Das heißt, mit ihr sind wir durch. Ja, dann können wir den Cocktail mixen, glaube ich. Der Cocktail führt zu Bartwuchs. Das wiederum führt zu... Dingen. Ähm, genau. Können wir den... Entschuldigung, ich muss es probieren. Können wir... Ähm... Fische schlafen auch auf dem Rücken an der Wasseroberfläche. Ja, nun... Ähm, nein. Sollte was zu dem das Kampfstelle und Hartz sagen? Gesundheit wäre schön. Ähm, ja. Gut. Äh, jetzt nehmen wir mal das Ding hier in die Hand und... Ja, packen das da dran. So, wir haben den Hebel. Nice. Hallo? Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen. Mhm. Okay. Ich... Ich habe vergessen, was wir brauchen. Ähm. So. Was war denn das? Scheiße. Äh... Hier, Whisky. Reife Testos. Tomate und einen Schuss Kokosmilch. Okay. Nee. Ähm. Hey. Ich bin's. Was gibt's? So, ich habe den Cocktailautomaten repariert. Ich habe den Cocktailautomaten repariert. Na, was sagst du jetzt? Klasse. Jetzt lass mich weiter arbeiten. Ach so. Ja. Okay. Das war jetzt... Nicht wirklich hilfreich. Ähm. Wir brauchen Whisky. 16 Jahre. Ach so, warte mal. Kann ich hier möglicherweise auf das... Oh. Okay. Wir können hier auch einfach auf das Zeug schon zugreifen. Alles klar. Äh. Glenn Mudrick, 18 Jahre. Das ist ein Whisky, der mindestens 16 Jahre alt ist. Ähm. Was brauchen wir alles dafür? Ich habe schon wieder vergessen. Das ist furchtbar. Äh. Whisky Testos Tomate als Modifier. Und Flavor ist Kokosmilch. Okay. Warte. Äh. Passt. Passt. Ja, Moment. Warte. 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 Seller. Äh. Sellerie. Ach, nicht im. Okay. Ähm. Gut. Das heißt, wir haben diesen Whisky. Wir haben als Modifier die Tomate. Wir haben als Flavor einen Schuss Kokosmilch. Ähm. Ah, ja. Mach mal. Wow. Das hat geklappt. Okay, cool. Die Kokosmilch ist jetzt leer. Hm. Ich nehme die Kokosnusschale mit. Hm. Das ist gut. Das ist gut. Die können wir bestimmt brauchen. So, jetzt können wir zu unserem Sumpfmonster. Monstersumpf. Äh. Sumpfmonster zurückkehren. Und, ähm. Ihm das einflößen. Und wahrscheinlich wächst ihm dann instant so eine, so eine Schnatterrotze. Äh, Schnatterbremse. So. Ähm. Was trinkst du da? Warte. Was trinkst du da? Ah, nee, warte. Nein, warte. Nein. Aus. Wie schwer das? Ich bin halt auch doof. Äh, hier. So. Guck mal. Oh, Junge. Ich glaube, es ist soweit. Ich wusste es. Ach du Scheiße. Du, ganz alleine hier? Lissi da schnurbert, was? Ich weiß. Ich muss weg, Süße. Hab noch Termine, du verstehst. Machen wir da jetzt keine große Sache draus. Ich steh nicht so auf den großen Abschied und so. Du wirst mich nicht vergessen. So. Wem muss man hier eine reinhauen, um einen Drink zu bekommen? Wow. Die Stimmänderung. Hahaha. Okay. Schön. Damit haben wir den Kokon. Ähm. Und holy shit. Das war mal ein ordentlicher Schnurrbart. Also. Hui. Hui, hui, hui. Wie wie Joggle. Ich glaube, du kommst gerade in den Moment, wo wir kurz davor waren. Was sind diese Insel zu verlassen? Dein Bad wächst genauso schnell. Ja. Meiner glücklicherweise nicht. Ich bin da ganz froh drum. So. Mit, mit. Warte. Ähm. Ja. Hey. Ich bin's nochmal. Was gibt's? Denkst du, das hier könnte man als Segel nutzen? Was ist das? Ein Kokon. Von einem Sumpfmonster. Mit einem Schnurrbart. Ist doch klar. Hm. Tolles Material. Leicht. Wind undurchlässig. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja. Sieht gut aus. Ich pack alles zusammen. Und dann starten wir Versuch 38. Uh oh. Cleo stellte den Papageienkäfig an Bord und half Malte, die Versuch 38 zu beladen. Mit einem Ruck hisste Malte das neue Segel und tatsächlich, es gelang ihnen mit dem alten Boot, die Strömung von Miracle zu überwinden. Doch bevor Cleo etwas sagen konnte, befahl eine völlig fremde, krächzende Stimme. Auf nach Meckenele, Palms! Der Papageienkäfig. Ah. Ah. Der Papagei. Natürlich. Vom schüchternen etwas zum Draufgänger. Es könnte auch nur der Mond gewesen sein. Aber hey. Oh, warte. Endlich. Das Ehrlicht des Ignaz. Warte mal. Du bist jemand anders als... Das war nicht der vom Anfang. Und wechselst mal das Handy, kuschelst dich in dein Bettchen. Alles klar. Ah. Oh. Warte mal. Hatten wir nicht Allwigs Hand? Im Inventar? War das nicht genau die? Wow, 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 wow. Moment mal. Was? Glaubst du mir nicht? Captain Kabeka soll ein Betrüger sein? Ein hinterhältiger, nichtsnutziger Lügner und Betrüger, jawohl. Und übrigens viel kleiner als alle denken. Und diese ganzen großen Abenteuer gab es überhaupt nicht? Natürlich gab es die. Aber es waren meine Abenteuer. Die Abenteuer von Captain Avery Olwick. Ich komme immer noch nicht ganz mit. Nope. Du warst dieser Geist in der Bar meines Vaters? Und das war deine Hand in dem Fisch? Ei. Aber du bist ein Papagei. Ich bin im Körper von diesem Papagei. Verstehst du es denn nicht? Ich war tot. Diese alte Frau hat dich wieder erweckt? Wundert es dich? Bei dem Schimmelbefall da unten wundert es mich eher, dass ich das gesamte Mobiliar mit dir sprechen konnte. Aber wieso? Na, weil ich dir helfen kann, ihn zu finden. Ihn zu finden? Den Schatz? Der ewigen Erinnerung. Ei. Niemand war je so dicht dran wie ich. Und du meinst, wir könnten diesen Schatz tatsächlich finden? Finden ist nicht das richtige Wort hier, Cleo. Ich weiß, wo der Schatz ist. Wir müssen nur noch dorthin kommen. Wie meinst du das? Der Schatz liegt auf einer Insel namens Pambo Island. Verborgen im nautischen Nebel. Im nautischen Nebel? Ei. Wir brauchen lediglich ein Ehrlicht, um in diesem Nebel zu navigieren. Ohne ein Ehrlicht finden wir auch nicht nach Pambo Island. Deswegen müssen wir zuerst nach McAnally Palms. Um uns ein Ehrlicht zu besorgen. Verstehe. Hm. Hm. Also, was nun, Kleine? Wo geht's hin? Nach Hause? Oder McAnally Palms? In Ordnung, Vogel. Lass uns diesen Schatz finden. Malte, Kurs auf McAnally Palms! Ei. Und? Willst du einen Keks oder so? Ach, halt den Schnabel! Und so segelte die Versuch 38 mit Cleo, einem sprechenden Papageien, Malte dem Cocktailmixer und seinem marktführenden Cocktailmixautomaten Richtung McAnally Palms. Okay. Wir sind da, McAnally Palms. Und was jetzt? Irgendwo in der Nähe dieser Insel liegt die versunkene Galerie der seltenen Gegenstände. Die Galerie nennt sich Atilantis. Dort muss es ein Ehrlicht geben. Besorg uns das irgendwie. Versunkene Galerie? Atilantis? Ehrlicht? Irgendwie? Alles klar? Tatsächlich ist ziemlich alles klar. Ich bin zwar massiv verwirrt, warum er hier als Papagei da ist. Und überhaupt. Aber tatsächlich ist es relativ klar, was wir tun müssen. Wir brauchen ein Ehrlicht, um in den nautischen Nebel zu fahren. In den nautischen Nebel, in denen übrigens das Schrimperium nicht liefert, by the way. Das habe ich mir gemerkt. Ähm, ja. Wird spannend, glaube ich. Ähm, oh mein Gott. Was tun wir hier? Warum tun wir das? Warum, warum machen wir... Ach Gott. Cleo, kannst du nicht einfach nach Hause fahren? Das wäre so viel einfacher. So. Ähm, ja gut. Aber wir sind eine schön bunte Truppe. Irgendwie. Das gefällt mir. Das gefällt mir ziemlich gut. Ähm. Was mir auch ganz gut gefällt, ist das, dass ich gleich nochmal ein Päuschen mache. So. Ne? Ich mache jetzt nochmal ein kurzes Päuschen. Ähm. Ne? Ihr könnt ja nochmal versuchen, ob ihr ein Tetris ist. Äh. Ob ihr drei Leute findet für Tetris. Ähm. Sieht, glaube ich, eher schlecht aus gerade. Dann beeile ich mich ein bisschen. Ne, aber ich mache nochmal ein kurzes Päuschen. Äh. Nicht vergessen, da kommen 90 Sekunden Werbung. Wobei, das sollte hier die wenigsten jucken. Und, äh. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann erkunden wir McInally Palms. Oder wie das hieß. Ja, doch. Müsste McInally Palms sein. So. Dann erst ausblenden. Dann Pause machen. Und, äh. Bis gleich, ne? Bis gleich, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ähm, Avery So, wie war nochmal der Plan? Wie fanden wir dieses Ehrlicht? Okay, wir müssen in diese Galerie Nach Atelantus, so viel ist klar, das wissen wir schon, das hat er uns erklärt So, Malte Ich kann's immer noch nicht glauben, das mit dem Segel und so. Endlich mal eine neue Umgebung und kein standiges Reparieren mehr. Bis morgen früh die Sonne aufgeht, fahre ich dich hin, wo du möchtest. Hatte ich ja versprochen. Die Versuch 38 steht zu deiner Verfügung. Okay, was sagst du zum Nautischen Nebel? Was hältst du davon, dass wir in den Nautischen Nebel segeln? Das wird sicher ein Abenteuer. Keine Sorge, naja, dass das der Beginn einer Versuch 39 werden könnte? Sorge? Teust dich nicht. Bevor ich an dieser felsigen Insel gestrandet war, hatte ich auch meine Abenteuer. Du weißt doch, ich hab Cocktailrezepte gesammelt. In aller Welt. Auch an gefährlichen Orten. Mach dir um mich also mal keine Sorgen. Ich mach dir weniger um, ich mach mir weniger Sorgen um dich, als um mich. Weil wenn wir untergehen, du kannst wahrscheinlich schwimmen. Ich nicht. Malte ist sympathisch. Der ist großartig, ja. So, traust du dem Papageien? Traust du diesem Papageien? Um ehrlich zu sein, das geht mich nichts an. Dem Vogel zulde ich ja nichts, sondern dir. Du entfeidest, wo es hingeht. Hm. Bis später. Okidoki. 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 Allein wer Okidoki sagt, ist in Ordnung. So. Ok, dann ab auf die Insel. Oh, hi. Hallo. Wer bist du? Ingo. Hi, Ingo. Herzlich willkommen auf McAnally Palms. Mein Name ist Ingo. Doch, was kümmert mein Name? Richtig? Hier dreht sich alles um dich. Was kann ich für dich tun? Was macht dich glücklich? Immer raus damit. Wow. Du bist ja gut gelaunt. Das spielt doch keine Rolle. Was würde deine Laune steigern? Lass mich raten. Bisschen weg vom Trubel, oder? Ja? Du bist hier, um zu angeln. Richtig? Gute Wahl. Eigentlich nicht. Keiner Angel dabei? Kein Problem. Besucher von McAnally Palms erhalten als Dankeschön eine original McAnally Palms Angel mit drei, ich wiederhole, drei verschiedenfarbigen Angelschnüren. Bitte sehr. Eigentlich wollte ich... Sehe ich da ein Lächeln? Sehe ich da den McAnally Palms Funken überspringen? Wie kann man da widerstehen? Hier, du bekommst noch eine Packung Standard Angelköder gratis dazu. Aber pst, das müssen die anderen ja nicht erfahren. Oder? Ja? Ich suche... Den perfekten Ort, um ungestört und erfolgreich zu angeln. Hier gibt es unzählige geeignete Spots dazu. Einer besser als der andere. Er lag bestimmt schon direkt vor deiner Nase, Herzchen. Du hast ihn nur noch nicht wahrgenommen. Hier, nimm diese Karte. Dann findest du dich in der Umgebung zurecht. Tob dich aus. Ich... Und wenn du dich ausgeangelt hast? Dann empfehle ich die großen Sehenswürdigkeiten auf und um McAnally Palms. Die Leuchtpilzinseln, die versunkene Galerie Atilantis, die Panemu Bay und du hast Glück. Im Moment gibt es eine Ausstellung über den berühmten Teddy McAnally im McAnally Hotel. Das muss man gesehen haben. Moment. Richtig. Moment mal, Ingo. Wo ist diese Ausstellung? Ich muss sofort dahin? Alles klarissimo. Ich schreib dir die Adresse sofort auf. Sekündchen. Hier. Aber... Wow. Du kannst ja quasseln wie ein Wasserfallmädchen. Finde ich gut. Aber das ist jetzt die Zeit, um dich zu entspannen. Alles klar? Heute geht es nur um dich. Wenn du noch was brauchst, findest du mich hier. Genieß den wundervollen Abend und viel Glück mit den Fischen. Hm? Ja? Ich, äh... Ich geh dann mal wieder, ne? Ähm... Malte? Bringst du mich nach Hause? Wär jetzt ganz cool. Der Typ da ist mir ein bisschen unheimlich. Oh mein Gott. Was stimmt nicht mit dem Typen? Okay. Ich rede nie wieder mit dir. Hoffe ich. Ähm... Was haben wir jetzt alles bekommen? Wir haben eine Karte bekommen. Wir haben... Achso, die Karte ist schon ausgerüstet. Okay, cool. Wir haben eine Angel bekommen. Eine gratis McAnally Palms Angel. Mit drei verschiedenfarbigen Angelschnüren inklusive... Und diese Gratis-Köder habe ich an der Touristeninformation von McAnally Palms bekommen. Und auf diesem Zettel steht die genaue Adresse des McAnally Hotels und ein Hinweis auf den Ausstellungsraum. Ha. Cool. Und das ist die Map. Oh, guck mal. Da ist halt die Landestun verzeichnet. Ja, das ist ja praktisch. Angeln auch auf einem Meer erlaubt. Ingo. Da oben ist der nautische Nebel. Okay. Ah, diese roten Xe sind wahrscheinlich die Punkte, wo wir am besten angeln. Okay. Alles klar. Verstanden. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. So. Damit die Kinder endlich einschlafen. Ja. Kinder einschlafen bedeutet... Das können wir so oft, würde ich nicht zeigen. Das geht nicht. Das ist ja schlimmer als der Poolstream vorhin. Moment. Ähm. Ja. Ja. Beste NPC in EU-West. Ja, kommt mir halt so, weiß ich nicht, vor wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein... Wie so ein Typ, der einem beim Heimgehen auflauert und einen dann verfolgt, bis man ihm irgendetwas gegeben hat. Ein Ja oder irgendeinen Zettel abgenommen oder sonst wie sowas, ne? Äh, irgendwas in der Richtung. So, mega Dingens. Ähm. Mega. Auf...bändig. Nein. Wie heißt das Wort, das ich suche? Wenn er einem was aufschmatzen will. Ähm. Ja, keine Ahnung. Und Hallöchen, äh, Astra. Hallöchen, Hallöchen. Dankeschön für den Raid. Aufdringlich. Danke. Das ist das Wort, das ich gesucht hab. Hallöchen, Hallöchen. Dankeschön für den Raid. Hallo, hallo. Hahaha. Ein Wunderschön. Hm. Damit hab ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, ne? Hi. Hi. Hahaha. Und willkommen bei, äh, bei Clio, Pirates Tale. Ähm. Der Schuldige. Ach, PVD. Hallöchen. Na, guck mal an. Na, guck mal an. Dich kenn ich. Hahaha. Sehr gut. Ähm. Ja, hi. Na? Willkommen. Äh, ich stell mich ganz kurz vor. Ich bin Benni. Wir spielen hier Indie Games. Ähm. Wir haben auch gerne Talkrunden zu den verschiedensten Themen. Und, äh, ja. Heute ganz frisch mit, äh, Clio, Pirates Tale angefangen. Ähm. Wunderschönes Spiel bisher. Ich hab leider nie Monkey Island gespielt. Oder Day of the Tentacle. Oder alles andere, was hier quasi, oder worauf dieses Spiel mehr oder weniger basiert. Es ist trotzdem wunderbar. Hahaha. Hahaha. Und bei euch gab's Sniper Elite Five. Ähm. Nice. Das war ein Shooter, ne? Also klingt auch so ein bisschen nach Shooter. Hm. Ja. War's erfolgreich? Ich hoffe doch. Und Hallöchen Astra, ne? Und Hallöchen auch an alle anderen. In logischer Weise. Schön, dass ihr hier seid. Leider wollte ich noch sagen. Nee, das hab ich, äh, nein. Sag mal, PVD. Hast du weniger Xe im Namen? Oder hast du mehr Xe im Namen? Irgendwas hat sich an deinem Namen verändert, glaube ich. Hahaha. Irgendwas hat sich an deinem Namen verändert, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Meine ich. Nicht, nicht hundertprozent sicher. Hallöchen Chausi. Hi. Hallöchen, Hallöchen. Und, äh, Eol, dankeschön für die, für die 10 Subs. Dankeschön. Wo kam denn das jetzt her? Einfach so aus dem Nichts. Gott, ich bin das nicht gewohnt, dass mein Controller an dem Kabel hängt. Äh, ist das eklig. Ähm, das Kabel fällt dauernd vom Tisch. Super nervig. Und Hallöchen, Jackie. Hi. Hallöchen, Hallöchen. So. Du wirst rot? Was, warum wirst du rot? Was? Ach so, deswegen. Ja, verstehe, verstehe. Hahaha. Ah. Gestern erst von Alter 4 Games ein Video zum Invasion Lord of Sniper Elite 5 gesehen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung von dem Spiel. Außer, dass ich es schon mal gehört habe. Ähm. Ja, das ist so, so, so gar nicht, äh, tatsächlich das, was, was irgendwie, ähm, nein. Nein, das ist nicht so wirklich meins. So, Moment. Ich muss hier mal ganz kurz, äh, ich hoffe, dass der Bot kam nicht durch euch gerade mit. Ähm. Aber, das ist natürlich jetzt doof. So, tschüss. Hervorragend. Entschuldigung, böse Alte, ich glaube, da war ich gerade schneller als du. Du hast doch zwei Accounts, kommst du auf die, äh, ach ja, stimmt, ja, stimmt. Da war was, ja, da war was. So, jetzt muss ich hier wieder ins Spiel klicken. Okay. Nice. So. Ja. Sehr gut. Sollen wir mal angeln, wenn wir schon eine Angel haben? Ich bin nicht sicher, ob das, äh, ob das in irgendeiner Art und Weise was bringt. Was ist denn das? Ach so, wir können jetzt die... Ich bin verwirrt. Ach so, wir haben nur diese Köder hier. Ja, okay, wir angeln mal. Mit der roten Schnur. Was spiele ich da Schönes? Äh, Clio, A Pirate's Tale. Ähm, große Hommage an klischeehafte Stiefel. Nein, ähm, an Monkey Island und, äh, und so weiter und so fort. Und, ähm, ich hab die Spiele selber nie gespielt. Aber es ist cool. Also, wir haben heute erst angefangen. Wir wurden... Was ist passiert? Unser Dad hat uns mehr oder weniger in, äh, seiner Bar, äh, Kinderarbeit aufgezwungen und uns dazu gezwungen, den Leuten immer rumzubringen. So, rum, äh, äh, irgendwo eine Bar in, in der Karibik. So. Dann, äh, mussten wir in der Küche aushelfen. Dabei ist ein Fisch aufgetaucht, der merkwürdige Inhalte hatte. Dann war ein Geist da, der hat mit Blut an die Wand geschrieben. Dann wurden wir dazu verdonnert, mit dem betrunkenen Fischer aufs Meer zu fahren. Dann wiederum hat uns ein lila Tentakel in die Untiefen gezogen. Wir wurden ohnmächtig, sind auf einer Insel erwacht, haben da diverse Blümchen gesammelt, haben einen Biber erschossen, haben ein Sumpfmonster zur Pubertät verholfen, sind dann schlussendlich weg und jetzt sind wir auf der ersten Insel danach und mehr oder weniger dabei, den legendärsten aller Schätze zu finden. Und das alles in kürzester Zeit. Ja. Das. Ähm, und dankeschön für die Follows, Astra und, äh, Josie. Dankeschön, dankeschön. Ich hab das Shrimperium vergessen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Es gibt das Shrimperium, das ist quasi DHL, nur unter Wasser und, äh, sie liefern überall hin, was am Wasser liegt, außer in den nautischen Nebeln. Äh, wild. Sehr wild. Und es, äh, ist eine Art Point-and-Click. Ja, genau, genau. Es ist nicht so wirklich Point-and-Clickig, ähm, sonst könnte ich's nicht spielen. Das ist mein Problem mit, mit Point-and-Clicks. Ich werd da immer, äh, äh, unglaublich müdle, müdle, genau, müde dabei. Ähm, das ist so, 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 so ein bisschen mein Problem, was das angeht. Ähm, aber bisher, äh, sehr, sehr sympathische Charaktere. Schöner, schöner Art-Style, ähm, macht wirklich Spaß. Macht wirklich Spaß. Hallöchen, Dreimling. Hi. Hallöchen, Hallöchen. So. Ähm. Moment, was? Der Invasion-Mode, quasi wie ein Dark Souls? Nur mit Nazis und Schusswaffen und sowas? Okay. 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 Du siehst mich schon, Monkey Island Stream. Nee, eher nicht. LucasArts ist keine Indie-Glitsche. Tut mir leid. Das nennen wir Background-Wissenschaften. Ja, das wär aber was, was ich wahrscheinlich mal so für mich irgendwann mache. So, wir probieren nochmal zu angeln. Mal gucken, vielleicht finden wir jetzt was anderes als, keine Ahnung. Boing, boing, boing. Nee, noch einen Klischee-haften Stiefel. Sie wirft den Stiefel auch einfach weg, ne? Der ist danach nicht im Inventar. Ja, Tatsache. Okay, wir wechseln mal die Schnur. Wir probieren es mal mit einer grünen Schnur. Oh, ein Fisch. Wir haben den Fisch, Leute. Der ist nicht weggeworfen. Nice. Dann probieren wir es nochmal mit der blauen Schnur. Oh, den Fisch können wir jetzt als Köder verwenden. Das ergibt irgendwie Sinn. Leider ergibt das irgendwie Sinn. Noch einen Fisch. Okay, cool. Dann angeln wir jetzt einmal mit einem Fisch. So. Äh, hier. Mach mal. Äh, ein Stiefel. Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Ja, aber ist das nicht der Spaß beim Angeln, dass man nicht weiß, wonach man sucht? Warte mal. Wir nehmen grünen Fisch und grüne Schnur. Das kann nur gut werden. Trimeling, alles gut bei dir? Ich hoffe, du angelst nicht nur klischeehafte Stiefel. Wenn du mal angeln solltest. Angelst du? Angelt irgendjemand? Oh doch, wir verbrauchen die Fische. Ja, so ein Scheiß. Okay. Also keine Ahnung, was wir suchen. Ich nehme jetzt einfach noch einen Fisch mit, wenn wir einen bekommen. Ja, passt. Die Animation, wie sie die Angel auswirft, ist auch zuckersüß. Ich finde das boing, boing, boing sehr schön. Ähm, wenn sich was an der Angel hat. Okay, gut. Ähm, ja. Wir gehen nochmal hier hoch. Da war nämlich auch noch irgendwas, was wir hier gucken können, ne? So, Steuerungspanel ansehen. Das ist ein Bedienpanel, um den Parabolspiegel des Leuchtturms zu drehen. Hm. Wenn die Tür offen steht, heißt das, man darf reingehen und alles anfassen, richtig? Der Hebel lässt sich nicht bewegen. Da steht, man muss erst diese Schraube lösen, um den Spiegel zu verstellen. Aber die sitzt ganz schön fest. Warum müssen wir überhaupt, ähm, den Spiegel verstellen? Das ist eigentlich die viel, viel spannendere Frage gerade. Warum müssen wir das überhaupt tun? Was ist der tiefere Sinn dahinter? Du versuchst, eine Millionärin zu angeln? Ja, das, ich versuche das auch schon eine Weile mit dem Euro-Checkpot. Hat bisher halt noch nicht so wirklich funktioniert, ne? Oh, ein Buchverlag. Das ist der große McAnally Buchverlag. Mhm. Ach so, das ist alles, was es... Das ist der große... Das ist alles. Okay. Mehr gibt's nicht dazu. Oh, Tentenfass. Ein Fass, randvoll mit pechschwarzer Tinte. Da sollte mir besser nichts Wichtiges reinfallen. Kann ich dich... Nee. Auf der... Da... Ist ein Buch abgebildet. Irgendwas können wir hier machen. Ich weiß nur noch nicht was. Wir haben offensichtlich noch nicht das, was es braucht. Okay. Aber wir können hier auf jeden Fall irgendwas einfärben. Da ist ein Post. Besuchen Sie jetzt die große Teddy-McAnally-Ausstellung im McAnally-Hotel. War McAnally nicht der, der Kartenvorder erfunden hat? Das ist das Kartenspiel. War das nicht genau der? Oh, das sind tatsächlich Seile, die uns hier abhalten. Ähm, davon vom Weg abzuweichen. Schade. Schreibt die Person, die mal eben 10 Subs verschenkt. Ja, deswegen sucht Eolia eine Millionärin, ne? Genau das ist der Grund. Oh, Grabsteine ansehen. Moment mal. Point- und Click-Adventure sind tot? Das halte ich für ein Gerücht. Ich habe es vorhin erzählt. Ich habe neulich eine Demo gespielt. Ähm, von, ähm, Minds Beneath Us. Das ist noch nicht draußen. Chinesisches Point-and-Click. Und holy shit, ist das gut. Allein diese eine Stunde, die ich da in der Demo hatte. Mega. Mega. Hier steht, wenn das Leben dir Zitronen gibt. Hier liegt der berühmte Limonadenhersteller und unverbesserliche Optimist Benny Badbreath. Von Zitronenbaum erschlagen. Hey, da wächst sogar ein kleiner Zitronenbaum aus dem Grab. Ich kenne Zitronenbäume nur ganz, ganz klein. Kann man von denen wirklich erschlagen werden? Und Hallöchen Adel. Hi, Hallöchen. Dankeschön für 38 Monate im Tier, in Tier 3, ne? Holy shit. Holy shit. Das ist so lang. Das ist, das stings. Aber es gibt bald neue Emotes. Ich habe auch noch ne Emote-Überraschung. Oder was heißt Überraschung? Ich habe mehr Emotes beauftragt, als ich euch gezeigt habe. Oh, bella. Entschuldigung. So. Ja. Ja. Achso, und mittlerweile muss man, äh, Dings LA, äh, LA als Indie-Klitsche sagen, dass ich glaube, es seit 20 Jahren nicht mehr gibt und die damaligen Entwickler ihre eigene Beute machen, zum Beispiel das neue Monkey Island. Ja, das ist schon auch irgendwo richtig, ja. Ja, das, das stimmt schon, ja. Point-and-Clicks sind nicht tot, der Lecker ist bewiesen. Ja, es braucht halt nur das richtige Spiel dafür, ne? Also man, man muss halt schon auch irgendwie, also ich, ich glaube, so Point-and-Clicks, wie sie ganz früher waren, sind schon heutzutage ein bisschen schwierig, ne? Dann, irgendwie müssen sie ein klein bisschen in die moderne Zeit gehoben werden. Aber prinzipiell, nein, die sind nicht tot. Kein Genre ist tot. Das ist halt die Sache. Nicht mal Zombie-Shooter. So, ach, schön. Äh, pompösen Grabstein ansehen, das war irgendein Komponist oder so. Hier liegt Star-Pianist Antonio Leiter-Rendi. Wow, beeindruckender Grabstein. Pianist, okay, und noch ein... Ein altes, heruntergekommenes Holzkreuz. Der Name darauf ist schon gar nicht mehr zu lesen. Das ist halt ein fetter Kontrast. Die arme Sau da links. Uh, was bist du denn? Hallo. Nichts, wo wir rein können. Oh. Das da hinten muss der nautische Nebel sein, von dem Avery gesprochen hat. Wir brauchen dieses Irrlicht, um da drinnen nicht die Orientierung zu verlieren. Stimmt, wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Irrlicht. Ich kann mich erinnern. Hier liegt Magenbritta. Begraben mit dem, was ihr am liebsten war. Magenbritta. Magenbritta. Okay. Okay. Die Ponia orientiert sich schon eher an den LucasArts Adventures, nur mit leichter Bedienung. Telltale Walking Dead hat einen anderen Weg des Ponten-Klick gefunden. Finde beides gut. Ja, okay. Ja, 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 ja. Von welchem Entwickler ist das Game? Das kommt dir so bekannt vor. Ein Solo-Dev aus Deutschland. Tatsächlich. Also, mit ein bisschen Unterstützung natürlich von Sprechern. Aber ansonsten glaube ich, wenn wir uns die Credits anschauen, ist da nicht so viel mehr an Personen quasi. Also, das ist ein Solo-Projekt. Als Tim Schäfer sein erstes Kickstarter-Video zu Broken Edge veröffentlicht hat und meinte, dass ein Point-and-Klick-Adventures nur noch in Deutschland existieren. Das kann aber durchaus sein. Also, das will ich nicht ausschließen, dass so bestimmte Genres tatsächlich in bestimmten Ländern auch wirklich besser funktionieren. Und Point-and-Klick kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Fokus schon zumindest auf eine Sprachregion hat, sage ich mal. Gibt auch noch andere Sachen, die es nur in Deutschland oder quasi im deutschsprachigen Raum gibt. Ich bin aber nicht mehr, ähm, nicht, nicht, nicht sicher, was das angeht, was dieses andere Genre war, das ich gerade meine. Da gab es auf jeden Fall noch irgendwas anderes, was tatsächlich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum funktioniert. Wenn man das mal auf Filme und Serien runterbricht, dann sind das Krimis, die irgendwie nur in Deutschland funktionieren, gefühlt. Weil, und wir können nicht mal Krimis. Wahnsinn, was eine Person so anstellen kann. Ja, ist so, ist so. Ich habe so großen Respekt vor Solo-Devs. Es ist der Wahnsinn. Dich erinnert das Spiel an Celeste, also grafisch. Ja, weil es Pixel hat, ne? Nein, das ist schon ganz anders als Celeste. Ganz, ganz anders. In Deutschland sind es mehr die Wirtschaftssims. Die Wirtschaftssims. Ja, genau, genau. Richtig. Richtig. Achso, ja, und Cleo hat auch pinke Haare. Ja, das hatte Madeleine auch. So, wir spannen jetzt mal ein bisschen. Klamotten ansehen. Finger weg. Entschuldigung. Blasse Dame. Okay, hi. Sehr blasse Dame. Oh, man. Oh, man. Hey, hey. Du stehst mir in der Sonne, Dummchen. Siehst du nicht, dass ich mich bräune? Bist du gerade erst angekommen, oder? Ich verlasse die Sonnenliege seit Tagen nicht so lange die Sonne scheint. Ich lasse mich so richtig schön durchbräunen. Ja, äh, das läuft ja gut. Nicht wahr? Das Geheimnis ist, sich regelmäßig einzucremen. Ich will auf keinen Fall einen Sonnenbrand bekommen. Wo wir gerade dabei sind, würdest du mir den Rücken eincremen? Meinetwegen. Okay, meinetwegen. Jetzt sind meine Hände voller Sonnencreme. Nice. Wir haben also jetzt Sonnencreme im Inventar. In einzelnen Tropfen. Das sieht schon auch nach was anderem aus, was das... Egal, egal. Nicht drüber nachdenken. So, haben wir dich jetzt eingecremt? Ah, danke. Offensichtlich. Was wolltest du sagen? So. Okay. Cool. Schön. Und ein kleines Mädchen, nicht nur Pixel. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Stell dir gerade vor, wenn ein böse Alter das erste Doom sieht, erinnert dich an Celeste. Möglich. Möglich. Nee, ich glaube, wenn ich zwei Screenshots nebeneinander halte, dann ist der Unterschied schon offensichtlich. Ja, das, äh, ja. So, okay. Hast du schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Für so einen Quatsch interessiere ich mich nicht. Hm, 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 hm. Okay. Das war eine kürzere Antwort, als erwartet. Und, äh, wie schaut's mit Attilantis aus? Schon mal was von der versunkenen Galerie Attilantis gehört? Das ist eine dieser Sehenswürdigkeiten von McAnally Palms, richtig? Dafür habe ich keine Zeit. Ich bleibe hier in der Sonne liegen, bis ich braun genug bin. Ach, vergiss es. Was hat sie für einen Lichtschutzfaktor? 3000? Hey, ich bin's nochmal. Hm? Ach, vergiss es. Okay. Kann ich dir jetzt die Klamotten klauen? Finger weg! Nein. Boah! Ich will doch nur die Klamotten klauen. Ach man, jo. Du hast ne Ahnung, was man bei ihr machen muss? Ja, momentan noch nichts, offensichtlich. Also, wir haben ihr einen Rücken eingecremt und wir haben ihr ein bisschen Sonnencreme geklaut. Ähm, aber ansonsten, ja. Wir haben jetzt die Drohne. Hm. Sieht ihr uns? Wir wissen es. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht müssen wir sie ins Tintenfass werfen. Hm. So. Da müsste dich Celeste an Doom erinnern. Kein kleines Mädchen in Doom. Sicher, böse Alte. Ganz sicher. Äh, gut. Dann gehen wir mal ins Hotel, oder? Schauen wir mal. Da soll es jetzt so eine ganz coole Ausstellung geben, habe ich gehört. Und den Pianisten. Ähm. Oh, hier. Wehe, du sagst jetzt, ich soll das Lied danach nochmal spielen. Ja! Das hatte ich gar nicht vor. Gott sei Dank. Ich spiele dieselben Lieder rauf und runter. Seine Lieder sind weltweit bekannt und handeln von großen Berühmtheiten und Legenden, wie Captain Kabeca, Schneidebrett Pitts und natürlich Teddy McAnally, höchstpersönlich. Hat er schon mal gehört? Aber du darfst nur Lieder von diesem Leiter Randy spielen? So ist es. Zum Glück ist der Tag bald rum. Na dann, halt durch. Der perfekte Mann für die Cantina Band. Ja! Genau das war auch gerade mein Gedanke. Hier steht kein Durchgang. Oh, und wir halten uns da dran? Offensichtlich. Okay, was ist das hier? Schild. Da steht Kassandra Stream. Achtung, Ertrinkungsgefahr. Okay. Das ist dann dieser, dieser kleine Fluss, der hier durchgeht offensichtlich. Äh, wohl, weniger Fluss als Bach. So, wer seid ihr denn? Du hämmelst offensichtlich die Musik an. Psst. Ich will das zuhören. Das ist doch Elvis. Psst. Ich will das zuhören. Das ist doch Elvis, oder? Also jetzt mal. Ja. Jackie, danke fürs Follow. Dankeschön. Das ist definitiv eine Elvis-Referenz. Sehr schön. So, wer bist du da hinten? Schneidebrettpitt. Ja. Ja. Tatsächlich kam der schon ganz am Anfang vor, weil sein legendäres, nicht zerstörbares Schneidebrett ging halt kaputt. Und, äh, ich bin sehr gespannt, ob wir den noch öfter treffen. Oder ob wir den jemals treffen werden. Man weiß es nicht. Warum hast du die Augen so aufgerissen? Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ich komme hier nur nah. Nee. Okay, liegt nicht in meiner Nähe. Offensichtlich liest sie etwas sehr Interessantes. Hey. Hey. Einen Moment bitte, junge Dame. Ich möchte noch schnell meine Gedanken sortieren und auf Papier bringen, bevor ich alles durcheinander bringe. Mhm. Ähm. Doch das eigentliche Highlight dieser Reise liegt noch vor mir. Mein Besuch in der versunkenen Galerie Attilantis. So, das fürs Erste. Was sagtest du? Ist sie eine Art Reporterin oder, keine Ahnung. So, was ist das für ein Buch? Was ist das für ein Buch? Du meinst mein Reisetagebuch. In meinem Reiseführer steht, dass man auf jeden Fall ein Tagebuch führen sollte, weil es auf McAnally Palms so viel zu sehen und zu erleben gibt. Der Friedhof, der Leuchtturm, die Panemou Bay, die Leuchtpilzinseln, die versunkene Galerie Attilantis. Okay. Hast du gerade Attilantis gesagt? Ja, das fragen wir als letztes, glaube ich. Du liebst deinen Reiseführer, was? Natürlich. Ich werde auch nicht riskieren, hier irgendwas zu verpassen. Ich habe mir vorab schon alle Tickets gekauft, die man für diese Reise benötigt. Der Zeitplan ist eng, aber zu schaffen. Steht alles hier im Reiseführer. Das Einzige, was nicht im Reiseführer steht, ist... Wie man sich im Urlaub entspannt? Wie ich an das perfekte Souvenir komme. Was wäre denn das perfekte Souvenir? Ein Pilz von den Leuchtpilzinseln. Aber die sind so gut wie unmöglich zu pflücken. Okay, das heißt, wir pflücken den Pilz und bringen ihr den, ne? Vermute ich mal. Was sagtest du nochmal, wäre das perfekte Souvenir? Ein Pilz von den... Ja, gut. Dann Schatz der ewigen Erinnerung. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Nee. Der Schatz der ewigen Erinnerung? Kennen sie nicht, oder? Davon steht nichts im Reiseführer. Wo ist das? Ach, vergiss es. Okay, aber sie hat Atilantis erwähnt und da müssen wir auf jeden Fall hin. Hast du gerade Atilantis gesagt? Warst du schon dort? Es soll atemberaubend sein. Noch nicht, aber ich muss unbedingt dorthin. Ich habe das Ticket schon vor Wochen besorgt. Das wird ein echtes Highlight. Was willst du für das Ticket nach Atilantis haben? Das gebe ich nicht her. Okay. Oh, warte mal. Krakenvorder. In diesem Urlaub schon Krakenvorder gespielt? Im Reiseführer steht, das gehört zu diesem Trip irgendwie dazu. Aber alle wollen immer nur mit Einsatz spielen. Das ist mir viel zu riskant. Deine Entscheidung. Wenn du damit leben kannst, eine Herausforderung im Kraken fordern, in den heiligen Hallen des McAnally Hotels feige abgelehnt zu haben, das macht sich bestimmt gut in deinem Reisetagebuch. Hm. Nein. Wirklich nicht. Zu riskant. Okay. Gehst du niemals ein Risiko ein? Gucken wir mal. Gehst du denn niemals ein Risiko ein? Niemals. Noch nie. Ohne Stoppersocken die Treppe runtergerannt. Uh, das ist schön. Den Toast mit der Gabel aus dem Toaster gestochert. Das ist tödlich. An der Milchtüte getrunken, ohne vorher daran zu riechen. Das mache ich dauernd. Weil wenn sie riecht, dann riecht man das aus Entfernung. Mit Zahnbürste im Mund die Betten aufgeschlagen. Ich habe noch nie so nah. Nee. Mein Bad, wo die Zahnbürste wohnt, war noch nie so nah, dass an meinem Bett dran, dass das passieren hätte können. Was? Okay. Nehmen wir mal die Stoppersocken. Ohne Stoppersocken die Treppe runtergerannt? Niemals. Okay. Ich komme später wieder. Ich komme später nochmal wieder. Alles klar. Sofern sie dann noch da ist. Das ist die große, äh, die große Voraussetzung. Oh, es gibt eine Korkensammlung. Das ist ein großer Glaskontainer, der bis zur Hälfte mit Korken gefüllt ist. Ist wohl so ein Deko-Ding. Ich glaube, es fällt nicht auf, wenn ich mir ein paar mitnehme. Okay, cool. Wir haben Korken. Nice. Und wir haben den neuen Tagebucheintrag. Oh, wir haben einige neue Tagebucheinträge. Ups. Komplett ignoriert, dass wir selbst auch Tagebuch schreiben. So, das lesen wir doch gleich mal. Was, du hast schon mal alte Milch auf deine Cornflakes gekippt? Und seitdem riechst du immer dran. Ja, aber das riecht man tatsächlich doch von, von Weitem. Also, du machst das Ding auf. Und, also, zumindest geht es mir so. Und dann riecht dir halt, oder dann, dann kommt dir halt schon ein gewisser Geruch entgegen. Und dann, äh, ist das vielleicht nicht ganz so geil. So, ähm, Madame Jichumilele. Ich habe die alte Frau getroffen, von der mir die Sirene erzählt hat. Und sie hat sehr seltsame Dinge gesagt. Ich sei die Auserwählte, um den Schatz der ewigen Erinnerung zu finden. Sie wusste viele Dinge über mich. Vielleicht kann sie wirklich wahr sagen. Aber das kann doch nicht wirklich wahr sein. Oder? Versuch 38. Ich habe es geschafft. Ich konnte einen Segelersatz auftreiben. Damit konnten dieser seltsame Cocktailmixer Malte und ich die Strömung auf, äh, auf Mirror Clay überwinden. Endlich geht es nach Hause. Der sprechende Papagei. Der Papagei, den Madame Jichumilele mir geschenkt hat, spricht. Und er plappert nicht nur nach. Er erzählt Geschichten. Er behauptet, der wahre Abenteurer, äh, Abenteurer hinter den berühmten Cape, äh, Capica-Geschichten zu sein. Und er sagt, als er weiß, wo der Schatz der ewigen Erinnerung vergraben liegt. Hatte Madame Jichumilele vielleicht wirklich recht? Bin ich die Auserwählte, um diesen Schatz zu finden? Erst dieser Geist und das Logbuch, dann der Kraken, die Sirene, die Wahrsagerin und jetzt der Papagei. Alles scheint so vorherbestimmt. Aber, ach, was soll's. Papa sagt, er will mich nicht mehr sehen, richtig? Der alte Langweiler wird sich wundern. Ich mach's. Ich geh auf dieses Abenteuer. McKinnelly Palms. Wir sind an unserem ersten Ziel angekommen. McKinnelly Palms. Avery hat gesagt, dass in der Nähe dieser Insel eine versunkene Galerie namens Attilantis liegen muss. In dieser Galerie soll das Ehrlicht sein, das wir benötigen, um durch den nautischen Nebel zu segeln. Wie aufregend. Ich schau mich erstmal um. Ähm, hier. Im McKinnelly Hotel habe ich eine Frau getroffen, die ein Ticket nach Attilantis bei sich hat. Ich denke, ich könnte es ihr in einer Partie Krakenvorder abknüpfen. Aber dafür brauche ich den passenden Einsatz und ich muss sie irgendwie dazu bringen, das Risiko einzugehen. Die Frau ist einfach zu verkrampft. So, der passende Einsatz für diese Partie ist ein Pilz. Ne, diese komischen Pilze. Ich bin gespannt, wo wir die herkriegen. So, erstmal schauen wir uns aber weiter um. Ins Gästebuch schauen. Nice. Ähm. Das sind die... Oh. Ich verstehe. Warte. Nein, ich verstehe nicht. Doch, das sind definitiv Unterstützer vom Spiel. Definitiv. Das sind aber nicht die, die die Kickstarter-Kampagne unterstützt haben, weil dafür sind es zu wenig. Wurstfingersalat. Oh mein Gott, was? Dein Geruchssinn funktioniert nur bei Fleisch. Ja, aber Milch kommt aus Fleisch. Also irgendwo quasi, mehr oder weniger so. Also jetzt im etwas übertragenen Sinn. Außer du hast irgendwie Hafermilch oder sowas in der Richtung. Die ist eher nicht aus Fleisch. Die ist aus Hafer. Ne? Ähm. Ja. Okay, das ist aber cool. Ich mag sowas. Wenn Kickstarter halt nicht unbedingt nur mit Kreditkarte funktionieren würde, ne? Dann würde ich das öfter mal... Würde ich wahrscheinlich öfter mal Spiele unterstützen. Ah. So. Aber das ist nice. Das ist tatsächlich cool. Das sind definitiv nicht alle. Vielleicht war das irgendeine besondere Belohnung. Äh. Oder ein besonderer Dings, den man kaufen konnte. So. Angenehme Stimme in 3, 2, 1. Obacht. Willkommen im McAnally Hotel. Möchten Sie einchecken? Nein. Nein, danke. Tschüss. Ha. Wir sind sowieso restlos ausgebucht. Warum fragst du dann so blöd? Ach so. Das geht noch weiter. Oder Beta-Tester. Ja, könnte sein. Irgendwie sowas. Also da es auf Kickstarter war, könnte es halt auch ein höherer Perk gewesen sein. Ähm. Ne? Der einen nicht nur in die Credits packt, sondern halt auch zwischendurch mal. Durchaus möglich. Weiß ich nicht, was es da alles gab. Oder Beta-Tester. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Durchaus. Hafermilch ist aus Hafer. Weißheit des Tages. Ja, so ist es. So ist es. Gibt auch Sojamilch. Die ist dann aus Soja. Klingt komisch. Aber im Grunde genommen ist Sojamilch quasi Sojasauce. Nur anders. Ne? Was ist das für ein Hotel? Was ist das hier für ein Hotel? Dieses Hotel wurde zu Ehren Teddy McCanellys erbaut. Dem Erfinder des beliebtesten Kartenwürfelspiels aller Zeiten. Krakenfotter. Ah ja, von dem habe ich schon gehört. Soll ganz schön reich gewesen sein, der Knabe. Teddy McCanelly hatte großen finanziellen Erfolg mit der Erfindung des Spiels. Das ist korrekt. Nach seinem Ableben ließen seine Nachkommen dieses Hotel errichten. Direkt angrenzend an seine Gruft. Um ihn damit zu ehren. Und um nach seinem Toten noch mehr Geld zu machen. Und um ihn zu ehren. Klar. Natürlich. Logisch. Sojamilch ist wie Sojasauce. Nur anders. Ja. So. Hier soll es eine Ausstellung geben. Ne, warte. Die Ausstellung, da sollen wir... Obwohl, nein, doch... Eigentlich, ich... Ist, glaube ich, egal. Wir können eh alles fragen. Hier soll es eine Ausstellung geben. Das ist richtig. In den Räumlichkeiten direkt hinter mir gibt es eine exklusive Ausstellung. Rund um das Leben und den Tod von Herrn Teddy McCanelly. Kann ich mir die Ausstellung ansehen? Ha! Die ist nur für Gäste des Hotels vorbereiten. Moment. Nochmal wegen der Ausstellung. Mhm. Warum darf ich nicht rein? Die Ausstellung ist exklusive Hotelgäste. Und wir sind restlos ausgebucht. Ha! Wir finden einen Weg da rein. Hoppala. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Ach, das schon wieder. Ich kenne die Lebensgeschichte von Teddy McCanelly in- und auswendig. Und da gibt es nichts, was mit einem solchen Schatz zu tun haben könnte. Ich glaube nichtmals, dass dieser Schatz überhaupt existiert. Aber alle paar Jahre kommt wieder irgendein verrückter Schatzsucher und frag danach. Du suchst nach einem Mythos-Kleine. Absolute Zeitverschwendung. Ich mag es, wie sie den Namen ausspricht. Der Rest ist eher... Sagen wir es mal so. Ich bin froh, dass der Dialog gleich zu Ende ist wahrscheinlich. Der Pianist ist wirklich gut. Natürlich! Sam ist der Beste. Der beste Ersatz, seit der große Antonio-Leiterin nie von uns gegangen ist. Er war ein Meister am Piano. Er hatte alle Lieder über Teddy McCanelly und einige große Abenteurer geschrieben. Wirklich schade, dass er tot ist. Er wurde auf dem Friedhof hinter dem Hotel begraben, wenn du es dir ansehen magst. Sein Grabstein allein ist schon die Reise nach McCanelly-Balms wert. Okay. Ich bin dann mal wieder weg. Besuchen Sie uns gerne wieder! Hatte sie uns vorher nicht als Kleine angesprochen und jetzt sieht sie uns. Das finde ich interessant. Biano. Ja. Okay, gucken wir mal. Riesige Statue ansehen. Das ist definitiv eine Kraken vor der Karte. Es ist eine gewaltige Statue von einer Hand, die eine Kraken vor der Karte hält. Sag ich doch. Bringt mich nur gerade nicht wirklich weiter. Besser nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Weil da... Weiß ich nicht. Besser und? Okay, wir dürfen da nicht rein. Alles klar. Da lodert ein schönes Feuerchen. Erinnert mich an Papa und mein Buch. So eine Gemeinheit. Stimmt, das Buch wurde ja verbrannt. Ausstellungsraum getreten. Hey, hey, hey! Stopp! Ein Tritt nur für Hotelgäste. Ich bin doch ein Hotelgast. Aber ich bin doch ein Hotelgast. Ach ja? Name? Ähm... Ähm... Da. Profilia Thompson. Hm... Zimmernummer? Oh. Raum... Peak... 36. Hm... Soweit alles in Ordnung. Bereitsstellige Prüfziffer? Bitte was? Eine Prüfziffer. Ernsthaft? Na? Ähm... 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 Warte. Sieben? Scheiße, das geht nicht so weiter, wie ich dachte. Ähm... Drei? Drei? Vier? Vier. Wusste ich's doch. Die Prüfziffer stimmt nicht überein. Wie ich schon sagte. Ein Tritt nur für Hotelgäste. Scheiße. Okay, das hat also nicht funktioniert. Hier kommen wir natürlich auch nicht rein, weil... Ja, da steht kein Durchgang. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Nö. Okay, cool. Dann gehen wir wieder raus. Ich vermute, wir müssen unserer leicht bekleideten Freundin hier drüben Dinge klauen. Moment. Finger weg! Okay. Ja, es ist ja... Ich bin ja schon, ne? Es ist, äh... Ja. Du hättest dich kaputt gelacht, wenn ich das Rätsel aus Zufall gelöst hätte. Ja, ich war tatsächlich verwirrt, weil anscheinend haben die ersten beiden Sachen gestimmt. Wäre diese dämliche Prüfziffer nicht gewesen, ne? Wie auf einer Kreditkarte, hey. Ah, schön. Auf der Insel der merceriöse Stein, da haben wir gar nichts mit dem gemacht. Ja, ich wüsste aber auch nicht, was wir damit tun hätten können, tatsächlich, ne? Wir hatten ja irgendwie auch nichts dafür. Vielleicht kommen wir aber nochmal zurück. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Vielleicht war der auch einfach nur Deko. Wer weiß. So, warte mal. Wir haben hier noch einen neuen... Nein, haben wir nicht. Okay. Also, wir müssen definitiv, definitiv, ähm, einen Pilz suchen. Der Pilz wiederum bringt uns das Ticket für Atilantis. Ähm, das ist schon mal gut. So. Also, das wäre schon mal super. Dann, ich vermute, wir müssen in diese Gruft, äh, also das ist, ne, jetzt, das, das, ja. Ich glaube, auch da müssen wir mal hin. Irgendwann. Hm. Ähm, was müssen wir noch machen? Wir brauchen, also wir müssen auch sehr wahrscheinlich in die Ausstellung. Die Ausstellung wiederum bedeutet, wir brauchen ein Ticket. Also, ne, wir müssen Hotelgast werden. Hm. Wie werden wir Hotelgast? Warte mal, was, was haben wir eigentlich hier alles drin? Was ist denn das hier? Adresszettel. Ja, das bringt mir nix. Ein Hinweis auf den Ausstellungsraum. Ne, das, das ist nicht das, was wir brauchen, glaube ich. Buchverlag. Ne. Okay, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz zurück zum Boot. Vielleicht haben wir unsere Freunde eine Idee. Ähm. Vielleicht wissen die, was wir gerade tun sollen. Oder was heißt Freunde, ne? Das, 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 der eine ist ein Papagei. Und der andere borgt uns sein Schiff bis morgen früh. Naja. Okay. Ähm. Da ist so eine Frau. Da ist so eine Frau im McAnally Hotel, die ein Ticket nach Attilantes hat. Worauf wartest du? Schnapp dir das Ticket. Aber wie? Das ist ja zum verrückt werden. Lass dir was einfallen. Ich denke, ich könnte es beim Kraken fordern gewinnen. Mhm. Mhm. Aber die Frau ist einfach zu verkrampft. Ah. Wenn ich sie doch nur irgendwie... Hör auf laut zu denken. Besorg einfach das Ticket. Das ist jetzt doch nicht hilfreich. Ich gehe dann mal weitermachen. Okay. In Ordnung. Er trägt die Frau mit hinten was. Bitte was? Dafür müsste sie ja mitkommen. Sie ist ja zu verkrampft. Schwierig. Segels... Oh, warte mal. Segelsetzen. Segelsetzen, Malte. Mhm. Wo ist das hier? Also nach Attilantes kommen wir nicht. In den... In den Nebeln will ich auch noch nicht. Logischerweise. Äh. Wir segeln mal hier hin, oder? Ähm. Ich weiß nicht, wo wir sind. Aber vielleicht gibt es hier diese tollen Pilze. Das sind die Pilze. Und die sind deswegen schwer zu fangen, weil sie tatsächlich schwer zu fangen sind. Auf dem Schild steht in sehr, sehr kleiner Schrift, bitte nicht zu nah herantreten. Diese Leuchtpilze sind sehr scheu und ziehen sich sofort zurück, sobald sie sich bedrängt fühlen. Jeder dieser seltenen Pilze ist unterirdisch mit einem entsprechenden Zufluchtsort verbunden. Interessant. Das hilft uns aber gerade noch nicht weiter. Das hilft uns noch nicht weiter. Ich angle mal. Weil... Was will man sonst hier tun? So. Ähm. Vielleicht können wir irgendwas angeln, was uns hier bei den Pilzen hilft. Ein Stiefel. Wieso angeln wir immer Stiefel? Ich will keine Stiefel angeln. Ich hab keinen Bock auf Stiefel. Oh. Oh, guck mal. Wir haben eine Flas... Oh. Dieses Flaschenpost ist nicht relevant für die Story oder Rätsel des Spiels und wurde von einem Crowdfunding-Unterstützer verfasst. Okay, das ist cool. Moment. Errungenschaft freigeschaltet. Brieföffner Bronze. Materialien werden knapp. Unser Segelschiff ist gesunken. Wir sind zu acht auf einer Insel gestandet. Bitte schickt mehr Spiele. Wir haben alles durchgespielt. Langsam wird die Stimmung angespannt. Die Gruppe und Purpur fängt an, übers Meutern zu reden. Der Bär. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Oh, ich mein... Jetzt haben wir was gefunden, was definitiv über die Crowdfunding-Kampagne ging. Finden wir direkt noch... Finden wir direkt noch... Tatsächlich noch eine. Nice. Ja, das ist die gleiche. Ja, lol. Ja, das ist doch irrelevant. So, Löcher in der Erde ansehen. Diese blöden Pilze sind einfach abgehauen. Das ist leider richtig. Warte mal. Korken. Oh, ich kann tatsächlich Korken hier reinstecken. What? Warte. Kommen die wieder? Was für Flaschenpost hatten wir jetzt gehabt? Irgendwas mit acht Spielen und es sind zu wenig. So. Okay, ich habe jetzt Korken da reingesteckt. Die Dinge sind nicht mehr da. Was ist, wenn ich... Du hast wohl die Orientierung verloren, was? An diesem Ort sind wir bereit. Nee. Fahr doch einfach einmal um die... Um die... Dings rum. Die... Die... Die Typen hier. Die Pilze müssen. Ne? Diese blöden... So. Okay, ich habe jetzt meine Korken hier drin. Das ist gut. Wir müssen aber dann tatsächlich kurz erstmal ablegen und wiederkommen offensichtlich. Das ist doof. So. Äh, ja, nee. Flaschenpost war tatsächlich von der BA. So. Siegel setzen. Wir fahren einmal kurz neben die Insel. Und dann fahren wir wieder zur Insel. Obacht. Obacht. Hier. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. wie ich das erhofft hatte. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ähm... Dann fahren wir mal... Hier rüber. Ich weiß nicht, wo das ist. Da sind auch noch so ein paar komische Pilze. Oh mein Gott. Die hauen aber genauso ab, ne? Die Inseln sind miteinander verbunden. Das ist mit unterirdisch gemeint. Oh. Ja. Hallo. Okay, wir haben Leuchtpilze. Das war erstaunlich einfach. Gut. Schild treten. Auf dem Schild steht in sehr... Bitte nicht zu nah herantreten. Diese Leuchtpilze sind sehr... Jeder dieser seltenen Pilze ist interessant. Das kennen wir schon. Okay. Ja. Das war... Erstaunlich einfach. Hätte ich jetzt nicht mit... Mitgerechnet. Okay. Ich glaube, dann haben wir aber einen entsprechenden Einsatz. Sie... Für die Frau im Hotel. So. Der können wir das dann anbieten. Hoffe ich. Dann schauen wir mal, ob sie dann mit uns Krakenfodder spielt. Und ich hoffe, dass wir gewinnen. Äh. Hi. Warte. Bist du Gast hier im Hotel? Bist du Gast hier im Hotel? Klar bin ich das. Laut diesem Reiseführer ist ein Aufenthalt im Möckinalli Hotel ein absolutes Muss. Oh. Verrätst du mir deine Raumnummer? In meinem Reiseführer steht, dass in diesen Hotel-Lobbys oft Taschendiebe unterwegs sind. Oh. Ich bin noch kein Taschendieb. Ich will nur deine Raumnummer wissen. Ähm. Lieber nicht. Oh. Schade. Okay. Ich komme später nochmal wieder. Alles klar. So, pass auf. Wir müssen die Dinger hier auswählen. Genau. Und jetzt. Komm schon. Eine Runde Krakenfodder. Mein Einsatz ist ein Leuchtpilz. Dein Einsatz, das Ticket nach Attilantes. Was sagst du? Hm. Hm. Ich weiß nicht. Klingt mir irgendwie nach zu viel Risiko. Lieber nicht. Was? Ähm. 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 Niemals. Noch nie. Mit Zahnbürste im Mund die Betten aufgeschlagen? Niemals. Ich komm später noch mal wieder. Alles klar. Das ist jetzt irgendwie... Überraschend, dass sie darauf nicht einsteigt. Das ist tatsächlich... Hä? Aber... Ach man. Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Ja, scheiße. Ja... Scheiße. Du sagst doch Tintenfass. Ja, das Tintenfass gab's auch noch. Lass uns da mal kurz hingucken. Oh, warte mal. Warte, 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 warte. Ich hab ne Idee. Wir haben Sonnencreme. Also, Reste davon im Inventar. Und wir haben eine feste Schraube. Und prinzipiell kann Sonnencreme, glaube ich, möglicherweise Dinge lösen. Ähm... Ja, Tatsache. Das sollte helfen, die Schraube zu lösen. Ha! Perfekt! Aber mit der bloßen Hand kann ich die Schraube trotzdem nicht lösen. Eine Zange würde helfen. Ja... Ah, okay. Ja, sowas haben wir jetzt nicht. Ich hab jetzt die Drohne. Ha! Okay. Gut. Die Schraube ist damit zumindest schon mal... Mmh... Angelockert. Ne? Das... Das ist ja schon mal was. So. Haben wir jetzt irgendwas... Für... Dich? Nein. Achso. Äh... Hä? Da! Da! Ähm... Kann ich dich? Ne. Dich kann ich offensichtlich. Ne. Da drin angeln ist, glaube ich... Ne. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ähm... Nope. Äh... Nope. Äh... Nope. Nope. Okay. Pass auf. Also wir haben vorhin geangelt, ne? Da war relativ wenig. Warte mal. Hier geht's rechts auch noch lang. Was ist denn da? Was steht denn hier auf dem Schild? Was hab ich jetzt erst gesehen? Auf dem Schild steht... Blick auf die Panemo Bay. Hey, das ist doch die Bucht, von der Bad Herr Piep gesprochen hat. Ja, aber Panemo Bay ist ja... Warte mal. Panemo Bay ist... Nee. Ja, das ist die Karte. Panemo Bay ist nicht hier auf der Map. Das ist irgendwo ein autoscher Nebel und so. Ähm... Ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen doof. Also sie spielt nicht mit uns Karkenfodder. Das ist eigentlich das Problem, das wir gerade haben. Ähm... Ich könnte... Weiß ich nicht... Kann ich ihr eine Zitrone geben? Nö. Juckt sie nicht. Adresszettel? Juckt sie nicht. Fisch? Juckt sie nicht. Karkenfodder? Juckt sie auch nicht. Briefmarke? Nope. Kokos? Äh... Nope. Ne Angel? Nein. Hm. Finger weg! Wieso sieht die uns immer? Das ist ein bisschen doof. Ähm... Lass mich nochmal auf die Map gucken. Wir fahren einfach mal nach Attilantis. Ich hab das, äh... Die Sonne sich ja um Farbe zu kriegen. Ja, aber ich hab nichts, was ich ins Tintenfass schicken kann, ne? Das ist gerade das Problem. Das ist gerade das Problem. Wir fahren mal ganz kurz nach Attilantis, um zu gucken, was da ist. So prinzipiell. Nichts. Schild lesen. Da steht... Herzlich willkommen in Attilantis. Bitte Ticket hier entwerten. Mist. Ich brauche ein Ticket. Oh, shit. Oh, warte mal. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Eol. Ich weiß es. Ich, äh... Ja, wir haben ja noch die Cocktail-Bibel. Ähm... Gut, damit könnte man möglicherweise Dinge tun. Nein, wir haben keine kalte Asche. Wir haben nur Magenbitter. Regenwasser haben wir nicht. Das haben wir. Wir haben aber Tequila. Hoffentlich Brausepulver. Und, äh... Ein Flavor... Zitrone haben wir. Pass auf. Shit, ich hab's wieder vergessen, was. Äh... Tequila, Brause, Zitrone. Tequila, Brause, Zitrone. So, Tequila. Äh... Tequila war der hier. Ähm... Brause... Das ist Salz. Ähm... Brau... Brau... Brause... Und... Zitrone. So. Perfekt. Hallöchen, Zoss. Hallöchen, Hallöchen. Ich hab euch direkt mal, ne, als kleines Willkommensgeschenk einen... Wartet, lasst mich gucken. Ein Risky und The Docks gemischt. Ähm, ne. Ihr verliert dadurch jegliche Hemmungen. Ähm... Ich weiß nicht, ob euch das jetzt hilft. Mir hilft's. Ähm... Hi. Und danke schön für den Raid auf jeden Fall. Hallöchen, Hallöchen. Was gab's bei euch? Was habt ihr gemacht? So. So. Und willkommen bei, äh... Bei Cleo. A Pirate's Tale. Der englische Titel verwirrt mich massiv, weil im Deutschen wird sich halt einfach Cleo ausgesprochen. Knallhart. Ähm... Da kennen die nix. Hahahaha. Bei euch gab's Ark. Oh. Schön. Sehr schön. Und Hallöchen, äh, Raymond. Und Hallöchen, Glotzi. Und Hallöchen natürlich auch an alle anderen. Ähm... Für die, die mich nicht kennen sollten... Äh, ich heiße Benny. Wir spielen hier Indie-Games, ähm... Eigentlich immer. Ja, doch. Was heißt eigentlich? Wir spielen immer Indie-Games hier. Und, äh... Wir quatschen auch relativ viel. Vor diesen Indie-Games. Und, äh... Ja. Das. Und heute haben wir mit, äh... Diesem wunderschönen Spiel hier angefangen. Übrigens. Deutscher Solo-Dev. Ähm... Deutscher Solo-Dev. So. Also eine Person hat das ganze Ding hier gebaut. Voll cool. Hahaha. Voll gut. Ähm... Und Dankeschön für den, für den Shoutout-Böse-Alte. So. Apropos Shoutout. Apropos Shoutout. Wartet mal. Ich habe einen Knopf. Voll vergessen, dass ich einen Knopf habe. Das sollten gleich Dinge geschehen. Bist du wirklich bereit? Klar, ich bin easy bereit. Ich bin total fokussiert auf den Boss. Nicht auf dich. Ja, ja, ja. Ich war ja... Ich war ja... Ich war ja... Äh... Dieser Fokus. Klar. Was, Mario hat wieder gecheatet. Er hat eine Rolle vorwärts gemacht. Ah, so das Übliche quasi. Verstehe, verstehe. Alles klar. Mhm. Ja, ja. Man kennt es ja nicht anders, ne? Immer dieser Mario, ne? Hahaha. Knopf. Ja. Knopf. Tatsächlich. Der Knopf wird sich nochmal ändern. Aber prinzipiell funktioniert der Knopf. Das ist schön. Hahaha. So. Ähm. Ja, warum haben wir einen Cocktail gemischt, der jegliche Hemmungen fallen lässt? Weil sie hier total verknöpft ist. Und, äh... Also, nicht verknöpft im Sinne von, ich will sie ausziehen. Hallo. Ihr seht, ich bin ein Kind. Diese Gedanken habe ich als Kind natürlich noch nicht. Nein, sie hat ein Ticket nach Attilantis. Eine Unterwassergalerie, wo man nur mit Ticket reinkommt. Sie ist hier ein Gast. Sie hat eine Pauschalreise gebucht. Ne, scheiß Deal, wie ich finde, weil sie wird nur durchgeschleust. Und, ne, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit da lassen. So in der Richtung. So eine Pauschalreise halt. Und wir müssen jetzt mit ihr Karten spielen. Oder ich versuche mit ihr Karten zu spielen. Aber sie ist nicht risikobereit. So. Und deswegen habe ich einen Hemmungsschwellen senkenden Cocktail für sie gebraut. Ich hoffe, sie trinkt den. Damit ich dann, ja, Karten spielen kann. Ich habe auch was, was angenehmes für sie dabei. Was quasi ihr, ihr Favorite als, äh, Souvenir wäre. Ein Leuchtpilz. Weil wir haben den gefangen. Ähm, oder was heißt gefangen? Gepflückt. Ja, obwohl doch gefangen trifft es schon. Und, äh, gucken wir mal, wie das läuft. So, ich gebe jetzt erstmal was zu trinken. Ich mische hier jetzt erstmal was unter. Boah, bin ich fies. Oh, wow. Lass mich mal probieren. Oh, oh. Der Blick. So. Okay. Ähm, kannst du gleich nackt auf den Tisch? Na, jetzt Lust auf ein Spielchen? Oh, das klingt aufregend. Was ist der Einsatz? Ähm, ich bin unsicher. Ich kann jetzt auswählen. Oh, shit. Brauchen wir Angelköder? Brauchen wir die? Wir müssen Angelköder haben, damit wir angeln können, ne? Das ergibt leider Sinn. Ähm, die Briefmarke. Ich habe keine Ahnung, was wir mit der Briefmarke machen sollten. Also, aber, ähm, sie will halt einen Leuchtpilz. Okay, ich gebe ihr den Leuchtpilz. Das ist ihr, ne? Wenn wir ihr schon Dinge unterschieben, dann, ähm, ja. Dann soll sie am Ende wenigstens das bekommen, was sie ursprünglich auch gerne gehabt hätte, ne? Das ist, äh, schon das eine, ja. Lass mich mal probieren, heißt bei ihr auf X. Ja, offensichtlich. Finde ich gut. Wie wäre es mit einem Leuchtpilz? Ein Leuchtpilz? Von den Leuchtpilzinseln? Gut kombiniert. So ist es. Hm. Das wäre echt das perfekte Souvenir für meine Reise. Einverstanden. Alles klar. Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Ticket nach Attilantis. Oh, was für ein Einsatz. Ganz schön riskant. Das gefällt mir. Kannst losgehen? Äh, ja, natürlich. Los geht's. Lass uns loslegen. Okay. Alles klar. Gucken wir mal. Schön. Ich habe nichts auf meinem... Ja, das war jetzt... Oh, das ist kein guter Start für uns. Gar kein guter Start für uns. Er wird die Karte vernichten. Ja. Das war leider klar. Oh, das ist auch kein guter Start. Aber dafür sind beide Karten hinüber. Okay. Dann der Kapitän. Und du kannst... Oh, du kannst den Kraken wieder beleben. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Okay. Gut. Aber der Krake kommt relativ spät. So. Das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir würfeln. Gucken wir mal. Wir haben gewonnen. Nice. Richtig schön, dass es da sogar eine Synchro gibt. Wenn ich's richtig gesehen habe, gab's die eigentlich nicht. Aber es wurde ein Stretch Goal auf Kickstarter erreicht. Und... Es sind sogar relativ bekannte Sprecher. Also Cleo... Cleo, Cleo... Ich bin völlig verwirrt von Englisch-Deutsch. Ähm... Was? Ich hab dir... The Dropout geschaut. Äh... Disney Plus. Relativ neue Serie. Ähm... Ja. Gleiche Stimme. Beide Hauptcharaktere quasi. Voll gut. Voll gut. Finde ich mega. Ja. So. Okay. Seeschlacht. Wir müssen das gewinnen, ne? Wir müssen das gewinnen. Auf jeden Fall. Okay. Das sieht gut aus für uns. Nope. Noch nicht geschaut. Schaut die Serie. Dropout ist so gut. Es ist so gut. Hahahaha. Und natürlich auch... Äh... Dingens. Ähm... Sag schon. Ich hol mir auch der... Den Kraken wieder. Ähm... Was natürlich auch hervorragend ist. Das ist Stranger Things. Äh... Staffel 4. Ähm... Mega. Auch wenn ich da sehr gespannt bin auf Dingens. Ähm... Auf die letzte... Auf die letzte... Äh... Auf die letzten beiden Folgen. So. Ich verliere meine Wortwahl. Das ist nicht gut. So. Äh... Wir gehen mal mit... Allen Würfeln dagegen, die wir haben. Ich gehe all in. Hoppla hopp. Wir haben keinen Pasch. Wir haben verloren. Scheiße. Das hätte ich nicht tun sollen. Das war doof. So. Jetzt habe ich nämlich nichts mehr zum Angreifen. Hervorragend. Ja, nein. Ich habe vergessen, dass wir noch so viele Kanonenkarten im Deck haben. Okay. Äh... Du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen. Ach so. Ja... Doch. Eigentlich schon. Aber du kannst halt die Dinger nicht vom Friedhof holen. Äh... Jetzt sind sie da. Okay, cool. Gut. Der Krake. Natürlich. So. Wir haben nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten gerade. Das ist nicht gut. Okay. Das ist ein Unentschieden. Nochmal Würfeln. Alles klar. Es gibt zu viele Serien. Ja... Das ist leider so. Okay. Nein. Scheiße. Er hat einen Pasch. Oh oh. Letzte Karte. Es ist der Kraken. Yay. Wir haben verloren. Ha! Du hast verloren. Ja. Noch ne Runde? Ja. Du willst oder nichts? Was? Wie soll das gehen? Ja, das frag ich mich auch. Du hast doch nur ein Ticket. Egal. Los, du Feigling. Okay. Noch ne Runde. Ja, gut. So. Alles klar. Oh, das sieht deutlich besser aus. Hervorragend. Die Karte ist nämlich für ihn gerade nutzlos. Äh, sie. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Okay, wir würfeln. Oh. Sie würfelt mit dreien. Und hat einen Pasch hier. Gar keine Chance. Das ist aber noch in Ordnung. Wir haben noch mehr Würfel. Äh, siehste? Siehste? Läuft alles nach... Das ist gar nicht nach Plan. Hahahaha. Das ist irgendwie so gar nicht nach Plan. Äh. Ah, okay. Der Kraken. Jetzt hab ich den Kraken. Hervorragend. Wenigstens haben wir ihren Käpt'n ausgeschalten. Wir können, ähm... Ja, den Kraken wiederbeleben. Quasi. Das ist gut. Jetzt haben wir den Käpt'n. Und wir haben gewonnen. Sehr gut. Bam. So. Ja, da hol ich mir... Ja gut, so viel... Ja. Da. Okay. Ich hol mir eine Kanone zurück. Das ist in Ordnung. So, du hast nur noch einen Würfel auf deinem Dings, ne? Das ist voll gut. Äh... Ich nehme auch nur einen zum Würfeln. Ja, das sieht sehr gut aus für uns. Du hast jetzt nur noch drei Karten. Vier. Entschuldigung. Ich bin doof. Okay. Sehr schön, weil er keine Würfel mehr hatte, konnten wir direkt vernichten. So, dann einmal den Kraken. Wunderbar. Du hast, glaube ich, auch noch einmal den Kraken, ne? Du kannst jetzt noch mal eine Waffe holen. Oder die Würfel. Ja, das ist natürlich schlau. Äh... Ich hole mir den Kraken. Das ist nämlich auch schlau. Dann haben wir den Käpt'n. So, und wir würfeln offensichtlich gegeneinander. Ich habe einen Pasch. Er hat auch einen Pasch. Er hat gewonnen. Sie! Entschuldigung! Fuck! Ähm... Mhm. So, weg damit. Du hast noch eine Karte. Was war das? Habe ich vergessen. Okay, eine normale Kanone. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Und... Das ist jetzt ein bisschen doof. Macht aber nix. Weil das probieren wir einfach nochmal. Wir sind nur eine Karte vom Sieg entfernt. Eine einzige Karte. Alter. Diese Kanone ist irgendwie übermächtig. So, das war's. Wir haben gewonnen. Nice! Wir haben das Ticket. Das war ein Nervenkitzel, was? So viel Spaß hatte ich schon ewig nicht mehr. Schön, dass du Spaß hattest. Und jetzt? Her mit dem Ticket. Was? Das Ticket? Ach ja. Hier. Oh. Oh. Okay, cool. Sehr schön. Wir haben das Attilantis-Ticket. Und das First Try. Ja, natürlich First Try. Es war der erste Try, der funktioniert hat, ne? Kennt man. Oh. Wir haben vor allem unsere Pilze noch offensichtlich. Ähm. Warte mal. Willst du die nicht haben? Kann ich dir nicht mal geben. Okay, cool. Ja, gut. Dann auf nach Attilantis. Dann schauen wir uns da mal um. Wir waren ja schon dort, aber es gab noch nicht so viel zu sehen. Es gab noch nicht so viel zu sehen, ne? Und ich warne euch schon mal vor. Das ist tatsächlich ein Teil, den ich schon mal gesehen habe vom Spiel. Also ich weiß, wie Attilantis ausschaut. Sonst weiß ich nichts. Mehr habe ich nicht aufgepasst. Aber das war halt genau der Moment, als ich tatsächlich mal reingeschaut habe. Ganz kurz. Und ich habe gesehen, was da passiert. Also, wie das aussieht. Da steht, herzlich willkommen in Attilantis. Bitte Ticket hier entwerten. Aha. Hm. Ja. Ticket. Ticket auswählen. So, jetzt. Das ist schon irgendwie nice, ne? Ich habe mich also selbst gespoilert. Ja, unfreiwillig. Unfreiwillig. Weil ich gucken wollte, was das war. Dann habe ich quasi innerhalb der ersten paar Sekunden gesehen, so, okay, cool. Das Spiel ist eigentlich ganz nett. Das kann ich mir schon mal... Herzlich willkommen in Attilantis. Das kann ich mir mal anschauen. Der versunkenen Galerie äußerst seltener Gegenstände. Und dann habe ich auch gehört, mich zu spoilern. Doch nie im Leben zuvor hast du eine solche Zusammenstellung von Seltenheit in einem Raum gesehen. Noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem. Das ist das Irrlicht. Das will ich haben. Ich will es haben. Das ist das Irrlicht. Avery hatte wirklich recht. Jetzt muss ich diesen Kerl nur irgendwie dazu bringen, es mir zu geben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin da nicht so überzeugt von. Wir schauen uns erst mal die Sachen an, ne? Also das ist das Irrlicht, ne? So viel ist klar. Ist das der Dalai Lama? Nö, ist ein goldener Regenmantel. Ein goldener Regenmantel. Geschneidert von der exzentrischen Schneiderin Ines Kenway. Der Mantel ist einer von zwölf aus der Kollektion Mental Illness. Hey, da hängt ja ein loser Faden dran. Okay. What? Gut. Ja. Mental Illness. Alles klar. Ähm. Schwierig. Wir schauen uns mal die Ukulele an. Ich hoffe, die ist etwas fröhlicher. Original-Ukulele der legendären Metal-Band Nackenschmürz. Bitte. Nackenschmürz. Oh Gott. Kommen die aus Franken oder was? Okay, schön. Tütchen. Was ist das für ein Tütchen? Was ist das hier für eine Tüte? Oh, darauf bin ich besonders stolz. Das ist ein Zubehör-Tütchen von einem Möbelhersteller, in dem die exakt richtige Anzahl an Schrauben enthalten ist. Sehr, sehr selten. Jetzt mal Hände hoch. Wer von euch hat schon mal in seinem Leben Ikea-Möbel aufgebaut? Und wer hatte tatsächlich zu wenig Schrauben oder Zubehörgedöns? Mir selbst ist das noch nie passiert. Ich hatte immer das Richtige oder zu viel in der Packung. Aber nie zu wenig. Ikea hat es ja so ein bisschen. Ihr verabschiedet euch jetzt mal in den Lurks. Schönes verlängertes Wochenende. Alles schöne Pfingsten. Euch auch. Euch auch. Dankeschön für den Rate nochmal. Dankeschön. Handheb. Was? Echt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kenne es halt echt nicht. Ich hatte noch nie Probleme damit. Also noch kein einziges Mal. Wie gesagt, entweder genau richtig oder zu viel. Aber noch nie zu wenig. Bis jetzt immer zu viel. Ja. Oh Mann. Schön. Gucken wir mal das Krakenvodder-Set an. Ja. Ja, auf jeden Fall. Du hast dir zweimal das gleiche Regal gekauft. Bei ihm waren keine Schrauben drin. Bei den anderen eine zu viel. Seitdem nie wieder Ikea. Okay. Okay. Interessant. Also Ikea kann man schon machen. Das einzige Problem, was man bei Ikea nicht tun sollte. Ich habe ja auch einiges von Ikea. Man kann diese Möbel auch hervorragend aufmotzen. Quasi durch geschickte Kombinationen deren Sachen. Und von verschiedenen Möbelstücken und so weiter und so fort. Oder sonst was. Was man nicht unbedingt tun sollte. Aus eigener Erfahrung ist das Zeug abbauen und wieder aufbauen. Ab dann werden die Möbel ein bisschen instabil in meiner Erfahrung. Dafür sind sie eher nicht gemacht. Oder eher selten. Also zumindest so, dass das Zeug, was halt eigentlich nur Wellpappe ist. So gesehen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten mag ich Ikea eigentlich schon ganz gern. Was, was das Zeug angeht. Ist halt praktisch. Es ist günstig. Es hält was aus. Und es sieht halt auch nicht ganz schlecht aus. Und zur Not kann man es halt immer noch erweitern, sag ich mal. Ikea kann man nur Kerzen kaufen. Du kannst auch Pflanzen kaufen. Echte und falsche. Und du kannst im Ikea-Shop die geilsten Hafer-Cookies kaufen, die es gibt. Holy shit sind die gut. Die sind so geil. Ich liebe diese Dinger. Deswegen fahre ich so selten zu Ikea, dass ich bloß nicht in diesen dämlichen Shop gehe. Weil das ist halt so eine Packung. So groß ungefähr. Ja, und das sind, ja, die sind schon so vom Durchmesser her, diese Haferkekse. Und die gibt es sowohl mit Schokolade als auch ohne. Und die sind so scheiße süß und so geil. Und da sind, glaube ich, 100 Stück in dieser Packung drin. Und du gibst die mir und ich atme die einfach weg. Ich bin eigentlich ein Chips-Typ. Aber diese Cookies sind so geil. Also das war richtig, richtig, richtig gut. Die fehlten von Ikea tatsächlich mal ein paar Schrauben. Viel schlimmer jedoch hattest du zwar nicht von Ikea, aber mit einem riesen Kleiderschrank, dass da einfach mal ein elementar wichtiges Bauteil in der falschen Größe dabei war. Ja, okay. Das hatte ich. Oder sowas ähnliches hatte ich hier mit meiner Couch, als ich hier eingezogen bin. Couch gekauft. Ausgesucht. Liefern lassen. Hat so, keine Ahnung, ein, zwei Wochen oder so gedauert, glaube ich. Bis die da war. Und dann will ich die halt gerade hinstellen und Dings. Und dann denke ich mir so. Irgendwie passen diese Füße nicht zu dieser Couch. Noch mal geguckt auf der Website. Ja. Irgendwie passt das nicht. Haben sie mir die falschen Füße geliefert? Naja. War auch nicht so prickelnd. Das hat dann noch mal drei Wochen gedauert, bis meine Couch endlich höher gelegt werden konnte. Ging auch hervorragend ohne Füße, aber... Ja. Benitez-Cookie-Monster. Ja, ohne Scheiß. Sonst? Bei Keksen? Nicht unbedingt bei denen. Ja. Diese Ikea-Hafer-Cookies. Falls ihr mal zum Ikea fahrt, geht in diesen Supermarkt, den die da haben, kauft die Dinger. Sowohl mit Schoko als auch ohne. Die sind so gut. Die sind so gut. Einfach ohne Füße hinstellen. Ja, das habe ich in dem Moment auch gemacht, weil ich hätte sie sowieso nirgendwo lagern können, ne? Wie gesagt, ging hervorragend. Hat halt dann nur drei Wochen oder so gedauert, bis ich sie dann höher legen konnte. Ja. Aber das war das Schlimmste, was mir in der Richtung bisher passiert ist. So, okay. Schauen wir uns mal hier wieder weiter um, ne? Wir haben hier noch eine Mumie. Wir haben ein Gemälde von einem Ohr und eine Toilette. Sehr gut erhaltene Mumie aus den Pyramiden von Gregor. Kille, Kille. Was? Kille, Kille, Kille. Kille, Kille, Kille. Huch. Leute, macht das bitte nicht auf der nächsten Ägypten-Ausstellung nach. Bitte nein. Nicht die Mumien kitzeln. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Linkes Ohr. Okay. Von Künstler Bielwig Strömquist-Fjablunzon. Besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ed. Es gibt noch ein weiteres, ähnliches Exemplar in einem anderen Museum. Lass mich raten. Rechtes Ohr. Oh, du bist mit Fjablunzons Arbeiten vertraut. Ich bin beeindruckt. Na ja. Doch. Nein, nicht machen, Eol. Nein, 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 nein. Die Mumie kichert zurück. Ja, genau. Sowas in der Richtung. Ah, schön. So, jetzt Toilette. Auf dem Schild steht, die Sturm und Drang V8. Trotz stärkstem Stuhl und Seegang. Diese Bootstoilette ist handgetöpfelt. Und es gibt sie nur achtmal weltweit. Mhm. Okay. Handgetöpfelt. Ja. Alles klar. Komm ich hier hinten rum? Ja. Da ist auch nichts weiteres Verstecktes mehr, oder? Nein. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was auf dem Tisch liegt. Dann schauen wir uns mal die Tür an und dann quatschen wir mit ihm wahrscheinlich. Du sagst dann einfach, Benny hat es auch gemacht. Nein, ich habe es nicht gemacht. Cleo hat es gemacht. Hier steht, bald Neueröffnung. Selten gutes Restaurant. Ein gutes Stück nördlich von hier. Aha. Okay. Das ist ein guter Hinweis. Wir können also hier nördlich hin. Wahrscheinlich will er was zu futtern. Jetzt gucken wir mal. Was will er denn überhaupt? Was wollen wir von ihm? Ich habe eine Frage. Mhm. Du sammelst nur seltene Gegenstände? So ist es. Ich habe diese Sammlung von meinem Vater übernommen. Und der hat sie von seinem Vater übernommen. Und so weiter. Ich bin verrückt nach Seltenheit. Je seltener, desto besser. Blutgruppe RH0. Keine Schlange am 3-Meter-Brett. Crowdfunding-Kampagnen, die ihren Zeitplan einhalten. Oh, da bekomme ich Gänsehaut. Hm. Ja gut. Ja, das ist, äh, ja. So. Schon mal was von Teddy McAnally gehört. Schon mal was von Teddy McAnally gehört? Natürlich. Der Mann war eine Legende. Dort hinten steht das originale Kraken-Vodder-Set von McAnally persönlich. Mein Urgroßvater hat es in die Sammlung gebracht. Keine Ahnung, wie der alte Haudegen damals da rangekommen ist. Muss ihn ein Vermögen gekostet haben. Ich habe nicht zugehört. Was hat er gesagt? Scheiße. Ich war gerade irgendwie geistig abwesend, weil ich überlegt hatte, ob ich, äh, nein. Ich warte immer noch auf meine Blu-Ray im Steelbook von, äh, von, 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 von Iron Sky 2. Ich habe den Film digital bekommen, aber noch nie physisch. Da muss ich vielleicht mal hinschreiben. Ähm, äh, inzwischen dauert es zu lang. Zumal der schon über, keine Ahnung, Prime und so verfügbar ist, der Film. Ähm, ne? Schwierig. Ja, gut, äh, ich versuche es mal aufzupassen. Der Humor ist fantastisch. Das ist so gut. Es ist so schön. So. Äh, Schatz der ewigen Erinnerung. Der kennt den doch garantiert, oder? Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Ja, da klingelt was. Könnte ziemlich wertvoll sein. Aber Gold habe ich wahrlich genug. Ich interessiere mich nur für seltene Gegenstände. Ich verrate dir mal was. Die wahren Schätze bestehen niemals aus Goldmünzen. Ich leih mir mal kurz das Irrlicht dahinter mir in Ordnung. Ha, ha, ha. Guter Witz. Ha, ha. Selten so gelacht. Dieses Ehrlicht ist viel zu wertvoll und zerbrechlich, um es einfach zu verleihen. Davon gibt es nur sieben Stück. Weltweit. Okay, verstehe. Dann nur ganz, ganz kurz, okay? Nein, ich würde es dir niemals geben. Mit einer Ausnahme. Und die wäre? Ich würde es tauschen. Gegen was? Denk doch mal nach. Na, gegen etwas, das noch seltener ist. Wie viele Irrlichter gibt es nochmal? Insgesamt sieben. Bring mir etwas, das noch seltener ist und wir können tauschen. Oh, die Briefmarke, ja. Meinst du das Kartenspiel? Ah, okay, okay, verstanden. Äh, Chunky, schlaf gut. Dankeschön, dass du da warst. Weil er sich da mal nicht irrt. Ja, hört sich bei so vielen wahrscheinlich. Gucken wir mal. Die Briefmarke ist doch toll, oder? Die gibt es doch bestimmt nicht oft. Was hältst du von dieser sehr seltenen Briefmarke? Sehr selten. Diese Marken sind nicht so selten, wie du vielleicht denkst. Auf keinen Fall seltener als ein Irrlicht. Ach, schon gut. Ja, scheiße. Okay. Ich bin dann mal wieder weg. Denk dran, dein Ticket ist 24 Stunden gültig. Du kannst jederzeit wiederkommen. Okay. So. Hier bald Neueröffnung. Selten gutes Restaurant. Ein gutes Stück... Nördlich. Nördlich von hier. Okay, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Das ist ehrlich. Ich habe das ehrlich gefunden. Es steht in dieser versunkenen Galerie, von der Avery mir erzählt hat. Der Bissitzer Attila würde mir das Irrlicht überlassen, wenn ich etwas noch selteneres zum Tausch auftreiben könnte. Es gibt nur sieben Irrlichter weltweit. Wo soll ich etwas so seltenes herbekommen? Das ist tatsächlich eine wahrlich gute Frage. Okay. Okay. Das heißt, wir tuckern jetzt einfach mal Feld für Feld nach Norden und schauen mal nach diesem seltenen Restaurant. So. Siegel setzen. Äh, da. Apropos Ingo. Sprechen wir nochmal mit ihm. Mit Ingo. Weiß ich nicht. Ingo ist... Ähm... Ja. Hey! Diesen goldenen Faden kann ich auch als Angelschnur verwenden. Oh. Ja, das ist doch schön. Ähm... Ich weiß nicht. Ingo ist merkwürdig. Ingo ist selten. Ingo ist definitiv selten. Das ja. Okay, cool. Wir haben einen Fisch. Ja, nice. So. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum wir angeln, aber wir können angeln. Also, ne? Wir angeln jetzt mal mit einem Fisch. Und wir haben einen Stiefel. So eine Scheiße. Okay. Also hier ist nichts. Kein Restaurant. Kein nichts. Alles klar. Malde. Weiter nach Norden. Nach der Rezeptionistin ist er doch wohl deine Wohltat. Ja, stimmlich, ja. Aufdringlich. Von der Aufdringlichkeit her, ja, ja. Ja. Nicht unbedingt. Seltsam. Dieser Ort stand gar nicht auf der Karte. Alles klar. So. Da haben wir es. Jetzt müssen wir nur noch das seltene Restaurant finden. Und irgendwie mitnehmen. Eine unbekannte Insel. Ich habe eine seltsame Insel gefunden, die nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Die Ingo mir gegeben hat. Sie liegt ein gutes Stück nördlich von Attilantis. Ein gutes Stück nördlich. Es sind also drei Felder. Merkt euch das. Sushi Madness. Oh, ich mag Sushi. Hallo. Entschuldige bitte. Das Restaurant ist noch nicht eröffnet. Führst du diesen Sushi-Laden? Ich führe das Sushi Madness nicht. Das Sushi Madness führt mich. Hat das Wasabi hier einen eigenen Stuhl bei der Vorstandsversammlung? Oder war das metaphorisch gemeint? Okay. Metaphorisch. Schon klar. Du bist doch jung, Mädchen. Du verstehst es irgendwann. Mhm. Mhm. Jo, du gehst auf 500 Stunden zu. Nice. Sehr cool. Ich kann dir nicht sagen, wann du vom Marsreisenden zum nächsten Rang aufsteigst. Aber 500 Stunden ist sportlich. Sehr sportlich. Sehr, sehr sportlich. So. Was fehlt denn zur Eröffnung? Das Restaurant sieht super aus. Was fehlt denn noch zur Eröffnung? Der Goldzahn Piranha. Ein Fisch. Mhm. Du meinst, alles ist fertig und es fehlt nur noch ein Fisch? Nicht irgendein Fisch. Der Goldzahn Piranha ist der perfekte Fisch für die Eröffnung des Sushi Madness. Okay. Warum ausgerechnet der? Warum ausgerechnet dieser Fisch? Vor einigen Jahren, als ich die perfekte Bambusmatte für das Restaurant gefunden hatte, fiel ich zunächst in ein emotionales Loch. Ich zweifelte an mir. An dem Restaurant. Sogar an der Bambusmatte. Was? Ich saß da, bewegte mich nicht, aß nichts, trank nichts, sprach kein Wort. Doch nach acht Tagen und Nächten, weißt du, wer da die Stille durchbrach und zu mir sprach. Gott. Jetzt metaphorisch? Die Bambusmatte. Natürlich. Und plötzlich war mir alles klar. Ich wusste, welche Nori-Blätter das Sushi Madness verlangt. Welchen Reis und welchen Fisch es zur Eröffnung geben müsste. Den Zahnlückenpiranha. Goldzahnpiranha. Goldzahnpiranha. Genau. Okay. Alles klar. Die Bambusmatte hat zu ihm gesprochen. Warum braucht er eine Bambusmatte für Sushi? Wenn er ein Sushi-Meister ist, dann macht er das freie Hand. Ich brauche eine Bambusmatte, um Sushi zu rollen. Er nicht. Das ist jetzt ein bisschen... Wenn ich irgendwo ins Sushi-Restaurant gehe und ich sehe da jemanden, der mit einer Bambusmatte das Sushi rollt, dann weiß ich nicht. Nee. Nee. Einfach nur nee. Nee. Also, nee. Zogobel ist auch auf dem Weg zu 400. Nice. Nice. Was du eröffnest... Nein, er eröffnet einen Sushi-Laden und ihm die... Was? Und ihm die Zahob-Zutat. Achso, fehlt wahrscheinlich. Ja, du kannst nicht mehr schreiben. Das ist nicht wild, es ist spät. Das passiert schon mal. Okay, ich suche nach etwas sehr seltenem deinem Sushi. Ich bin auf der Suche nach etwas sehr seltenem. Oh ja, nach was denn? Nach etwas sehr, sehr seltenem. Egal was. Es sollte nur echt richtig selten sein. Echt richtig. Wie selten? So, maximal sechs Stück weltweit selten. Wirklich? Das ist interessant. Ich weiß, von wem du so etwas Seltenes bekommen könntest. Echt? Von wem? Ich schlage dir etwas vor. Bring mir den Goldsand, Piranha. Und ich helfe dir weiter. Ist ein Gegrinser dabei. Du gibst mir etwas. Ich gebe dir etwas. Es ist alles miteinander verbunden, Kleine. Das Große und Ganze bildet am Ende einen Kreis. So wie Sushi. Du wirst schon sehen. Doch sei vorsichtig. Der Goldsand, Piranha, ist ein gefräßiges Kerl. Kerlchen. Irgendwie habe ich jetzt Bock auf Sushi. So eine Scheiße aber auch. Er eröffnet einen Sushi-Laden und dir fehlt die Hauptzutat. Schau, Gobel. Obacht. Du hast nicht aufgepasst. Er hat ja nicht eröffnet. Weil ihm die Zutat fehlt. Das sieht nur so aus. Aber es ist noch geschlossen. Das Schild steht auf Closed. Und jetzt, ja. Sorgen wir offensichtlich dafür, dass er eröffnen kann. So, wie war das noch mit diesem Goldfisch? Ich glaube, das ist das, was er uns gerade erzählt hat. Und nicht mehr, ne? Wie war das noch? Ja. Okay. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? So etwas interessiert mich nicht. Mein Leben dreht sich nur ums Sushi-Magnis. Okay. Pauler Schnurrbart. Ich habe heute jemanden getroffen, der hätte alles für deinen Schnurrbart gegeben. Oh ja. Ja, sieht klasse aus, nicht wahr? Aber Fahrradfahren ist die Hölle. Es ist ein Geben und ein Nehmen, nicht wahr? Okay. Gut. Wo angle ich diesen Fisch? Ich gehe dann mal diesen Fisch angeln. Viel Glück. Okay. Wir haben einen Tagebucheintrag. Der Sushi-Magnis-Inhaber. Ich habe einen alten Mann getroffen, der ein Sushi-Restaurant eröffnet. Ziemlich durchgeknallter alter Kerl. Aber er behauptet, er könnte mir helfen, einen seltenen Gegenstand zu finden, wenn ich ihm einen Fisch für seinen Sushi fange. Der Goldzahn-Piranha. Oder so? Ja. Jetzt ist halt nur die Frage. Wo angeln wir den? Ähm. Wie angeln wir den? Wann angeln wir den? Kann ich hier angeln? Nein. Die Tür ist nicht offen. Ja. Warte mal. Sag mal, Avery. Ich muss einen besonderen Fisch fangen. Du bist ein Vogel. Du weißt doch, wo man Fische findet, oder? Ich muss einen besonderen Fisch fangen. Ich glaube, dann kann ich diesen seltenen Gegenstand besorgen, den wir brauchen, um ihn gegen das Irrlicht zu tauschen. In Ordnung. Dann mal los. Kannst du mir helfen? Beim Angeln? Ich bin im Körper eines Papageien. Wie stellst du dir das vor, du Genie? Hast du nicht wenigstens einen Tipp, oder so? Einen Tipp? Du meinst sowas wie ein Merksprung, oder wie? Sowas wie, nichts ist blöder als Angeln ohne Köder. Oder, ähm, wenn ich auf den Boden blute, halte ich wohl falsch herum die Rote. Okay, okay. Bitte keine Tipps mehr. Bei einer Sache bin ich mir sicher. Gute Angler angeln immer mit einem System. Ohne ein System stochert man im Dunkeln. Ein System? In Ordnung. Ich schaff das schon irgendwie. Äh, das hältst du mir jetzt nochmal das Gleiche, oder? Wie soll ich nur diesen seltenen Fisch fangen? Bei einer Sache ohne ein System. Ja, okay. Wir brauchen ein Angelssystem. Ich gehe dann mal weiter. In Ordnung. Tschüss. Wir brauchen also ein Angelsystem. Ähm, ich habe kein Angelsystem. Ja. Los geht's. Ähm. Ja. Äh, keine Ahnung. Ähm. Hm. Wir könnten theoretisch jedes einzelne Feld hier durchgehen. Wir können aber auch einfach einmal nach links fahren und wir angeln hier. So. Ich glaube, das System besteht darin, dass wir einfach diese Köder nehmen und, äh, am Ende hängt irgendwann dieser komische Dings dran. Ne? Wir, wir steigern einfach die Köder und versuchen die nächst größere Stufe davon zu erreichen. Was hat aber nicht funktioniert, wenn wir Stiefel fangen? Das ist nicht hilfreich. Nicht mal ansatzweise hilfreich. Boing, 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 boing. Okay, wir haben einen kleinen grünen Fisch gefangen. Nice. So. Das heißt, äh, ja, das heißt erstmal noch nichts. Wir, äh, gehen jetzt also her und versuchen nochmal, vielleicht müssen wir tatsächlich nochmal mit Ingo reden. Der wird wissen, wie das funktioniert mit Angeln. Das ist halt doof. Der ist so, der ist so, so aufdringlich und so fröhlich und damit komme ich doch nicht klar. Warte mal, goldene Leine ist eigentlich, glaube ich, nicht doof, ne? Gold-Zahn-Piranha. Vielleicht steht der auf Gold. Vielleicht ist das schon mal gar nicht so doof. So. Angeln. Zumindest wissen wir inzwischen, wonach wir angeln. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Boing, boing, boing. Stiefel. Okay. Das ist, das hilft nix. Ingo. Ingo. Ja, warte. Ingo. Ich werfe ein paar Handgranaten ins Wasser. Piranhas schwimmen, glaube ich, tiefer als Handgranaten im Normalfall reichen. Keine Ahnung. Behaupte ich jetzt einfach so. Wir haben keine Handgranaten. Wir haben Pilze hinter uns. Vergiss es. Den Kerl spreche ich nie wieder an. Danke. Das ist ja. Oh, ich finde das so gut, dass wir uns einig sind. Das ist wunderbar. Okay, wir haben ein, warte mal, wir haben, wir haben ein Papier. Ähm, wir haben hier drüben einen Schlitz in der Wand. Ich bin nicht sicher, was wir... Okay, nein, da können wir doch nichts damit tun. Wir gucken uns nun mal das Tintenfass an. Äh, hier. Ähm, nope. 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 Okay. So. Dünnes Papier. Das dünne Papier bringt uns jetzt aber hier an der Stelle noch gar nichts, oder? Der arme Ingo. Der hat genug geredet für sein ganzes Leben. So arm ist er nicht. Hier kann ich doch auch nichts mit Papier anfangen, oder? Nee. Das würde mich jetzt sehr wundern. Hier liegt... Wow. Nee. Hier kann ich definitiv nichts mit Papier anfangen. Ähm. Ich bin gerade am überlegen. Was haben wir jetzt alles dabei? Gut, der goldene Faden ist für die Angel offensichtlich. Das Ticket... Ja, klar. Ähm. Die Leuchtpilze. Finde ich interessant, dass wir die noch haben, weil eigentlich haben wir die ja hergetauscht. So gesehen. Können wir noch mal... Warte mal. Wir könnten halt theoretisch noch mal hier rein, ne? So, pass mal auf. Du, Sam. Hm? Hm? Spiel das Lied doch noch. Halt die Klappe. Okay. Du. Spiel das Lied doch noch. Halt die Klappe. Okay. Er hat wirklich keinen Bock drauf, hm? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Ähm. Finde ich schön. Wir müssen irgendwie auch noch in diese Ausstellung rein. Psst. Ich will das zuhören. Ja. Warte. Ne? Ne? Kann ich mit dir noch irgendwas... Was? Oh. Oh. Offensichtlich nicht. Ne? Gut, die Korken hatten... Warte mal. Können wir noch mal Korken mitnehmen? Ich brauche nicht noch mehr Korken. Nein. Okay. Ich brauche... Keine Korken mehr. Alles klar. Äh... Wegen der Ausstellung. Ich bin dann mein... Okay. Da können wir offensichtlich auch gerade nichts tun. Das heißt... Hier steht... Ja. Kein Durchgang. Ich weiß. Wir dürfen da tatsächlich einfach nicht rein. Wir müssen noch irgendwie in diese Aus... Äh... In diese Ausstellung kommen. Das ist noch so ein Ding. Also. Wir müssen in die Ausstellung. Wir müssen... Weiß ich nicht. Sie braun kriegen. Finger weg. Bist du Gast hier im Hotel? Bist du Gast hier im Hotel? Das haben wir schon gefragt, oder? Darauf kannst du wetten. Damit ich einen möglichst kurzen Weg... Nee, haben wir doch nicht. Darf ich deine Zimmernummer erfahren? Natürlich. Cool. Danke. Soll ich sie dir zusammen mit dem Code für den Zimmer safe notieren und dir eine Tragetasche mitgeben? Okay. Okay. Deine Haut hat mich so geblendet, dass ich die Ironie nicht hab kommen sehen. Ach. Vergiss es. Ach. Schade. Vielleicht ihren Tanga klauen? Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Wir konnten ja Oberteil klauen, aber ich... Ja. Ähm. Hm. Ich hab tatsächlich das Gefühl, dass wir jetzt einfach angeln müssen. Ich will aber nicht einfach nur angeln müssen. Das wirkt so... Weiß ich nicht. Das wirkt so falsch. Einfach nur angeln. Das wirkt nicht richtig. So. Wir haben jetzt wieder einen kleinen Grünfisch. Das ist... Schön. Dann probieren wir das gleich nochmal. Irgendwie müssen wir an diesen Dings rankommen, ne? Also diesen... Piranha müssen wir definitiv... Also da bin ich mir sicher angeln. Ne? Das, glaub ich, ist relativ logisch. Boing, boing, boing. Gibt's vielleicht einen Cocktail für die Sonnenbartfrau? Äh... Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ist auch genau. Risky hatten wir. Hm. Schlaflosigkeit. Mies, Regenwasser, Kaffee. Wir haben keinen Kaffee, glaube ich. Das ist das hier. Das ist das. Magenbitter, kalte Asche und ein persönliches Opfer. Ich glaube nicht, dass wir das schon irgendwie haben. Oh, warte mal. Dass alle Zutaten dringend eine... Zwingend eine schwarze Färbung aufweisen müssen. Okay, das... Okay, irgendwas... Müssen wir tun. Und also dafür brauchen wir das Tintenfass. So viel ist klar. Also das... Das ist jetzt relativ logisch. Wir haben aber noch nichts, was wir da reinpacken können. Hm. Also wir haben den Magenbitter auf dem Schiff. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kalte Asche könnten wir auch haben. Ein persönliches Opfer. Was ist denn ein persönliches Opfer? Warte mal. Haben wir von der irgendwas? Nö. Wir haben von der nix. Ähm. Nee. Nee. Keine Ahnung. Also. Ich wüsste noch nicht, wie wir den herstellen sollen. Da ist jetzt noch nichts, was irgendwie so, so in meinen Augen wirklich persönliches Opfer quasi schreit. Was wir auch im Inventar hätten wohl gemerkt. Ähm. Kann ich Tinte in die leere Kokosnussschale füllen? Habe ich vorhin schon probiert. Nee. Tatsächlich nein. Also wir müssen irgendwas färben. Ähm. So viel ist klar. Wir müssen irgendwas färben. Die Sache ist halt nur was. Asche ist schwarz. Der Magenbitter ist auch relativ schwarz. Also, ne. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich von der Person, der wir den geben wollen, einen Gegenstand. Den wir dann schwarz färben. Aber da haben wir noch nicht genug davon. Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen. So, pass auf. Wir haben... Ja, wo ist er denn? Da ist der Magenbitter. Wir haben... Äh. Asche war das. Ja, genau. Wir haben keine Asche. Wir haben keine Asche. Darfst du eine Idee zu dem persönlichen Opfer äußern? Ja. Die Sache ist nur, wir haben halt nichts in der Richtung. Gerade eben. Kopfschmerztabletten. Im... Okay. Wir können halt hier auch nichts von mitnehmen. Das ist auch noch so eine Sache. Äh. Aber warte mal. Warte mal. Hatten wir... Das war er hier. Meat, Regenwasser, Kaffee. Hallo. Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen. Äh. Meat. Kaffee war Flavor, ne? Ja, shit. Okay. Ja, ja, ja. Das war Dings. Kleos Reisetagebuch ist doch in dem Sinne persönlich... Ja, aber ich will mich ja nicht selbst K.O. legen, ne? Also will ich das? Nein. Ich glaube. Nicht sicher. Aber selbst dann. Wir haben... Wir hätten auch keine Asche. Ähm. Das ist so... Ja. Nope. Wir haben keine Asche. Daran wird es momentan sowieso noch scheitern. Ähm. Also auch das Tagebuch von der, äh, ne? Von der anderen wäre sehr persönlich wahrscheinlich. Haaah. Schwierig. Verbrenn den Papagei, dann hast du ja Asche. Und was zu essen. Ja, nee, Eol. Nein. Also ich weiß, dass du auf Chicken Wings stehst. Und Papagei hier Chicken relativ ähnlich ist im ersten Moment. Aber nee, wir brauchen den noch. Habe ich nicht gerade von dem Opfer von ihr gesprochen? Nein. Von der Person, der ich den, den Dings geben will. Oh. Mittelgroßer rötlicher Fisch. Hallo. Willkommen in meinem wunderbaren Inventar. Willkommen. Willkommen. So. Fangen wir mal den rundlichen, größeren Fisch. Ja, das hat nicht funktioniert. Okay. So, pass auf. Pass auf. Wir angeln jetzt. Fische. Okay. Gut. Sehr gut. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Petri Heil. Bronze. Nice. Äh, wir angeln nochmal weiter. Hast du das missverstanden? Alles gut. Alles gut. Ich werde auch nicht mein eigenes Zeug hergeben, ne? Für einen Trank, der nicht mal für mich ist. Also, das wäre, das wäre ja. Das ist wie so ein Zaubertrank, ne? Ähm. Oder so dieser klassische Liebestrank, ne? Den man so kennt. Ähm. Wirf ein Haar deines, deines Schwarms mit rein. Und der, ne? Du wirst unwiderstehlich sein. Ähm. Sowas in der Richtung, ne? Das ist, ich glaube, genau auf sowas läuft das Ganze hier hinaus. Okay, cool. Wir fangen zumindest schon mal größere Fische. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So. Jetzt, äh. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Das ist ein Schuh. Ach man. Kein Schuh. Kein Schuh. Okay, wir wechseln mal die Angelschnur. Ich will ein Haar in meiner Suppe haben. Nein. Nein. Oh, hallo. Dicker gelber Fisch. Hi. Ne, Haare in Suppe sind tatsächlich nicht so geil. Ähm. Ne, das war jetzt schon die Rede von so einem Trank oder so, ne? Ihr habt doch bestimmt alle irgendwie mal Sabrina oder sowas geguckt. Irgend so eine komische Magie-Serie. Oder Harry Potter. Da gab es das Gleiche. Vielleicht habt ihr es sogar gelesen, nicht nur geguckt. Gut, da war es der komische Wandeltrank, glaube ich. Ähm. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Man braucht irgendetwas von dem, von dem man halt haben will. Ähm. Was? Ich wechsle nochmal die Leinenfarbe, weil das war gerade gar nicht mal so schlecht, glaube ich. So, hoffentlich sind die nächsten Fische blau. Oder grün, oder? Das ist ein kleiner grüner. Warum bist du ein kleiner grüner Fisch? Wie kann ich dich denn mit dem... Ach so. Oh, ja, weil ich einen grüner mitgewechselt habe. Ich hält. Ähm. Okay, cool. Ups. Ein Schuhfisch. Die sind etwas zäh. Ja, möglich, ja. Komm. Nein. Ein Stiefel. Nein, 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 nein. Das ist das. Kein Stiefel. Okay. Äh. Leinenfarbe. Leinenfarbe ändern. Ich glaube nämlich daran... Oder da hängt es dran, möglicherweise. Nicht nur am Dingens. Das ist noch ein Stiefel. Scheiße. Haben wir vier von den... Von den gelben Fischen? Oh, damn it. Haben wir vier von denen? Habe ich da genug von gefangen? Oh, es könnte knapp werden. Ich glaube, das wird nix... Oh nein, oh nein, oh nein. Es ist, äh... Scheiße, es ist tatsächlich vorbei. Oh nein. Okay. Dann, ähm... Ja. Okay. Ich bin übrigens sehr, sehr, sehr froh darüber, ähm... Dass ich in diesem Angelspiel nicht in irgendeiner Art und Weise, ähm... Dinge tun muss. Großknöpfe drücken. Ich bin kein großer Freund von diesen komischen Angelspielen und was weiß ich. Ja, scheiße. Hat sich jetzt jemand gemerkt, welche Farbe wir mit dem noch nicht hatten? Ich glaube, grün. Ich glaube, Gold war das Letzte, was wir genutzt haben. Ähm. Komm, Fisch. Ach, nee. Komm schon. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Okay. So ne Scheiße. Wir müssen jede Menge Fische fangen, Leute. Wir müssen jede Menge Fische fangen. Wir... Nein, nicht... Och. Das ist ein bisschen schade, dass ich hier nicht sofort auf Angeln starten gehen kann. Ich muss erst zweimal nach unten navigieren. Das hindert den Flow ein bisschen. Nicht, dass am Ende rauskommt, dass die Piranha doch nicht geangelt werden kann. Dann will ich zumindest die Trophy dafür haben, dass ich, weiß ich nicht, den größten Fisch gefangen habe. Also, kann schon sein, dass das dabei rauskommt, aber dann will ich zumindest... Das ist, äh, ja. Wir haben ja schon ein Achievement bekommen. Fürs Angeln. Kein wahnsinnig aufregendes, aber es war ein Achievement. Wahrscheinlich müssen wir den auch ganz woanders angeln. Wahrscheinlich geht das hier gar nicht. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber die anderen beißen hier alle ganz gut. So. Wie viele haben wir jetzt von denen? Ich würde ganz gerne 10 haben. Das sind jetzt 7. Okay. Okay. Jawohl. Sehr schön. Die beißen halt inzwischen echt gut. Gerade mit dieser goldenen Angel. Also mit dieser goldenen Schnur. Das ist voll gut. Ich bin auch sehr froh, dass wir offensichtlich nur eine einzige Angel brauchen. Und nicht 3 verschiedene, die jeweils irgendwie die bessere Stufe, ne? Die eine besser als die andere. Okay, cool. So. Wir haben... 10 davon. Jetzt ist die Sache. Einmal das hier ändern. Habe ich euch? Ich glaube, euch habe ich mit grün. Nein. Euch hatte ich noch mit Dings. So war's. Okay. Ja. Hat funktioniert. Ganz offensichtlich. Sehr gut. Ha. Ha. Errungenschaft freigestaltet. Petri Heil. Silber. So. Und wenn ich nur das Achievement habe. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass das hier kein Angel-Mini-Spiel ist. Ich bin da nicht der große Fan davon. Und was da teilweise an Wissenschaft reinfällt oder quasi reinfließt, bist du... Ne, ich habe das in Final Fantasy 15 gemacht. Und habe da auch die ganzen Angel-Quests und so weiter erledigt. Und... Holy shit. Also das war... Das war Arbeit. Das war echt richtig Arbeit, diese Fische zu fangen. Dagegen ist selbst das Stardew Valley-Angeln, das wirklich kacke ist, wenn man nur die Anfangsangel hat. Und noch keine Level da drin. Danach wird es irgendwann mal besser. Aber ganz am Anfang ist Angeln einfach nur furchtbar in dem Spiel. Also Stardew Valley jetzt. Aber das ist halt alles nichts gegen das Final Fantasy 15-Angelsystem. Das war... Das war an sich super realistisch und rein von dem her schon ganz cool. Aber wenn ich angeln will, dann will ich keine Herausforderung, sondern mich entspannen. So quasi. Ne, dann so wie hier. Einfach Knöpfchen drücken und fertig. Nicht groß irgendwie drauf konzentrieren müssen und was weiß ich. Ne, das... So wie hier kann ich damit arbeiten. So. Das Angeln in Final Fantasy war doof. Hast es nur ein paar Mal gemacht und danach nie wieder. Ja, ich kann es irgendwo verstehen. Aber wenn du dann irgendwann mal so weit bist, dass du, ne, die, die, die richtige Angel hast, die richtige Schnur und den richtigen Köder dafür. Dann wird es irgendwann schon auch ein bisschen spannend. Aber es ist halt nicht so, dass ich sagen würde so, yo, ich mach das jetzt nur noch. Quasi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Quests halt durchgemacht hab. Und, äh, das, das war's dann auch. Dann hab ich auch so gesagt, so, ne, leck mich doch am Arsch. Nie wieder. Aber ich hab halt auch erst später damit angefangen, als ich dann schon, ja, die, die deutlich bessere Ausrüstung hatte. Also, ich hab's am Anfang einmal ausprobiert, als es quasi vorgestellt wurde im Spiel. Ähm, äh, wie hieß er denn? Am, 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 am Bodinkai. Ich glaube, Bodinkai war's. Ähm, ne. Einmal ausprobiert. Nicht gut befunden und dann erstmal hinten aus, äh, aufgeschoben, ja. Es wär tatsächlich mal interessant, sämtliche Angelsysteme aus Spielen irgendwie zu vergleichen. Weil, ne, gerade wenn da irgendwie so ein Minigam mit drin ist, ist ja schon auch, sag ich mal, ein Unterschied immer wieder da. Also, ich hab noch nicht einmal erlebt, dass ein Spiel, das ein Angelsystem hatte, oder mehr oder weniger das gleiche Angelsystem hatte, wie ein anderes Spiel. Jeder macht da sein eigenes Süppchen. So. Einmal die Mainstory durchgespielt. Warst du dermaßen enttäuscht davon? Ja, die Story ist nicht so, so dick. Das, das, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das ist richtig. Ja, nach Venedig merkt man schon, dass zwei verschiedene, äh, Leute für das Game verantwortlich waren. Siehste, das wusste ich nicht mal. Aber ja, danach lässt's so, so, also, ne, die Story nimmt zu. Ich, 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 ich mag die Story durchaus. Ist jetzt nicht die stärkste Final Fantasy Story. Absolut nicht. Aber sie, sie war in Ordnung. Und, äh, ich war am Ende schon, schon ganz happy damit. Also, ich spiele Final Fantasy 15 jetzt tatsächlich auch schon, schon zum dritten oder vierten Mal durch oder sowas um den Dreh. Ähm, ähm, weil ich irgendwie immer noch den Anspruch habe, vielleicht doch irgendwann mal noch den, den, äh, also quasi das Maximum rauszuholen. Ähm, also gerade in, in, in Richtung Dingens. Ähm, Achievements und so. Aber, ja. Fuck. Okay, wir versuchen jetzt verschiedene Angelstellen mit dieser Kombo. Goldene Schnur. Und, ähm, ja. Gucken wir mal. Habe ich schon die riesen Schildkröte besiegt? Äh, ähm, nee, tatsächlich nein. Nein, tatsächlich nein. Die wollte ich besiegen, wenn ich in einem Spielstand irgendwann mal, äh, alle Chars auf Level 99 habe. Das ist eine Sache, die bisher noch nicht passiert ist. Siegel setzen. Das ist allerdings, ähm, auch sehr ähnlich zu Final Fantasy 12, wo ich das auch vorhatte. Und da wäre es relativ einfach gewesen, weil man ja mit den Gambits und so, ähm, relativ einfach automatisch, ähm, leveln konnte. Ja. Habe ich halt da irgendwie auch nie geschafft. Schon damals auf der PS2 nicht? Fuck. Scheiß Socken, äh, Stiefel. Egal. Ähm. Okay, weißt du was? Wir nehmen eine andere Schnur. Wir nehmen dich. So. Ähm. Und im Remake habe ich es auch noch nicht geschafft, irgendwie. Hä? Sag mal. Irgendwas muss es da doch geben. Irgendwas muss es hier doch geben. So, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Wir fahren noch mal kurz zurück so zum, zum, zum Sushi-Dings, ne? Und fragen den noch mal, ob der noch irgendwas hat. Ansonsten fragen wir mal den Typen in Atilantis. Vielleicht hat der ja was. Warte mal, wir haben ihn noch gar nicht wirklich. Oh, Kindertisch. Das ist der Kindertisch des Sushi-Madness. Mit kleinen Sushi-Ausmalbüchern und. Wow. Das sind ja eine Menge Buntstifte. So viele Farben braucht man zum Sushi-Ausmalen ja wohl nicht. Wir hätten uns hier vorhin umschauen sollen, Leute. Da gab es noch Sachen zu entdecken. Der Eimer ist voll mit Hummerscheren. Eklig. Aber praktisch. Ich nehme eine mit. Hummer ist voll lecker. Ist tatsächlich richtig gut. Komme ich da rein? Nein. Aber ich kann gleich nochmal mit dir reden, ha? Okay. Scheiße. Das hätten wir vorher mal tun sollen. Final Fantasy XIII waren die schwersten Gegner. Die Riesentilos mit Vanille extrem einfach. Nur Todspam und weg war das. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist, ja. Die waren nicht so schwer. Das stimmt allerdings. Das hast du aber in jedem Spiel. Final Fantasy IX ja auch. Wenn das erste Mal bei Ithas Baum, ich glaube Ithas Baum heißt er, wenn du das erste Mal runterfährst in dem Baum, und da der erste, ich sage mal, Baumgegner dir entgegenkommt, wirfst du nicht eine Phönixfeder, wirfst du eine Gold, nee, keine Goldnadel. Doch, ich glaube es war eine Phönixfeder. Wirfst du eine Phönixfeder drauf, Tod, fertig, aus. Bye, bye. Oh je. Hallöchen Kalix. Hallöchen Nico. Hallöchen an alle, die hier gerade rüberschwappen und mich jetzt gucken müssen. Edge. Hallo, hallo. Dankeschön für den Host. Was, was gab's bei euch? Moment, Moment, es gab Elden Ring. Es gab Elden Ring. Das wusste ich. Und das schon seit sieben Stunden. Howdy. Sportlich. Nice. Wie war's? Wie war's? Wie weit seid ihr gekommen? Komm, ne? Lasst mal hören. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin übrigens Benni, wir spielen hier Indie-Games. Ausschließlich Indie-Games inzwischen. Und, äh, ja. Wir haben heute, genau, wir haben heute mit Clio Pirate's Tale angefangen. Wir spielen Clio. Wir haben das Abenteuer unseres Lebens. Wir sind die Auserwählte, um einen bestimmten Schatz zu finden. Jetzt gerade müssen wir allerdings eine goldenen Piranha finden. Und, ähm, keine Ahnung, wo es den gibt. Dafür hilft er uns, ein ganz, ganz seltenes Ding zu finden, mit dem wir ein ganz anderes seltenes Ding eintauschen können, mit dem wir wiederum ein ganz anderes Ding machen können, um irgendwie weiterzukommen. Ganz wild. Das ganze Jahr Elden Ring, ja, du, das schadet nicht. Also, der Elden Ring-Blues, ne, ist furchtbar, weil, wenn du das fertig hast, das Spiel, weißt du nicht, was du danach machen sollst. Kein anderes Spiel erfüllt dich in diesem Moment. Und, ähm, es ist schwer, was zu finden, was Elden Ring auch nur ansatzweise ersetzen kann. Du hast Morgoth umgehauen. Hat dich tatsächlich ein paar Nerven gekostet. Uh, nice. Ja, nice. Sehr cool. Dann, dann bist du ja, ja, wenn Morgoth tot ist, bist du quasi Halbzeit. Also so, äh, doch. Ja, doch, so Pi mal Daumen, Halbzeit. Nice. Sehr cool. Hat dich tatsächlich ein paar Nerven gekostet. Ja. Und Morgoth ist, Moment. Wir reden schon von Morgoth, nicht von Margit, oder? Ich will das nur noch mal nachfragen. Oder bist du immer noch irgendwo im Startgebiet unterwegs? Weil dann hast du nicht die Hälfte geschafft. Auf gar keinen Fall. Morgoth, oh, okay. Gut. Ja, nee. Doch, das ist so, so ungefähr Halbzeit. Also, zumindest, äh, storytechnisch. Ne, du, du bewegst dich jetzt nach Morgoth so langsam in Richtung Endgame. Aber bei Weipen nicht, äh, ne, also, du bist jetzt early, ja, late midgame, early endgame. So, so könnte man das ungefähr sagen. Hast aber auch, äh, irgendwie schon immer zu Margit Morgoth gesagt. Der Witz ist, Morgoth ist gleich Margit. Ist die gleiche Person. Besiegst du Morgoth als erstes und willst dann Margit bekämpfen, ist Margit nicht mehr da. Weil du hast ihn ja schon getötet. Ist die gleiche Person. Oder das gleiche Omen. Tatsächlich. Ein und das gleiche. Hat auch einen Lore-Grund. Ich habe ihn nur vergessen. Aber das habe ich mir gemerkt. Ähm, das habe ich mir gemerkt. So. Die Lore ist so faszinierend von diesem Spiel. Ich sauge alles auf. Ich habe schon, keine Ahnung, ich glaube, ich habe schon gefühlt, die Hälfte dessen, was ich gespielt habe, was knapp 300 Stunden sind, an Lore-Videos geguckt. Und das Schlimme ist, ich habe so viel Input, dass ich halt quasi alles hinten wieder rauswerfe. Es ist einfach, es ist ein Rein und ein Raus. Ich habe die Hälfte auch schon wieder mindestens vergessen, ja. Aber, ja, nee. Morgot ist cool. Morgot ist cool. Ab jetzt kommst du zu den schweren Bossen. Ist tatsächlich so. Alles bis jetzt war Pelle Palle. Viel Spaß, Nico. So. Ich muss ihn mal ganz kurz hier fragen, weil der Typ wartet, dass wir ihm eine Frage stellen. Und ich habe Angst, dass er stirbt, wenn er noch länger warten muss. Moment, wie war das mit dem Goldfisch? Wie war das noch mit diesem Goldfisch? Du besorgst mir den Goldzahn, Piranha. Und ich helfe dir, den seltenen Gegenstand zu finden, den du brauchst. Richtig. Ich bin da dran. Das war nicht hilfreich. Okay, ich gehe dann mal diesen Fisch angeln. Ich gehe dann mal diesen Fisch angeln. Viel Glück. Danke. So. Haben wir irgendwas, was wir brauchen können? Nee. Oh. 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 Die Hummerschere. Wir können die Hummerschere nutzen. Oh mein Gott. Wir können die Hummerschere nutzen. Ja, Moment. 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 Ähm. Hier. Eine Hummerschere ist eine hervorragende Zange. Steht dabei. Habe ich gerade gelesen. Habe ich nicht vorgelesen. Tut mir leid. Aber wir können das tatsächlich nutzen, um hier im Leuchtturm Dinge zu tun. Obacht. Wir tun im Leuchtturm Dinge. Und nicht knutschen, ne? Dafür sind wir definitiv zu jung. So. Dann wollen wir mal. Ja. Das hat geklappt. Hey. Der Spiegel wirft die Sonnenstrahlen jetzt gebündelt an den Strand. Muss jetzt ganz schön heiß dort sein. Kann ich da noch mehr mitmachen? Ich lasse es so. Okay. So. Welchen Strand? Errungenschaft freigestaltet. Tollpatsch. Wir sind gerade die Treppe runtergefallen. Oh nein. Oh nein. Warum sind wir die Treppe runtergefallen? Das tut doch weh. Okay. Es ist trotzdem die Frage, welcher Strand? Ähm. Hier war ein Strand? Fragezeichen. Ich kann mich nur an den Friedhof erinnern. Nicht an den Strand. Äh. Wo? Wo? Leute, wo ist denn hier ein Strand? Also jetzt mal ganz ehrlich. Oh. Ja Gott. Ach Gott. Ja. Danke, Eol. Ja, natürlich. Ach Gott. Den goldenen Faden eigentlich nur verwenden? Höh? Oh. Sie hat endlich Farbe bekommen. Frau mit Sonnenbrand. Hey, ich will dich ja nicht beunruhigen, aber... Was? Oh, meine Güte. Gott, ist die hoch? Meine Haut. Ich hab's wohl übertrieben. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss dringend in den Schatten. Hihihi. Was? Okay. Oh, was ist das? Was ist das denn? Raumkarte. 507. Oh. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt in... Ja. Schön. Den goldenen Faden angeschnurr verwenden. Das haben wir schon die ganze Zeit tatsächlich. Also jetzt schon öfter. Vorhin hat's nicht funktioniert. Also mit dem gelben Fisch. Also mit dem großen. Wie, du wüsstest nicht wieso. Ach so. Ja, ja. Warte. Warte. 507. Nein, nein. Was mach ich denn? Hab ich jetzt den Fisch gegessen? Ich hoffe nicht. Oh Gott. Wieso haben wir nur noch einen davon? Das ist nicht gut. Chat. Ich wollte nachgucken, was da steht. Auf der Rückseite steht eine Prüfziffer. Herz 49. Okay, warte. Wir kommen jetzt in die Ausstellung. Herz 49. Wo ist ein Herz? Herz 49. Dominik Wolf. Okay. Das ist nicht Herz. Ich bin doof. Äh. Hier ist so. Da. Audrey Herring. 507. Nochmal wegen der Baumdorf. Die Ahnung. Nochmal. Oh. Moment. Ich muss weg. So. Nein. Ich. So. Wir laufen jetzt hier rein. Hey. Ein. Ich bin doch Hotelgast. Das hatten wir alles schon. Äh. Audrey Herring. Audrey. Zimmernummer war Herz 49. Raum. Hm. Dreistellige Prüf. Fünf. Fünf. Null. Null. Sieben. Sieben. Oh. Das ist alles richtig. Bitte entschuldigen Sie, Frau Herring. Die Bräune lässt sie viel jünger aussehen. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Schön. Okay. Cool. Oh. Oh. Können wir die Zitterahle mitnehmen? Ein Becken mit zwei ziemlich aggressiven Zitterahlen. Hm. Es ist durch den Fluss, der durch das Hotel fließt, stets mit Frischwasser versorgt. Wir können 100%. das Gatter hochfahren und die öffnen. Also das Gatter, das Gatter, das ich hier hinter meinem Kopf, das, das da quasi, da, ne, da. Egal. Hinter meinem Kopf. Mehr oder weniger. Okay. Fehlen noch Name und Pin. Ja, haben wir alles rausgefunden, ne? Alles rausgefunden. So, Bild von McKinnys Eltern ansehen. Teddy McInnellys Eltern. Äh, McInnelly. Steve und Emilia McInnelly führten einen Fischerbetrieb, der bereits seit Generationen im Besitz der Familie McInnelly war. Teddy war ihr erstes und einziges Kind und sollte später ebenfalls den Fischerbetrieb übernehmen. Aha. Bereits im Kleinkindalter wurde deutlich, dass Teddy ein trotziges Wesen mit einer ausgeprägten Abneigung gegenüber Autoritätspersonen hatte. Aus Prinzip machte der junge Teddy stets das exakte Gegenteil von dem, was seine Eltern von ihm verlangten. Moment, was? Bereits im Kleinkindalter wurde deutlich, dass Teddy ein trotziges Wesen... Okay, trotziges Wesen hatte. Doch, ich dachte gerade, der Satz macht keinen Sinn, aber doch, er macht Sinn. Äh, okay. Es wird gesagt, dass der Satz seines Vaters, nur mit Spielen kannst du kein Geld verdienen, ihn schon als Kind so herausforderte, dass er sich vornahm, seinem Vater das Gegenteil zu beweisen. Als junger Erwachsener erfand Teddy McInnelly schließlich das weltbekannte Spiel Krakenfodder und wurde damit unermesslich reich. Mhm, da ist eine Angel, können wir die mitnehmen? Teddys Vater gab zu, sich geirrt zu haben und schlug Teddy vor, ein weiteres Spiel zu entwerfen, um den finanziellen Erfolg weiter auszubauen. Aus Trotz entwickelte Teddy McInnelly nie wieder ein Spiel und widmete sich der Fischerei. Später gründete er den Anglerclub, die schnellste Route. Okay. Okay, warte mal, was sind das für Namen, die da stehen? Das sind auch wieder irgendwelche, ähm, Bäcker oder sonst was. Ja, ja, das sind definitiv Charaktere, die gekauft wurden quasi. Ah, nice. Kann ich dir Angeln mitnehmen? Ich würde gerne dir Angeln mitnehmen. Darf ich die mitnehmen? Hm. Beim Angeln führte Teddy McInnelly stets Buch über seine Fänge und notierte dabei genau die genutzten Köder, Orte und das Angel-Equipment. Auf dem Diagramm sind eine Menge Pfeile, Nummern und Fische abgebildet. Hey, der da hat goldene Zähne. Das muss der Fisch sein, den dieser Sushi-Mann braucht. Das Diagramm wäre bestimmt hilfreich, um diesen blöden Fisch zu angeln. Aber das kann ich mir niemals merken. Ich muss es irgendwie abhausen oder so. Bah, warte. Wir haben, wir haben, wir haben, äh, dünnes Papier. Hm, mal sehen. Mit diesen Stiften und dem Mumienpapier könnte das klappen. Voila! Nice! Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt, äh, hier. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das sind die Angelfarben. Das sind die Angelfarben. Ähm, man kann also auf C5 auf der Map direkt mit der roten Schnur die großen fangen. Von den kleinen weg. Das ist ja praktisch. Und auf I4, wie es ausschaut. Dann die, okay, verstehe. Fortschritt, ja. Mega gut. Ich würde trotzdem ganz gerne diese Angeln hier mitnehmen. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt, wo wir wissen, wie hier die, das Fangen quasi funktioniert. Was, Andi, der ist auf dem Bild? Teddys Vater gab zu, sich geirrt zu haben und schlug Teddy vor, ein weiteres Spiel zu entwerfen, um den finanziellen Erfolg weiter auszubauen. Aus Trotz entwickelte Teddy McAnally nie später... Jetzt haben wir ruhig. So. Ähm. Ja, gut. Dafür müsste ich wissen, wie er heißt. Aber ich entdecke das Unreal-Logo. Shit. Hahaha. Ähm. Ja. Äh. Aber nice. Also, das ist trotz allem cool. So. Bild von Zitteraal. Auch beim Angeln hielt McAnally sich nur sehr ungern an die Norm. Statt Forelle oder Barsch angelte Teddy McAnally mit besonderer Vorliebe ausgewachsene Zitteraale. Im hohen Alter fiel Teddy McAnally in ein Becken mit Zitteraalen und beendete daraufhin seine Anglerkarriere. Hm. Okay. Okay. Was ist das hier? Das ist schön. Seht ihr den Duftbaum? Warte. Hier. Seht ihr den Duftbaum hier? Hahaha. Schönes Detail. Verstehen... Versteht man auch nur in unseren Breiten. So ein bisschen. Äh. Kraken vor der Set. Nachbildung von Teddy McAnallys Kraken vor der Set. Das Original steht in der versunkenen Galerie Atelantis. Mhm. Ja, das kennen wir schon, ne? So. McAnallys Grab. Teddy McAnally starb kurze Zeit nach seinem Zitteraal-Unfall und wurde hier beigesetzt. Blick auf seine Original-Gruft mit seinem Original-Sag. Uff. Das Duftbäumchen da oben hat den Schwierigkeitsgrad ultra hart gewählt. Hahaha. Ja. Ach Gott. Okay, Ausstellungsraum verlassen. Was kann ich hier machen? Da steht Cassandra Stream. Ach so, ja. Achtung. Ertrinkungsgefahr. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen makaber, ne? Es ist ein Hotel. Da ist eine Gruft. Mit offensichtlich einem Toten drin. Ach so, deswegen ist hier kein Durchgang. Das ist, oh, man wird da durchgeschleust. Ja, alles klar. Verstanden. Ja, dann, äh, gar kein Ding. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben noch einen gelben Fisch im Inventar. Ähm, wir brauchen einen blauen. Das heißt, wir segeln mal zu I4 und dann, äh, angeln wir mit blau. I4. I4. Wer sind diese Cassandra und wann streamen sie? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich gesagt? I4. Ach so, hier. Oh. Okay, cool. Das ist, äh, einfach als erwartet. So, dann angeln wir hier ein bisschen. Blubblubblub. Äh, blaue Dingens. Blau. Und großer Fisch macht. Boink, boink, boink. Oh, großer blauer Fisch gefangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wo müssen wir jetzt hin? Ähm, F3. Mit goldener Schnur. Okay, die goldene Schnur ist also tatsächlich wichtig. Weil sonst würde es nicht weitergehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass es gut war, dass wir die gefunden haben. Äh, F3 Gold. Alles klar. So, F3 Gold. F3 Gold. Das ist... Okay. Ja. Ähm. Das ist jetzt... Okay. Hier? Wirklich? Ja, gut. Ähm. Gold, ne? Zack. Ähm. Was habe ich jetzt gesagt? Gold. Und du. Okay. Das gibt doch safe ein Achievement, oder? Goldzahnpiranha gefangen. Nice. Hey, ich hab's geschafft. Das muss dieses goldige Kerlchen sein, das der Sushi-Mann braucht. Mhm. Okay. Ja, sehr cool. Sehr cool. Hervorragend. Das bringen wir ihm vorbei. Glaube ich. Denke ich. Doch. Ja, doch. Mach mal. So. Hoppla hopp. Hoppla hopp. Ähm. So. Und er hilft uns jetzt, äh, ja. Sie ist der Fisch nicht selten. Er ist bestimmt selten. Aber wahrscheinlich nicht selten genug. Der blöde Goldzahnpiranha hat mein halbes Inventar aufgefressen. Oh nein. Oh. Na, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Bitte? Wow. Oh. Das Attilantis-Ticket ist noch da. Und die Kokosnuss. Und die Briefmarke. Alles gut. So. Hier. Da. Ähm. Guck mal. Ich wusste, dass du den Goldzahnpiranha fangen würdest. Hat dir das etwa die Bambusmatte schon verraten? Ich habe sofort an dich geglaubt. Von der ersten Sekunde an. Mhm. Gib mir den Fisch. Moment mal. Du hast mir eine Gegenleistung versprochen, Opa. Weißt du noch? Oh, ja. Natürlich. Also. Von wem kann ich diesen seltenen Gegenstand bekommen? Von einem Mann, den ich mal sehr gut kannte. Warte hier einen Moment. Hey. Wo willst du? Er ist ins Haus. Also von dem her. Er kommt nicht so weit weg. Hier. Nimm das. Ein Schneidebrett? Moment. Ist das? Ich habe in meinem ganzen Leben nur fünf dieser Schneidebretter hergestellt. Bitte? Du bist. Nein. Dies junge Dame ist das sechste. Okay. Nimm es. Es gehört dir. Du bist Schneidebrett Pit. Nein. Der war ich einmal. Jetzt bin ich Sushi Madness Pit. Aber das verstehe ich nicht. Du bist berühmt für deine Schneidebretter. Du könntest ein Vermögen damit verdienen. Berühmt? Na und? Darum geht es im Leben nicht, Kleine. Mein Herz schlägt für Sushi. Das ist mein Traum. Aber... Wie gesagt, irgendwann wirst du es sicher verstehen. Der Weg, der den größten Erfolg verspricht, ist der Weg, auf den sich alle schubsen. Dabei gibt es so viele schöne kleine Wege im Leben. Und meiner führt ins Sushi Madness. Okay. Und er hat eröffnet. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn wir hier vorbeischauen, ist hier große Party. Oh, warte mal. Wir können da reingehen. Uh. Aber erst mal. So. Unbekannte Insel. Ja. Das hatten wir schon. Schneidebrett Pit. Da. Stimmt, da ist ein kleines Sternchen dabei für die Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist schön. Äh. Schneidebrett Pit. Unglaublich. Es hat sich herausgestellt, dass der Sushi-Laden-Inhaber der legendäre Schneidebrett Pit höchstpersönlich ist. Er hat mir eines seiner berühmten Schneidebrette angefertigt. Davon gibt es nur sechs Stück weltweit. Jetzt muss ich das Schneidebrett nur noch in Attilantes gegen das Irrlicht tauschen. Und es kann losgehen nach Pambo Island. Wir gucken erst mal rein. Ich habe jetzt keine Zeit für Sushi. Wie? Was? Ich muss das Brett in Attilantes gegen das Irrlicht tauschen. Ich bin enttäuscht. Cleo, ich bin enttäuscht. Man hat immer Zeit für Sushi. Hallo, das sind kleine Happen. Die sind ganz schnell im Mund und auch ganz schnell gekaut und ganz schnell wieder. Also. Bitte. Was? Wie? War? Hm. Sushi for life. Ich habe bloß Angst vor Wasabi. Muss ja nicht mal drauf machen, ist ja optional. Willkommen zurück. Seltene Gegenstände kann man nicht oft genug sehen. Was? Noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem den Atem. Und los geht's. Das Vibrato kann ich nicht so gut nachmachen. Auf gar keinen Fall. Okay. So, hier, da, ähm, warte. Ich glaube, ich habe hier etwas zum Tausch gegen das Irrlicht. Was hältst du von diesem Schneidebrett? Ein Schneidebrett? Willst du mich beleidigen? Es ist ein Schneidebrett von Schneidebrett Pit? Unmöglich. Ich kenne alle fünf Besitzer dieser Bretter persönlich. Ich versuche seit Jahren eins zu bekommen. Dies ist das sechste Schneidebrett. Quatsch. Es gibt nur fünf. Sieh es dir an. Aber, aber, es gibt nur fünf. Es gibt nur diese Gravur. Das kann nicht. Doch. Die Maserung. Der geschwungene Griff. Wie das Licht sich in der Saftrille bricht. Oh, ja. Es verschlägt mir den Atem. Wo hast du das her? Tja. Schneidebrett Pit hat es persönlich für mich gefertigt. Unmöglich. Und jetzt tausche ich es mit dir gegen das Irrlicht. In Ordnung. Nimm dir das Irrlicht. Es ist deins. Mach eins. Hab ich dich, du leuchtendes, kleines Dings. Dings. Der Hallo. Dings passt perfekt. Nice. Weißt du was, mein Kumpel ist in Berlin? Hast dir deine Sushi-Box mit Wasabi geholt? Ein Kumpel wollte mal probieren. Frag dir, was das ist. Du so, Wasabi. Das ist wie Senf. Ja, okay. Der tunkt die ganze Rolle rein und mit einem Happen in den Mund. Oh, ja, nein. Also, ja, hm. Was ich aber auch gar nicht mag tatsächlich. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Wasabi und Wasabi. Was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht mag, ist dieser Wasabi in diesen, kennt man aus dem Supermarkt oder so. Gibt es ja da diese kleinen Sushi-Boxen und so. Das Wasabi, was da drin ist, ist einfach die größte Kretze überhaupt. Erstens ist das scharf wie Hölle und es schmeckt nach nichts. Nach wirklich absolut gar nichts. Das kannst du auch, ja, kannst du halt gleich weglassen. In einem richtigen Sushi-Laden gibt es da schon geileres Zeug, das auch nicht einfach nur scharf ist, sondern das auch schmeckt. Aber zu viel Wasabi, egal ob von dem einen oder vom anderen. Ja, nee, das macht halt wirklich keinen Spaß, das stimmt schon. Die Supermarkt-Boxen magst du gar nicht. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben in der Sushi-Bar. Ja, ist so, ist so. Also, wir haben hier einen, äh, ein paar, glaube ich sogar, ein paar Rewe zum Beispiel haben das. Die haben so eine eingebaute kleine Sushi-Bar. Die machen halt die Sushi-Boxen frisch. Fisch direkt vor Ort. Das ist ganz cool tatsächlich. Ähm, weiß ich aber gar nicht, ob es die jetzt noch gibt. Ich war schon so lange nicht mehr in diesen, in diesen Läden drin, aber das, das ist ganz, ganz cool. Ähm, aber ansonsten, da muss ich schon wirklich, wirklich, wirklich Bock drauf haben, dass ich mir da so ein, so ein Ding kaufe. Und, äh, dann meistens auch nichts ausgefallen ist, weil, es sollten, äh, die, die, die vegetarischen gehen dann noch, aber wenn du die mit Fisch hast, die sind halt meistens auch super trocken gefühlt. Also, der Fisch ist irgendwie super trocken. Im Vergleich so frisch halt dann. Also, muss, also, ja, nee, da muss schon, ja, da müssen die Augen größer sein als jegliche Vernunft quasi. So, hast du noch was zu sagen? Ich lasse ihn besser in Ruhe. Nicht, dass er es sich anders überlegt. Weise Entscheidung, weise Entscheidung. 500 Meter von dir hatten Asiate vor ein paar Jahren aufgemacht. Lecker Sushi und die machen den besten Döner der Stadt dazu. Bitte was? Bitte was? Sushi und Döner. Geilo. Ich hab das Irrlicht. Im Ernst? Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Holen wir uns den Schatz. Holen wir uns den Schatz. Nach Pumbo Island. Oh. Das ist ne Cutscene. Nice. ILP. Oh oh. Kapitel 3 Eine Münze auf Pumbo Island. Das ist sie. Das ist Pumbo Island. Hier liegt der Schatz. Nun ja, ähm... Wir müssen in diese Höhle dort. Es ist echt dunkel da drin. Moment. Du warst schon mal hier? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen Licht. Malte, schnapp dir das Irrlicht. Okay. Ist das der Schatz? Eine Tasche? Äh, was? Ja. Ich meine nein. Nicht ganz. Aber es ist genau das, wonach wir gesucht haben. Wonach wir gesucht haben? Aber wir haben doch nach dem Schatz der ewigen Erinnerung gesucht. Ja, ja. Richtig. Und du sagtest, er wäre genau hier. Also, wo ist er? Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Was ist in der Tasche? Das, ähm... Ist kompliziert. Wir müssen den Inhalt nach McAnally Palms bringen. Sofort. Was? Wieso? Was ist da drin? Ach, davon verstehst du nichts. Vertrau mir einfach. Bei all den großen Schätzen, die ich schon gefunden hab. Was ist in der Tasche? Nein! Cleo, warte! Bücher? Da sind nur ein paar Bücher drin. Cleo, bitte! Logbuch des furchtlosen Abenteurers Captain Avery Allwig? Logbuch Nummer 5. Heute habe ich den letzten Zyklopenkrebs erschlagen. Ich kann gar nicht zählen, wie viele es insgesamt waren. Ein Dutzend, vielleicht mehr. Sei vorsichtig damit! Bitte! Logbuch Nummer 2. Wochenlang wurde ich vom schwarzen Riesenlego an verfolgt. Die kleinste Unaufmerksamkeit hätte mein sicheres Ende bedeutet. Was... Was ist das? Es gehört mir! Gib das zurück! Lass... Los! Okay. Bonk! Oh nein! Okay! What the hell? Du hast Ton. Wie kommst du jetzt nur das eigene nicht weg? Äh, das geht wahrscheinlich automatisch. Also würde auch automatisch gehen, gehe ich mal davon aus. Dauert wahrscheinlich einfach nur einen Moment. Im Normalfall. So. Äh, ja. Hier. Bamboo Island. Wir haben Bamboo Island erreicht. Aber Avery hat mich die ganze Zeit belogen. Es war kein Schatz in der Höhle, sondern nur eine Tasche mit Büchern. Seinen Lockbüchern. Was soll das alles? Was hat das zu bedeuten? Das wäre jetzt nicht schlimm genug, hat Malte auch noch das Ehrlicht fallen lassen. Jetzt sitzen wir auf dieser Insel wohl fest. Ja. Schwierig. Schwierig. Das hat ja nicht so funktioniert, ne? Kann ich da nochmal reingehen? Da drin sieht man die Hand vor Augen nicht. Nein. So kann ich da nicht rein. Oh. Schade. Schade. Das, äh, hat dann wohl nicht funktioniert. So. Aber, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um, äh, endlich mal irgendwann zu speichern. Danke, Autosave. Gott, wenn das Spiel einfach abkratzt, ne? Das wäre, das wäre die Hölle. Bist du sicher, dass du das Spiel beenden und ins Hauptmenü zurückkehren möchtest? Nicht gespeicherte Spielstände gehen dabei verloren. Ich habe gerade eigentlich gespeichert. Okay, wir sind jetzt schön paranoid. Wir speichern, äh, einfach doppelt. So, jetzt können wir zurückgehen. Mir egal. Zum Hauptmenü. Nice. Nice. Ah, schön. Schön. Leute. Ja, 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 ja. Vielleicht suche ich euch jetzt noch jemanden raus. Zum, zum Raiden. So, aber das allererste Mal gehen wir ins, äh, ins Outro. So. Und dann versuche ich meine Maus. Ich finde meine... Ach, da, da, da ist meine Maus. Hallo. Dann gehen wir hier kurz raus. Klicken hier. Will nicht. Klicken da. Das will. Ha, schön. Alter, wir haben jetzt schon fünf Stunden. Wir haben sieben von 24 Trophys. Ähm. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Bisher. Ja. Aber das macht nix. Petri Heil Silber war übrigens, wirf 50 Mal die Angelroute aus. 50 Mal. Ach so, warte mal. Tollpatsch. Falle zweimal die Treppe des Leuchtturms herunter. Alter. Okay. Cool. Ja, nice. Ja, sehr schön. Ja, das, äh, ja. Das Spiel ist toll. Das Spiel ist echt toll. Ist wirklich schön. Ähm. Voll gut. Ist, äh, da steckt eine ganze Menge Liebe drin. Ähm. Das merkt man auf jeden Fall. Schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel. Und, ähm, genau, Leute, wir spielen das morgen weiter. Äh, morgen um 18 Uhr geht's hier direkt weiter mit, äh, mit, 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 mit Dingens. Mit unserer Talkrunde vor allem. Ne? Äh, was ist denn das Thema? Eure mutigsten Entscheidungen. Ne? Was? Worauf im Leben seid ihr stolz? Was war vielleicht mutig? Was war aber eigentlich dumm? Ähm. Oder was hat sich am Ende vielleicht doch gelohnt und, äh, unerwartet und keine Ahnung was, ne? So, so, so in die Richtung. Ähm. Ich geh mal davon aus, dass das Thema nicht so lang dauern wird, bis wir da durch sind. Ähm. Aber, schauen wir mal. So. Was ich jetzt schau, ist, wen wir heute raiden. Können wir überhaupt noch jemanden raiden? Ich hab nicht die leisteste Ahnung. Es sind nicht so wahnsinnig viele Leute online tatsächlich eigentlich nur hier. Oh Gott, du bist aber auch schon seit ewigen Zeiten online. Das macht nix. Das sind fast neun Stunden. What the fuck? Ja, cool. Ähm. Ja, dann, dann gehen wir da hin. Ähm. Aus, Eol. Morgen. Also heute. Quasi in siebzehneinhalb Stunden. Für alle, die es genau wissen wollen. Ähm. Ja. Da gar nicht mehr so wahnsinnig viele Leute online sind, gehen wir gleich zu, äh, zu Kata. Also zur Lumina. Die spielt, äh, Telling Lies. Und, äh, ich hab keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Aber irgendjemand lügt offensichtlich. Und, äh, ja. Ne? Leute. Schlaft gut. Ähm. Ne? Falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Schönes Restwochenende. Schöne Pfingsten. Ansonsten natürlich bis später quasi. Ne? In siebzehneinhalb Stunden geht es hier weiter. Sonntag 18 Uhr. Pfingst Sonntag 18 Uhr, um ganz genau zu sein. Und, äh, ja. Dann quatschen wir. Danach spielen wir das weiter. Und wenn wir dann durch sind. Weil ich vermute, dass wir da morgen tatsächlich durchkommen. Dann. Werden wir, äh, mit The Last Campfire anfangen. Von Hello Games. Von den Machern von No Man's Sky. Ne? Schauen wir mal, wie das war. Ach so. Äh, ja. Ich hab voll vergessen, dass ich Credits starten sollte. Ähm, ne? Das ist für euch. Voll vergessen. Ah, voll vergessen. So. Gut. Einmal durchgelaufen. Ich hoffe, ihr habt euch alle da drin gesehen. Gut. Ja, Leute. Ne? Schlaf gut. Wir sehen uns. Und, äh, ich schicke euch rüber zu Cutter. Ähm. Ja, ansonsten haben wir halt nix mehr. Ich könnte euch zu Funk schicken, aber da gehen wir halt auch einfach unter. Ähm. Ja. Ne? Hau da rein. Schlaf gut. Bis, äh, morgen. Bye, bye. Ähm. Scheiße. Hier ist der Knopf. Bis morgen. Ciao, ciao. 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 Do you know what I'm doing? Do you know what I'm doing? I see you at the Knopf. 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 Yeah, I see you at the Knopf. I see you at the Knopf. I see you at the Knopf. You see me at the Knopf. I see you 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 at the Knopf. Vielen Dank.